Auf dem Kanal des Hundes. Wir sind wieder back am Start mit Marc Rumpe. Und heute, liebe Leute, gehen wir mal was an mit 1 zu 7. So sieht's aus. Wir hatten lange kein Raub mehr. Heute ist es wieder soweit. Heute ist ein bisschen was geplant. Ich hab auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Leute, wenn ihr auch richtig Bock auf einen geilen Bankraub heute habt, lasst mich wissen, lasst eine positive Bewertung da, lasst kostenlos ein Abo. Da würde ich mich sehr freuen. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Würde mich ebenfalls sehr freuen. Und wuppelt gerne in meinem Shop vorbei, Leute. Ihr könnt auch immer das Zürmplüsch vorbestellen mit gratis Autogrammkarte, das ihr noch nicht geguckt habt. Unten in der Beschreibung. Geile vorbei, wuppeln. So sieht's aus. So, wir starten jetzt aber durch, Leute. Ich hab ja mal richtig Bock heute mal wieder, dass du dich zu starten. Vor allem ist das sehr lange her. Vor allem ich war lange nicht mehr mit Marc Rumpe unterwegs. Wie lange ist denn das her? Das letzte Mal mit Marc Rumpe unterwegs. Das war ziemlich lange her. Aber jetzt sind wir mal wieder. Und wir sind sogar pünktlich, Alter. Pünktlichst heute mal. Das ist unglaublich. Das müsste eigentlich gefeiert werden, dass wir heute mal pünktlich sind. So, ich hab nur noch gesehen, ich hab noch ein paar Rubbellose. Und ich hab noch ein bisschen was vom... Ah, heute mal gewonnen. Ja, natürlich. Das sind aber alte Rubbellose. Ich hab noch vom letzten Mal. Die hab ich noch nicht aufgemacht. Ja, Moinsen, Alter. Wirklich. Die Eimer hab ich hier gewonnen jetzt. Oh, mein Gott. Das sind alte Rubbellose. Kann das sein, dass für ein Rubbellose Altern besser werden? So, irgendwie? Wenn ich länger mal in die Hosentasche lass, aber... Nee, verloren. Komm. Aber trotzdem, 10.000er Rubbellose. Ich geh nur ganz schön meine Sachen wegwerfen, weil ich hab noch was gesehen, was gefunden im Inventar, was da nicht hingehört. Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal loswerden. Äh, so. Nämlich... Wo sind sie? Die Dinger. Diese sieben Stücke, die gehören mir nicht. Die gehen wir gleich mal weg. Sonst kommt wieder der Herr Polizist und fragt, ob der Wecker eigentlich noch funktioniert. Ja, dann entsorgen wir gleich mal. Und ich glaub, das ist auch nicht meine. Die ist noch vom Admin-on-Duty-Stream. Ich glaub aber, jetzt haben wir alles rausgeschmissen, genau. Freddy's Diamant können wir noch entsorgen. Nee, Spaß. Boah, Alter, war's knapp. Ist ja, bevor ich losgelassen oder so, was dann passiert mir, Alter. Äh, Dankeschön, Florian Adam. Guten Abend, wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut, lieber Florian. Ich hoffe, dir auch. Danke für 2 Euro Superchat direkt am Anfang vom Stream. So, wir gehen mal betanken, ja. Ja, mal betanken das Fahrzeug. Party fürs Pünktlichkommen. Ja, du, das ist bei mir eigentlich relativ selten, aber heute bin ich endlich mal pünktlich, weil ich heute gut vorbereitet hab. Aktionsrechte, 100 Pfoten lang für den Euro Superchat. Dann, äh, fuck you waste, Leute, vielen Dank. Äh, Johannes Killer, für den Anfang, vielen Dank. Und Anthony Prutter, haut auch raus. Oder Anthony Prutter. Auch ein geiler Stream, äh, geister Stream der Welt, vielen Dank. Mein Tank ist voll. Ups. Hab ich noch eigentlich noch ein bisschen was dabei. Nee, wenn sie kann, ist ja full. Fast. Ist voll. Brauche ich doch irgendwas von der Ding da drin, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab alles. Dann hab ich alles. Ich glaube, ich hab alles. Fallschirm wäre nicht schlecht, fällt mir ein. Ich hab kein Fallschirm, ne? Hm, komm, wir kaufen Fallschirm. Wir gehen einen Fallschirm kaufen. Machen wir einen Funk an. So, ein Funkgerät. Wo ist der Gerät? Der wird nämlich nie müde. Der ist immer vor dem Chef im Geschäft. Check. 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 Alter. Fahren wir rein, hast du ja recht. So, auf geht's. Wir fahren, äh, erstmal was Schönes holen. Einen, äh, Rucksack. Einen Rucksack mit einem Fallschirm drin. Genau. So sieht's aus. Wir fahren mal los. Oh, Wossi, Griesab, das zählen wir mal. Dankeschön, Wossi. Das Wiesab. Dankeschön. Fahren wir mal los. Also, ich brauche... Eigentlich jetzt nur, ja... War ich sonst noch was von da drüben? Eigentlich nicht, ne? Weil ich sage immer, ich gehe niemals ohne einen Fallschirm außer Haus mittlerweile. Weil ich das immer als Notfallplan hab. Notfallplan ist bei mir immer Fallschirm zünden. Sollte was schief gehen. Wisst ihr Bescheid. Kleine Geheimtipp am Rande. Oder Nost zünden. Und mit dem Auto besser nicht. Das kann schlecht ausgehen. Vor allem, wenn, äh, es sehr hell wird. Dann geht's schlecht bei aus. Ich sag nur, ähm, Verfolge mit dem Helikopter und Spotlight. Ich hab nichts mehr gesehen. Das passiert, wenn man weißen Fahrer gefährt. Ist auf jeden Fall langsamer. Davon stehen sie öfters mal, ne? Ja, heute mal nicht. Schön. Ja, ist schön. Was kostet denn die falsche 5.000, glaube ich, ne? 5.000. 5.000. Entschuldigung, wir sind falsch im Kost. Ich glaub nicht mehr als 5.000. Guck mal. Hammer. Lass uns ein bisschen Geld abheben. Ich hab jetzt nicht so viel dabei. Aber ich glaube, 5.000. Oder 2.000. 2.000. Okay. Ja, ist doch günstiger, als ich gedacht hab. Taschenlampe nehm ich noch mit. Dann, äh, los, bauen wir mal einen Ball nehm ich mit. Ein Hammer. Man weiß nie. Passt. Bin zufrieden. Alles dabei, was ich brauche, glaub ich, ne? Hier auch. Ich glaub, da brauche... Oh, Feuerwehr kann ich mir mitnehmen. Stimmt. Die Fontäne nehm ich gerne mit. Die wurden mir letztes Mal alle abgenommen, die Sachen. Fontäne nehm ich mit. Jetzt bin ich ready. Jetzt bin ich ready. Jetzt hab ich alles eingehofft, was ich brauche. Einkaufen mit Pfannen, Wendern, Steuer- und Backbau-Aussetzter. Ich muss mich nochmal eintragen. Ja, wir sind heute insgesamt... Also, wir haben zugesagt, es sollten heute 18, 19 Leute kommen. Mitarbeitermäßig. Die kommen aber erst, weil es ist jetzt um 19 Uhr Beginn, dass wir uns erst mal treffen. Weil das, was wir heute vorhaben, das heißt... Ja, es kommen noch ein paar Leute dazu. Also, es kommen noch 10. Freddy kommt heute auch dazu, Mann. Das ist halt lange aber wieder. Lange ist man von Freddy gehört. Ich hoffe, er macht heute keine Show. Warte hier. Ich hoffe, er macht heute keine Show. Der arme Bruder, Alter. Er hat überhaupt keinen Bock drauf. Firefighter 1 und 2, Alter. Moin, grüße dich. An den Like und Abo dalassen. Viel Spaß und lass das krachen. Grüß an Annel. Jawohl. Dankeschön, an Firefighter 1 und 2, vielen Dank. Nun, Firefighter auch für den Braus. Dankeschön, dass alle der guten Abend bin jetzt auch noch mal spät. Und, äh... Bist du pünktlich auf dem guten Stream. Ja, ich bin... Ich bin ja... Er ist ja mal richtig pünktlich. Pünktlicher als die Polizei lauft heute. Sehr hat 55. Moin, wie geht's? Wünsche dir viel Spaß. Ich bin sehr gut. Ich hoffe, ich habe dir auch mal lieber. Tobias hat auch was. Dank fürs Hüttwerden. Und Gsünsrechte Hundepfude. Danke für den Euro, Freunde. Danke, danke. Oder raus. Oder Ralf Westerwinterhaus. Für den Mitgliedschaften raus. Vielen Dank fürs Mitgliedschaften raus. Genauso wie... ...Kluedo. Auch Mitgliedschaften raus. Dankeschön. Und natürlich auch Danke ans LAPD für den Wagen. Würde wir nicht vergessen. Thanks LAPD. Danke an die Cops, Ledele. Danke euch habe ich einen F40, Ledele. Vielleicht können wir mal zum Hauptplatz flexen fahren, oder? Oder wisst ihr, was ich mache? Ich habe eine Idee. Guten Abend. Ich habe eine Idee, wir... Wir holen uns irgendein Auto. Irgend so ein richtig... Also richtig günstiges Auto. Tunen das richtig blöd. Und fahren damit bei 1 zu 7 an. Und die werden nicht checken, wer drinnen sitzt. Das ist eine gute Idee. Ja, machen wir das schnell. Weil es ist ja erst ein 19 Uhr Treffpunkt. Ich habe noch ein bisschen Zeit, Leute. Kaufen wir uns irgendwas Billiges. Ich gehe es nicht mal anmelden. Einfach nur, dass ich bei 1 zu 7 wieder der größte Penner anfangen kann. Die Penner. Dann sage ich, ich bin komplett leer heute. Leere Taschen. Leere Taschen müssen aber auch gefüllt werden. Aber für 536 Dollar kriege ich, glaube ich, kein Fahrzeug. Ne. Da würde ich kein Auto. Also, schau mal. Wir schauen mal das Auto, was niemand fährt. Okay. Wir kaufen das unbeliebteste Auto im Fahrzeugladen. Okay. Das unbeliebteste Auto. Es muss doch irgendeines geben, was wirklich keiner haben möchte. Ich werde es finden und ich werde es fahren. Ich glaube, ich weiß sogar schon, was ich überhole. Hol GTI. Erstmal die 13 Jahre von der Schule abholen. Ups. Dieses BIM wird halt auch nicht alt, ne? Mit den GTI-Fahrern. Das ist die armen GTI-Fahrer. Die haben nichts getan. So. Was war das? Ein GTI-Fahrer und ein N30-Fahrer, ne? Hyundai N... Ja, ist es Hyundai N30? Ich glaube. Die fighten sich doch gegenseitig, oder? Die fighten sich doch, wer das bessere Auto hat. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre eher auf Hyundai. Gut, schauen wir mal. Oh, aber der Schlitten ist auch nice. Den habe ich noch nicht. Wäre eine Idee, aber ich will irgendeine... das würde meinen Rahmen sprengen, von dem, was ich hier kaufen möchte. Ja, wir holen uns... Was holen wir denn? Irgendwas günstiges. Also wirklich günstig, günstig. Ich habe eine Idee. Ich hole mir 30.000 Dollar und mit denen kommen wir jetzt aus, okay? Mit 30.000 Dollar. Müssen wir jetzt was finden. Okay, der wird schon mal gehen, aber ich glaube, den habe ich schon im Peugeot. Oder habe ich schon im Peugeot 206? Ich glaube fast, ja. Das ist griechend für das Geld. Irgendwas, was richtig unbeliebt ist. Gut, wobei, den Golf fährt ja auch kaum jemand hier, den hier. Prius, unbeliebt. Underrated. Smart, ja, das fahren ein paar. Habe ich schon ein paar gesehen. Silica. Ganz, ganz selten auf RLO. Fährt niemand. Niemand fährt Silica. Oder alte Supra, nee. Hier, Honda Civic Coupé, 10.000. Fährt auch keine Sau. Das fährt nur noch niemand. Hier, den hier. Eclipse GT, der alte, äh, der neue. Der fährt auch keiner. Da stehen nur drei Korbautos. Ja, ich, ich habe, alles gut, äh, geholfen. Alter. Der Marmeladentoast. Ja, ich habe, äh... 50 Euro mit Fees. Auf eine ganze Menge. Ja. Danke. Alter, 50 Euro, dann auch die Fees dazu bezahlt. Vielen, vielen Dank. Ich wollte schon sagen, die Marmeladentoast mit Honig. Aber das heißt ja, das Marmeladenbrot mit Honig heißt das doch, ne? Ach, schau, Hyundai. Okay, Leute, ich glaube, das ist mit Abstand, mit großem Abstand, eines der Autos, die niemand fährt auf RLO. Niemand fährt diesen Wagen. Und ich weiß, den kannst du richtig blöd tunen. Also, ich glaube, ich hole mir diesen Hyundai für 5.500 und tune den richtig ekelhaft. Habe ich überlegt noch. Entweder den noch. So. Volvo, den habe ich in der Garage schon. Aber den Hyundai, Alter, ich glaube, den hole ich mir. Ich glaube, den tune ich mir richtig dumm her. Alfa Romeo fährt auch niemand, den hier. Für 7.000. Keiner. Weil er auch langsam ist. Aber ich glaube, ich nehme mir den Hyundai. Weil ich weiß, da kannst du Tuning-Teile anbauen und mäßen. Das sieht halt richtig kacke dann aus. Sollen wir das machen, Leute? Sollen wir den Hyundai oder sowas? Ich glaube, hier gibt es keine Tuning-Teile. Weißt du, der war halt klasse. Weißt du, der ist so ein bisschen klasse, Alter. Ne, hier gibt es ja, ich weiß nicht. Du, das waren jetzt auch nicht viele. Aber die kann man halt alle nicht so krass tunen, ne? Den kosten auch ein bisschen mehr. Wobei der, den fahren sogar ein paar. Oder den hier. Den fährt auch niemand. Keiner fährt die Kiste. Niemand. Escalate. Haben wir. Okay, das Ding ist auch hässlich. Aber der kostet mir ein bisschen zu viel. 25.000 ist mir zu viel. Der wird noch gehen für 6.000. Aber die haben halt alle keine Tuning-Teile, ne? Ich glaube, ja komm, wir kaufen diesen Hyundai da. Den kaufen wir. 5.500, so. Gekauft, gerippt. Und der wird jetzt getunt, Leute. Und den machen wir richtig, richtig ekelhaft. Er hat doch 25.000 auf Seite. Oh, der fährt sich echt kacke. Alter, was ich da mach, Bruder. Warum mach ich sowas? Oh, ne. Das ist voll... Na gut, dann lass ich mich eben lieber nicht blicken. Die lachen mich doch aus. Hat er Extras? Ja. Ja, was hat denn der für Extras? Ah, so ein Spoiler zum Anbauen hinten, oder was? Ja, cool. Schiebedach, vorne Kennzeichen. Ja, jetzt haben sie weggefahren. Egal, jetzt war ich so rüber. Hyundai, Hyundai. Da gab es aber so eine Werbung im Radio mit Hyundai, Hyundai. Das hat sich voll eingefressen, irgendwie. Schade, dass es diese Werbung nicht mehr gibt. Radio-Werbung mit Hyundai. Ich glaube, was haben wir da jetzt? Tuning-Teile? Ja, ne? Oh, ja. Oh, ein Mess, Alter. Sehe ich schon. Okay. Die kosten nichts. Guck mal. Die kosten 41 Dollar für den Sportauspuff. Oh, das wird lustig. So, erstmal machen wir eine richtig blöde Lackierung dran. Ah, weiß nicht. Irgendwas. Oh, ja. Das machen wir dran. Das hier. Electric Pink. Perlack. Was ich weiß. War weiß. Was schon. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, äh, Lenkrad? Ne. Motorblock. Scheibentönung. Scheinwerfer. Oh, ne. Oder man kann die Scheinwerfer umbauen. Oh, mein Gott, Alter. Was ist denn da los? Okay, das ist cool. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Sportafilter. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, das Auto. Du kannst viel umbauen. Ich habe das noch nie gekauft. Also, das ist das Erste, was ich das hier ausprobieren. Antenne. Warte, man kann die Rückleuchten auch umbauen. Okay, das ist heftig, Bruder. Das ist heftig. Gut, ich mache mal die Rückleuchten rein. Spiegel. Ah, was ist denn da los? Ah, geil. Im Formel 1 Spiegel, Leute. Wir können Formel 1 Spiegel anbringen. Aber ich finde, die Fetten, die sind lustig aus. So, Flügel, was ist das? Alle, das haben wir schon gemacht. Ne, wobei, warte, an den Rückleuchten kannst du noch mal Abdeckung dran machen. Sehe ich gerade. Du kannst auf die Rückleuchten nochmal eine extra Abdeckung machen. Okay, ja, nee, die bauen wir jetzt aber nicht. Hupen. Ne. Innenraum, was ist das? Innenraum. Was können wir hier machen? Warte, das muss ja irgendwas im Innenraum sein, oder? Ah, Tacho. Man kann den Tacho dunkler machen. Ja gut, das brauche ich nicht. Ey, was du da machen kannst an dem Auto? Das ist ja unglaublich. Ein Trendsetter, neuer Kofferraum. Warte, man kann den Kofferraumdeckel voll Carbon machen. Und die Marke kannst du hinten ändern. Du kannst einfach voll Carbon machen hinten, wenn du das willst. Was ist das denn für ein Auto? Leute, ich sehe das zum ersten Mal im Überleben. Das Auto haben wir seit 50 Jahren auf RLO gefühlt. Wie ist das erste Mal, was du dir alles tunen kannst? Also ich bin gerade richtig baff. So, Lackierung haben wir jetzt gemacht, ne? Ich schaue nur ganz schnell, Sekunde der Farbe. Ja, da... Ah, 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 ah. Das ist doch... Ah! Ja, ein Barbie-Mobil. Ja. Das gibt es sogar nicht. Wie das aussieht, Alter. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Sieht das aus. Ich glaube, ich lasse es sogar weiß. Das hat was. Okay, wir sind jetzt das eines der hässlichsten Autos, die ich jemals gesehen habe. So. Ähm. Felgen. Können wir die noch lackieren, die originalen? Bitte. Sag, das geht. Ja, das geht. Ich glaube es nicht. Ja. Weil wir den doch pink machen. Oh, das wird geil. Und jetzt kommen wir erst zum optischen. Warte, Tieferlegung. Feder. Okay, er ist trotzdem hoch wie Boot. Ich würde sagen, sollen wir den hoch wie Boot lassen? Ne, komm. Tiefer. Bremsen. Getriebe. Ich kann nicht mal... Ich kann das Getriebe und den Motor nicht tunen, aber Turbo kann ich reinbauen. Das ist ja ekelhaft, Alter. Ja, Getriebe und Motor geht gar nicht. Das Ding ist so kaputt, Alter. So, Anbauteile. Auspuff. Ich weiß gar nicht, was ich da nachmachen soll. Ich glaube sogar diesen fetten da. Das sieht halt vorbei, oder? Ne, den hier. Oder den hier. Ich weiß nicht. So ein Dach. Was kannst du hier machen? Ach, du Kacke. Okay, jetzt habe ich alles gesehen. Ich weiß nicht. Jetzt überlege ich noch. Frontstoßstange. Ah, jetzt ist es lustig. Geht der GFK-Prinz? Das Ding hier? Was haltet ihr davon? Ich glaube, ich baue das an. Ich glaube, ich mache das. Ja, komm. Das muss sein. GFK-Prinz, so. Dann kannst du nochmal einen Scheinwerfer und einen bösen Blick dran bauen. Bruder, ich fühle mich... Ich fühle mich... Ich fühle mich, das fühlt sich so illegal an, was ich da gerade mache. Das fühlt sich so hart illegal an, aber es ist so lustig. Sollen wir doch noch so einen GFK-Hack? Ich glaube, das hier, ja. Aber mit diesem fetten Diffuser hinten dran. Das wäre auch was. Das hier oder das hier, ne? Warte, ich nehme das hier. Oh mein Gott. Noch ein fetten Überroll-Käfig. Wobei, wir haben kein Geld für Überroll-Käfig. Lass das sein, oder? Oder sollen wir? Na, komm, wir machen. Der ist aus Plastik. Den haben wir aus Plastik reingemacht. Ey, dass ich mir das ernsthaft antue. Aber es ist so geil. So. Seitenschweller. Oh ja. Oh ja. That's it. That's it, Alter. Und jetzt noch so eine richtige fette Fritten-Tinke. Das ist... Ja. Das ist es. Warte, da gibt es noch was Schlimmeres. Der hier, ne? Okay, der ist echt auch schlimm. Aber ich glaube sogar... Warte, okay. Das ist auch ekelhaft. Oh mein Gott. Der ist ja richtig breit. Bruder. Okay, das ist... Okay, das ist echt... Ach du Kacke. Okay, diese Spoiler-Option. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ob der Spoiler schlimmer ist, ne? Aber ich glaube, der hier ist bis jetzt der breiteste, größte. Und den gibt es hier noch. Aber der hat pinke Ansätze links und rechts. Der wäre ganz geil. Ich glaube, ich nehme den mit den pinken Ansätzen links und rechts. Den hier. Oder? Oder nicht? Warte. Lass wir mal gucken. Oh, Bruder. Das ist schon heftig mies, Bruder. Alter. Das ist richtig mies, wieder hinten draus. Ah, ich nehme den. Der ist richtig mies, den hauen wir rein, so. Aber wie sonst noch was, ne? Sonst bin ich fertig, ne? Wir gehen jetzt noch mal Felgen gucken. Was geht? Nur Felgen-Typ. Lowrider vielleicht. Ne, Tuning. Wir sind richtig hart dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich die Standard lassen soll, die Felgen. Aber irgendwie, ne. Felgen wären schon cool, so. Das sieht halt echt heftig aus. Schade, dass ich nicht weiter tiefer legen kann. Sag mal sowas. Guck. So billig-Tuning-Felgen. Oder Sport, ne? Müsste ich irgendwelche finden. Sowas oder so. Keine Ahnung. Wolf und Funk, guten Morgen. Oder die hier. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ich glaube, ich lasse Standard, oder? Soll ich Standard lassen? Ah, Dach. Ja, warte Leute, Dach. Guck ich nochmal. Hey, komm. Aber Felgen, soll ich die Standard lassen oder soll ich mich wieder draufballern, Leute? Das ist jetzt die Frage. Oh, Alter, die sind schrecklich. Ach, du Kacke. Oh, die sind ganz schlimm. Die sind, okay, ich such mir irgendwie ganz schlimme Felgen sonst aus, die wirklich schlimm aussehen. Oder diese Chrom-Felgen. Wobei, die sehen so relativ noch gut aus. Also, guck mal, das hier. Oh, Alter, die, aber die vorhin waren ganz schlimm. Ich guck mal, unser, äh, Tuning nochmal. Das sind noch schlimmere Felgen. Oh, die sind ja schlimm. Die sind schrecklich. Und Dollar-Felgen. Ne, die, die Dollar-Felgen sind so Standard. Oh, da schau mal, die hier. Haha. Alter, ist das hässlich. Ah. Ich suche nochmal, Alter. Ich find schon mal, oder diese hier, guck, die sind auch richtig hässlich. Die sind richtig ugly. Okay, das ist, das ist halt, das ist halt heftig ugly. Wie das hier. Aber da sind gleich die Bremsbacken kaputt. Die machen dann so ein Shining. So ganz kleine Felgen vielleicht? So was? Ne. Die sind eh schon so klein. Boah, ich tu mir grad echt schwer bei den Felgen, ob ich die Standard lassen soll. Ich glaub, ich, wisst ihr was? Ich lass, ich lass die Felgen Standard. Ich lass die Standard. Ich find, das sieht gut aus. Und ich schau mal, wenn wir das schwarz machen. Wir machen die dann schwarz, okay? Tiefschwarz oder Öl. So passt. Dann sieht das nach was aus jetzt. So. Und jetzt nochmal, hab ich gesagt, oben nochmal gucken, ne? Wegen den Anbauteilen am Dach. Ob wir da jetzt noch was machen. Aber ich glaube... Ja, das hier, das muss rein. Jetzt bin ich fertig. Das ist es, Leute. Heftige Kiste, oder? Ich glaub, mehr kannst du nicht mehr machen am Out. Ah, doch, ne Hupe, ne blöde. Ne Hupe. Irgendwas Dummes. Clown. Die geht nicht. Und jetzt die Clown-Zupe nicht. Ich mach so ne ekerhafte Jazz-Hupe rein. Und bevor ich jetzt rausfahre, guck ich nochmal, ob ich die Lackierung jetzt wirklich so lasse. Aber ich glaub, ich lass die so. Ich schau noch mal ein paar Farben durch. Weil es gibt ja auch noch, äh... Mal so einen Pink wird's auch noch geben. Orange. Aber ich glaub, ich lass dieses Pink, weil das sticht halt am meisten raus. Oder machen... Braun. Beim Braun sieht's gar nicht mehr so kacke aus. Also das macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Ich weiß aber... Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ja. So, treffen, Leute. Wir treffen uns jetzt gleich. Ein paar Minuten. Soll ich's noch anmelden fahren? Komm, wir fahren schnell anmelden. Bevor ich da noch Probleme krieg. Was ist das denn kacke? Ich glaub, ich hab damit... ...das unbeliebteste Auto auf RLO grad getunt. Aber sowas von. Das ist das unbeliebteste Auto, was du haben kannst. Tim, ich lern dir nochmal bei, wie man Türen richtig zuschließt, ne? Dieser Spoiler, Alter. Der ist nur... Der ist Chrom auf der Seite. Oh, der ist ja noch Chrom. Der sieht aus wie bestellt auf AliExpress. So, als würde der nicht einmal aufs Auto gehören. Das sieht komplett wrong aus. Aber ich melde's jetzt an. Jetzt noch ein geiles Kennzeichen dran machen, wie... ...best car oder beauty oder sowas. Was steht da drauf auf dem Kennzeichen? Ich kann's nicht lesen. Na hier. DMR. Merk ich mir. DMR irgendwas. So. DMR. Einmal zulassen, bitte. Das hässlichste Auto auf RLO. Wie ist ein DMR? DMR. Da ist er. Hyundai. 200 Dollar bezahl ich dafür, Alter. 200 Ocken. Da wir jetzt den hier angemeldet haben, ist unglaublich, dass ich mir sowas trau. Alter, da ist dieser böse Blick vorne. Da sind ja doch Scheinwerfer unten drin. Ich glaub es nicht. Da sind Scheinwerfer drin. Da kann doch irgendwas machen. Was irgendwie noch doofer aussieht, irgendwie. Ne, ne? Die Extras sind jetzt unuseful. Gut, jetzt bin ich aber fertig. Was ist eigentlich für den Kofferraum? Pff. Downforce. Mehr Downforce, Leute. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt fahren wir zu 1 zu 7 damit. Ich glaub ich hab kein Kennzeichen mehr. Ich kann's mal probieren. Ah doch, ich hab noch Kennzeichen. Hey, girl. Geht Pinky noch? Äh. Hm. Pink's Ding geht auch nicht. Ach, was kann ich denn machen? Barbie finde ich jetzt. Ja, soll jetzt nicht. Es soll kein Barbie-Mobil sein. Soll einfach nur ästlich sein. Er ist mehr wie ein Freund als ein Boss. Ne, ich glaub ich mach ähm... Geht Ugly? Ugly ist auch schon vergeben, Alter. Was ist das denn? Dr. Pink? Alex, was geht nicht? Alibaba wird gehen. Das Kennzeichen Ali ist noch nicht vergeben. Geil. Okay, ich hab das Kennzeichen Ali. Da sitzt Ali drin. Mir stellt auf AliExpress das Auto. Ali nicht. Und ich bin Ali. Mir gehört AliExpress. Mich mal fragt, warum ich das Kennzeichen so hab. Geil. Und auf geht's. Mit unserem AliExpress-Mobil. Der fährt einfach so langsam. Ich war schon 200 mit Tuning, Leute. Heftige 200 kmh. Einzigartig. Ich darf hier ausgelacht werden. Ich denke nicht. Werde sicher nicht dafür ausgelacht. Werden wir gleich sehen. Eine... Eine... Geile Anfahrt ist wichtig und richtig. Aber es wundert mich, dass das Kennzeichen Ali noch nicht vergeben wird. Ich dachte, dass wir mindestens einen Spieler, der hier Ali oder so heißt und sich das Kennzeichen rippt. Jetzt erstmal eine Anfahrt. Aufs Grundstück. Ja, die werden nochmal gucken. So, ist es aufgemacht? Was geht? Was geht's? Was geht da, Bibi? Alles gut und bei euch? Ich auch. Ja, fresh, fresh. Wir sind Hyped, oder? Ja, was ist? Wir machen uns jetzt auch so eine hinauffällige Farbe aufs Auto wie du. Hyped? Hyped. Wie findet ihr mein Auto? Das hab ich frisch gekauft. Ich find's voll Ali, Alter. Das ist cool, ne? Ich find's Ali. Hat was. Ich hab sehr viel Arbeit reingesteckt und sehr viel Geld. Insgesamt hab ich der ganze 10.000 Dollar fürs Auto mit Tuning reingesteckt. Ich finde nur ein bisschen, dass es unauffällig ist. Soll ich's ein bisschen auffälliger machen? Ja. Ja, das ist schon echt eine Unterwohnenfelung, ne? Also ich finde die... Nee, die Felgen, Bruder. Die Felgen sind schon... Ja, weißt du, ich wollte jetzt hier keine Show machen wegen Freddy. Und Unterwohnen, ja. So. Ich würde nämlich weiße Felgen oder so machen. Ich wollte ja hier keine Show machen jetzt. Ich glaub, da braucht man Traubenzucker. Aber ganz ehrlich, die Frittentheke, ich glaub, ich hätte eine größere draufgepackt. Ja. Du wirst lachen, es gibt noch eine größere. Und die ist so groß, die geht, glaub ich, übers Toffelte Auto drüber. Wieso ist eigentlich die Innenauschkabst, Bruder? Ja, die gehört auch Bink. Binkesitze. Oder weiß. Aber schau mal, mir ist das Geld dann bei den Felgen ausgegangen, wie man sieht. Stimmt. Frisches Bodykit, die Standardfelgen dran. Mach da gut. Ey, soll ich dann, wenn ich den verkaufen sollte, anzeige dann Standardfelgen. Hochwertig. Ja. Das kauft du sicher immer noch. Bruder, binkes Felgen, dann doch wild. Nee, was du mir gesagt hast, ich hab mir nämlich vorhin gedacht, was für ein Auto könnte ich mir kaufen, was wirklich niemand hat. Und dann hab ich gedacht, die sind Hyundai, den fährt niemand. Ich hab den nochmal gesehen auf die Straße. Aber eigentlich Ali, Bruder. Äh, Ali? Ich hab geguckt, dass ich die Teile alle von AliExpress hab, wie den Spoiler. Und da dachte ich mir so, Ali. Bei AliExpress ging sie nicht aus. Billig Tuning, Alter. Was heißt hier Billig Tuning? Ich hab viel Geld reingesteckt. Ich hab für das ganze Auto ganze 10.000 reingesteckt. Mit Tuning. Ist der böse Blick angeschweißt oder angeklebt? Er ist nur geklebt, ich hatte kein Geld mehr am Ende. Billig Tuning. Billig Tuning. 10.000. Also mein Limit war ja 30.000. Und ausgegeben hab ich einen 10er. Schnäppchen. Das war echt ein Schnäppchen. Für die Felgen hat das Geld nicht mehr gereicht. Finde ich gut. Ja. Guten Morgen. Ich mein, ich hätt reinstecken können, aber wir folgen. Guten Morgen, die Runde. Warum hörst du dich so müde? Was ist los bei dir? Ich glaub, er ist aufgestanden. Ich bin grad aufgestanden. Ah. Morgen, Wolf. Ist ja erst 19 Uhr. Ja, eben. Er hat sich hier aus dem Bett gerollt und ist hierher. Ja, cool. Die Dame war grad sehr begeistert. Entschuldigung, ich wollte den Hammer grad nicht auspacken. Ich hab immer noch einen Tag vor die Geburtstag. Das ist immer noch viel schneller. Äh, was ist das? Äh, was ist das? Ne, alles gut. Der 12. Der 12. Der 13. Der 15. Der 34. 1954. Mit 26 Uhr. Boah, wir sind heute ganz lustig. Ne hab ich das Gefühl. Spannend. Wir sind aufgeregt. Full nur. Der fehlt jetzt noch alles. Wie viel sind wir jetzt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sind wir. Äh. Kommt grad noch, ja, oder? Ja, Jason und Vince eventuell noch, ne? Die sind noch, da war noch was offen. Was machen wir mit denen, die eine Minute jetzt zu spät hier sind? Ich würd sagen, die in die Firmenkasse. Ich kann auch später nochmal zurückrufen. Ich würd den Galgen wieder einführen. Wieso nicht gleich die Utiline? Schau mal 10 Minuten, oder? Wär auch ne Möglichkeit. Alles klar, danke dir und schon. Aber jetzt im Laufschritt. Du bist zu spät, mein Sohn. Viel zu spät. Jede Minute zu spät kostet 50.000 in die Firmenkasse. Was weiß ich bei dir? Da ist ich auch dafür. Da ist ich mir auch dafür, dass... Du magst davon aber teuer, Baby. Du hast Strafe mit dem Auto da rumfahren. Mit dem pinken. Hey, was heißt der Strafe? Strafe! Was ist jetzt, was gegen Pinkaus ist, oder was? Mit dem... Nein. Ich sag, dein pinker Urus würde jetzt perfekt dazu passen. Das Strafmobil, Alp. Das Strafmobil. Ui, wer hat dir den Pferdeschwanz hinten abgezwickt? Alter, Drama. Ich hab auch schon drangezogen. Er macht dann... Warte mal probieren. Ich zieh mal rein. Aha. Mach Hü, komm. Mach Hü. Mach Hü. Ob du Hü machst? Ey, du sollst die Hand ziehen nicht ausreißen, Alter. Ich wollte nicht ausreißen, wollte ich dran ziehen. Meiner Mensch. Fehlt noch jemand? Was hättest du eigentlich mal von Extensions, Bruder? Er kann sich so ne... Das ist ja wie Larissa, oder? Nee, er hat einfach ne Proletenpalme in der Zeit. Hey, jetzt musst du nicht auf mich gehen, ne? Baboub, du hast ne Proletenpalme. Aber Larissa steht ja nach vorne, Alter. Ich dachte, die ganze Proletenpalme ist das hier. Wie soll es haben wir wirklich jetzt mal, ne? Könnt ihr irgendwie unterschiedliche Affen benutzen? Guck mal, da war es richtig auf Null. Das ist weiß und hellweiß. Du hast so richtig auf Null den Strich, Bruder, dazwischen. Alter, tatsächlich, guck. Der hat da einfach durchgrasiert. Wie hat er das eigentlich gemacht? Richtig voll mit Rasiermesser, oder? Richtig durchgrasierte, Bruder. So, topf, Bruder. Nee, Bruder, weißt du was? Mit Benzin gegen den Strich. Wer fehlt denn jetzt noch? Der Chmallermann-Wesen. Ich zieh den die Ohren lang, wenn jetzt noch einer zu spät kommt. Eigentlich gesagt, dass er eventuell später kommt. Das heißt, eventuell, entweder er kommt oder er kommt nicht. Gut, dann fangen wir jetzt erstmal an. Passt, starten wir jetzt. Also, ähm, ich weiß nicht, wer es immer noch nicht mitbekommen hat. Nein. Es geht um den Haus des Geldes Raub, den wir schon vorgeschätzt drei Vierteljahr oder so schon mal gemacht haben. Ein Jahr oder so ist ja schon her. Und ich will noch mal mehr Täter, das sind wir schon mal wie letztes Mal, und mehr Geisel. Ähm, am Ende geht's mal den Raub, wer war denn alles letztes Mal dabei? Ich glaub, genau, Ryan war Fluchtfahrer damals, das weiß ich noch. Marc war dabei, das weiß ich auch noch. Der Rest gar nicht. Ist ja klar. Doch, ich. Ja, du noch, Liam, genau. Also, ich weiß, dass Chucky mit dabei war, aber nicht als ich noch von uns. Aber ja, Frau Figma. Ach stimmt, da war ja was. Das kriegen wir auch noch guter, ne? Aber das ist geil. Das ist geil. Ähm. Ähm. Genau, es geht halt darum. Am Ende, klar, es ist ein Bankraub. Bei wo so trinken Pisse, Alter. Ich hoffe, das ist ihrem Bewusstsein. Ich hätte nicht so viel trinken dürfen auf dem Street. Achso. Ähm. Ähm. Das anstrengendste und das aufwendigste ist nicht der Raub an sich, das Innerbank. So, cool. Das aufwendigste ist, dass die Geisel suche und die Geisel umzuziehen. Weil wir werden die Geisel genauso anziehen, wie wir aussehen. Und das wichtigste wäre, dass ihr auch Frauen findet. Ja. Soll ich nicht ins Table nur so eingetragen? Sollen wir noch mit Führerschein dabei? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann sich mal bitte einer bei den Frauen die Haare angucken? Sag nicht. Das trägt man jetzt so, weißt du? Mach schon. Okay. Wechseln wir mal ein normales Outfit. Nice! Ich glaub die passen. Ach ja. Mein Markkump als 7 Outfit. Ja! Dann hab ich mein Outfit schon. Das ist nämlich gleich in das Good Game Outfit. Nur mit einer anderen Maske. Zack. Sieh schon wieder frisch aus. So ähm. So weiter runter scrollen. Jetzt hab ich ein paar Sachen noch nicht vorgelesen. Da 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 da. Bin hier stehen geblieben. Firefight hab ich noch vorgelesen. Das hab ich noch vorgelesen. Kannst du Toyota Supra fahren? Also wir fahren das bessere. Wir fahren hier Hyundai. Hyundai Coupé. Ich weiß gar nicht was das genau für ein Hyundai für ein Modell ist. Keine Ahnung. Aber der Hyundai. Noch besser. Besser als jede Supra da draußen. Dankeschön. Johannes Killer dann. Ami Schatte. Meine erste Spende. Ich gucke dich schon seit sehr lange und ich liebe das Süß. Dankeschön. Carsten Wunder bin gerade am Zeichnen. Freddy auf dem Kindersitz neben dir. Was? Also weil Freddy wieder aus der Fensterscheibe fliegt. Ne? Fangen wir dann wieder aufs Grundstück? Ja wir treffen uns auf dem Grundstück wieder. Jawoll. Obwohl wir können uns alle schonmal beim Spot treffen. Dass ich den zeige. Da wo wir beim Tennisplatz. Sollen wir die auch schon anziehen oder wie? Nein noch nicht. Alles noch ohne Outfits erstmal. Wenn du da nicht bescheid bist wo. Ist das der Tennisplatz bei uns gleich in der Nähe? Genau den wir letztes Mal auch benutzt haben. Jawoll. Wenn jemand kein. Ich weiß wo. Das ist beim Gelände. Wenn du rausfährst. Das Tor weiter runter. Das sind drei Tennisplätze. Oder zwei oder drei Tennisplätze. Da kannst du ja. Drunter durchfahren. Unter den einen. Unter die Tribüne durchfahren. Wenn nicht schicken wir am Notfallstandort. Dann kann man dem Ding halt nie mal driften. Weil es ein Frontantrieb ist. Das ist. Wobei ich könnte mit rückwärts driften theoretisch. Ja rückwärts funktioniert. Halbwegs. Also es ist traurig. Wenn du mit einem Auto nur rückwärts driften kannst. Das macht so. Wenig. Aber es geht. Schaut mal. Wer kann rückwärts driften? Also so Donuts ziehen. Egal. Vorwärts geht es nicht. Ich habe einen Mandala gemahlen. Naja fast. Fast fertig geworden. Guck mal. Ich habe einen Mandala. Habe ich jetzt hier gemahlen am Boden. Einen Mandala. Da haben wir immerhin da in der Schule gemacht. Fahrt mal durch. Und noch. Alles gut nachträglich. Ich liebe dich auf ein geiles Leben. Diese Nachrichten einfach perfekt. Ja. Es ist Beinart. Jetzt sieht man die Farbe. Neon. 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 Wissen alle wo? Wäre ganz cool wenn du mir einen Shutter checken könntest. Ja. Da ist der Rollstuhlfahrer. Perfekt Liam. Neon. Den habe ich letztens so gehört ohne Würze. Neon. Geilter Ali. Kein Problem. Oh der hat 40er Koffer oben. Passt. Ich mag ja das Krum an meinem Spoiler. Ey Marco hast du das Auto von Ryan abgekauft? Nein. Ja. Von Alex West. Die Linke ist schon High Zone schon Alter. Ist schon heiß ne? Das ist High Zone. Das angreifst. Boah habe ich schon Loch in der Abendschule Alter. Ich kann dir auch mal meinen Motor zeigen wo du willst. Richtig heftig was drunter. Dann zeig mir mal deinen Motor. Ja mal unter der Haube. Was da alles. Was da lungert. Oha. Schau mal. Ein richtiger V6. Ne V6 Motor siehste. Besser als jeder GTI. Ein Hauf von Tüll. Das gehört nicht in den Müll. Ein Hauf von Tüll. Ne. Aber das gehört nicht in den Müll. Ja genau. Was das geilste Auto hier. Ja. Egon. John warte mal. Ich helfe dir mal mit der Hase hochziehen. Du bist der letzte. Da habe ich schnell der noch fehlt. Ne. Weiß ich nicht genau. Hallo meine Lieben. Warum heißt das eigentlich Spielzeit und nicht Müllpresse. Und warum heißt das OP Tisch und nicht die Aufschnittplatte. Das. Musst du bitte einmal. Einen Arzt fragen. Dass ich damit gut auskennt. Dankeschön. Dann mach mal. Bist du schon mal hier fragen. Bist du Cops. Ey Cops. Also ich sage der Spot ist eigentlich so safe. Oh die fahren hier durch. Die sehen uns. Die sehen uns. Die haben uns gerade gesehen. Den Spot kannst du schmeißen. Ach doch nicht. Hä die haben uns doch gesehen dachte ich. Ey sag mal. Wo ist gerade der Cop lang gefahren. Äh. Also hinter mir war kein Cop. Ich bin von da. Ich habe gedacht das wäre schon der Cop gewesen. Also ich sage gleich das werdet ihr merken. Das hatten wir letztes Mal auch. Also mir ging es zumindest so. Du hast ja irgendwann. Woher die ganzen Geisten hier. Schau mal nach. Richtig Halluzination. Danke. Fangen. Fangen den Hammer Freddy. Fangen ihn. Ich habe nichts. Weiter. Ich kann das alles nicht mehr. Hammerwerfer Bruder. Pass auf. Wir brauchen eine einzige freiwillige Person. Die einen Fluchtfahrer spielt. Ja hier. Definiere einen Fluchtfahrer. Ja. Der Fluchtfahrer ist leider Gottes der Einzige der ein Auto besetzt. Der wartet draußen auf bei der Bank. Die ganze Zeit. Und macht sich dann einen Weg aus. Der derjenige mit der Beute abläuft. Und den dann einsammelt. 1 0 7. Aber ich weiß wie Ryan. Alter. Sebastian Freindorfer haut 107 Euro raus. Was ist denn da los. Alle bitte einmal ein fettes 1 0 7 in den Chat. Da sind alle gelaufen. Alter Katze. Ich weiß. Das war keiner. Hatte keiner ein Auto besetzt. Alter haut mal rein hier. Er schreibt nichts dazu. Warum schreit du nichts dazu. Also willst du fahren wieder? Alter Sebastian. Vierherzlichen Reiz. Danke. Danke. Einfach im Superchat. Einfach im Superchat. Das möchte ich dann diesmal nicht so machen wie anders. Die Beute. Das macht dieses mal nicht. Weil jetzt zweimal hintereinander die volle Kanone. Ich würde ihn nehmen. Ja Koninemann. Oder Markler. Achso. Nein. Er sollte die Beute nehmen. Wolfi. Nein. Der hässliche Typ mit dem Hut da hinten. Achso. Der Igor hat gar keinen Hut auf. Ah ist das lustig. Ah. Der wieder Kimi. Da hinten. Wo wir gerade von hässlich reden. Da ist sie ja. Der hat den Fahrer gemacht. Wer ist denn hässlich? Ja da bist du halt nicht mit drin. Du bist die ganze Zeit draußen. Larissa 1 und Larissa 2. Wen sind sie so hässlich jetzt? Aber ich bin hässlich die Beute. Ich hab die jetzt zweimal hintereinander. Also. Waren wir jetzt Ryan Fahrer. Das hier ist Larissa. Und Wolfi du Beute. Hi. Ja. Ok. Erkenne ich direkt. Gut dann fahren wir gleich von hier alle zum Gelächten. Ich kriege Geld. Danke. Alles geklappt mit dem Outfit? Entschulden sie dir ihren Schulden. Ja. Die Maske habt ihr auch ja. Also Maske und Outfit haben jetzt alle. Ja. Ich hoffe ja. Schäfchen. Du hast gerade mein komplettes Auto bezahlt. Ja. Ja ich meine den Mark. Ich verstehe keinen Wort oder? Ja ja. Ich ja bitte. Du musst lauter reden. Kaugummi. Kaugummi im Schuh. Ich hab Kaugummi im Schuh. Mhm. Könnt ihr das Frauenoutfit nochmal rumschicken denn im Eva Trailer? Das war für dich oder was? Ja. Ja. Wir würden sonst Frauen priorisieren, dass Frauen Geisel an Frauen übergeben werden. Aber jetzt noch Kaugummi im Schuh? Nee ne? Nein. Passt. Danke für den Hinweis. Das wir halt sozusagen zwei Autos haben. In beiden Autos eine Frau und ein Mann. Das für beide Fälle sozusagen dann. Dass man dann den Sitz übergibt. Aber wir können es auch in einem Fataler schicken. Das könnt ihr euch machen wie ihr möchtet. Jetzt die Frage wie nehmen wir die Geisel mit oder? Braucht ihrs? Das ist fast besser. Aber wenn wir eine finden, dass ich das dann hier erst anfahren möchte oder so. Ja. Ja richtig. Aber stimmt. Hast recht. Dann können wir sie gleich umziehen und dann herbringen. Ja. Ich schick's in den Verteiler rein. Das machst du dann. Genau. Das machst du dann gleich. Ähm. Genau. Geisel wegnehmen. Am Best. Äh. Wegbringen. Entweder stellen wir als selber Autos bereit. Oder wir können vielleicht sogar einen Bus klauen oder so. Ich würde halt ungern jetzt eigene private Autos nehmen. Unten am. Das halt wirklich keine. Keine winzige Spur auf uns halt zeigt. Unten am Flughafen fahren immer so Shuttlebests da rum. Die könnte man nehmen. Oder wir klonen halt wirklich den Geisel nochmal die Autos. Äh. Dann haben wir hier ein Problem. Also ein großer Bus passt hier nicht durch. Ne. Da passt halt nicht durch. Dafür ist der Schlitz zu klein. Witzig ist zu eng. Der Shuttlebus ist auch relativ hoch. Das Loch zu klein. Ja. Der ist zu hoch der Shuttlebus. Da passt gerade so ein Raptor durch. Ja. Dann würde ich sagen. Dann nehmen wir halt immer die Autos von den Geiseln. Ja. Wait a second. Wenn du zwei Geiseln hast mit einem Raptor dann passt das eigentlich. Warte. Warte. Wir fahren jetzt. Geiseln suchen. Du kannst das auch anders machen. Jetzt die Frage. Ein bisschen näher an der Bank dran. Wo du die Geiseln sammelst und rennst dann einfach rüber mit den Geiseln. Wie viele. Warte. Wie viele Geiseln. Darf ich kurz fragen. Wie viele Geiseln wir insgesamt brauchen. Minimum. Es ist kein Minimum. Den man findet. Nehmen wir mit. Ja. Aber schau mal. Wenn wir jetzt. Also mindestens. Ich würde sagen. So zehn oder so. Außer wenn jetzt ein Geisel kein Auto hat. Dann. Dann die nächste. Ich sag mal. Ihr wisst ja selber. Also 90 Prozent der Geiseln findet man ja meistens an der Tankstelle oder sonstiges. Ja ja. Schon klar. Aber. Sau selten. Das war glaube ich einmal ohne Auto hat. Aber warte. Dann fahren wir aber mit ganz vielen Autos an. Schon wie viele Leute wir sind. Das wird voll. Also letztes Mal weiß ich auch. Hatten wir glaube ich zwei drei Raptor mit dem wir angefahren sind am Ende. Mhm. Aber ich weiß nicht ob das private Autos waren damals. Das ist schon zu lange her. Das weiß ich echt nicht mehr. Ob das private Autos waren. Die Autos waren nicht von uns. Die Autos waren nicht von uns. Auch die Raptor waren nicht von uns. Ne. Das war alles. Glück einfach. Dass wir die Autos gekriegt haben. Das heißt. Wir machen am besten. Das heißt. Wir machen keinen Treffpunkt aus. Sondern wir fahren dann alle zusammen an. Auf Go. Zurücksehen. Zu Bank. Wie meinst du. Ne. Wir besammeln die ja hier. Die Geisel. Ist das nicht blöd. Wenn wir die allein sammeln. Weißt du was ich meine. Weil wir müssten ja eh halt dann einzeln fahren. Weißt du. Mit deren Autos. Aber du kannst halt. Du kannst ja nie garantieren. Also das geht ja darum. Du kannst ja nicht garantieren. Dass jedes Zweierteam jetzt sofort dann Geisel findet. So würde man jetzt abliefern. Und dann ist das eine Team wieder. Nicht besetzt. Sondern kann dann weitersuchen. Problem ist halt. Wenn die Polizei das mitkriegt. Ist hier dicht. Weil. Das ist ja der Adrenalinkick dabei. Wäre jetzt übrigens ein Teamchat drin. Das Ding ist halt. Der Raub ist halt nicht der Adrenalinkick. Die Bank an sich oder sowas. Ist erstmal der große Adrenalinkick. Das zu koordinieren. Und versuchen die Geisel zu bekommen. Gut dann machen wir das so. Verstehst du. Ja ich hab halt ein bisschen Schiss. Weil da gerade ein bisschen viel los ist. Da ist gerade ein Bus vorbei gefahren. Dahinten war eine Polizeihupe. Ich bin halt so ein bisschen. Weißt du. Bisschen skeptisch gerade. Ja. Aber die Polizeihupe war eher Richtung Oceans. Also ich gehe davon aus. Dass es zum Oceans ist. Ja hoffentlich. Weil du musst nur. So jetzt waren wir die halt hier gesammelt. Und sind dann hier geschlossen halt los. Aber schau mal. Du musst dir nur vorstellen. Dadurch das Oceans ja hier ist. Da fahrt ja öfters mal Polizei lang. Jetzt stell dir mal vor. Einer fährt raus. Und dann ist schon alles aufgeflogen. Aber das kann halt überall sein. Außer ihr habt noch einen anderen Spot. Wo wir die Geiseln sammeln. Hier bei den Maklern ist. In dieser ganz eckigen Seitengasse. Oder hier. Ist ja ein Parkhaus. Wir können ja auch in den Parkhaus sammeln. Da kann keiner reingucken. Warum halt eine Etage. Hier unten. Was ist das Beispiel? Da unten. Es gibt über der Bank eine Straße. Wo ein Haus ist. Was offen ist. Wo man reinkommt. Da kann man auch alles sammeln. Oder. Ah. Wenn du bei McDonalds weiterfährst. Kommt ja diese Abzweigung in die Hilds hoch. Da ist auch so eine Tiefgarage. Die aufgeht. Können wir die auch an der Hand finden. Das ist der Clip Tower. Das große Hochhaus. Ja. Aber da ist ein Apartment drin. Wie mutig ist das denn? Nein. Nein. Ich meine ich nicht. Die Tiefgarage. Warte doch mal. Wenn du vermecklst. Richtung bei uns Gelände fährst. Kommt eine Abzweig hoch. Zu den Hilds. Und geradeaus weiter die breite Straße. Bei diesem Abzweig hoch. Geht eine Straße zu einer Einfahrt hoch. Und diese Einfahrt. Ist hinten im Eck drin. Und da kannst du Leute drin sammeln. Das haben wir schon mal gemacht. Da ist ja das letzte Mal schief gegangen. Da haben sie ja auch geguckt. Und warst du mit dem Akadius? Meinst du jetzt die Tiefgarage da wo spontan dann eine Geiselname drin gemacht haben? Oder bei Freilichtbühne. Weiß ich nicht. Da war ich nicht dabei. Da war einmal der Geiselname. Einer ist mich aufgeflogen. Er meint da drüber. Oder ne die große ist das ne? Ja lass doch mal. Wir können auch mal. Wenn das Haus drüber der Bank ist. Dann hätten wir das Transportproblem. Schon können mit den Geiseln halt einfach zur Bank hinlaufen. Theoretisch. Ja das ist halt ein. Also ein Geiselt von einer Minute vielleicht. Also schau mal. Wir gehen. Wir gehen. Das freie Lichttheater. Aber nicht das. Was direkt hinter der Bank ist. Sondern das halt da oben. Wo die Straße hochfährt. Weißt du was ich mein? Da wirst Tuning treffen. Da wirst Tuning treffen. Ja. Ach da wo die Auktion und sowas ist. Da waren viele Cops vorbei. Weil da werte von gebaut. Echt okay. Sonst kannst du das. Damals das. Ja stimmt. Rolllum hat es zum Beispiel auch immer angebaut. Auf der Freilichtbühne. Mal ne andere Frage. Was ist mit dem Raum oberhalb der Bank. Wenn hier Sturm war. Wo wir alle hingeweht wurden. Achso ja. Ja aber das. Ne ne. Oder Pferderennbar hier. Aber eigentlich hat er recht ne. Du meinst. Du kommst da nicht rein. Sicher kommen wir da rein. Natürlich kommen wir da rein. Wenn du raus kommst. Kommst du auch rein. Hä? Von was geht es hier gerade? Der Raum ist eigentlich. Was ist bei Pferdereinbarn? Bei den Stallen? Ne das sieht man. Er meint halt den Raum da wo sozusagen. Wenn immer hier so. Gondola Sturm gekommen ist. Aber wir alle rutschen. Ja aber da brauchen wir ja nur ein Kopprichstuk Tanke. Oder zu dem Supermarkt. Ja. Das ist halt sehr wichtig. Ist halt zentral. Aber jetzt mal ne blöde Frage. Das Parkhaus hier ist. Mitten in den Seitengassen. Was ist wenn wir da auf die zweite Etage gehen? Da ist das Parkhaus oder das hier. Genau. Hier ist direkt ein Parkhaus. Da kannst du rein. Das Parkhaus nehmen. Was ist? Ich weiß halt nicht welches Haus du gerade meinst. Wir fahren da eben hin. Ich zeig dir das. Arcadius Tower Tiefgarage. Ich schau mal das Haus kurz an. Ich will da auch mit. Ich will das gucken. Ich fahr mit. Und mit? Wir kommen gleich wieder. Wir schauen uns kurz das Haus an. Weißt du aber hier ist blöd. Finde ich. Hier muss nur einmal ein Kop reingucken. Und die fahren ja öfter zur Bauern. Und dann war's das. Ja. Gut jetzt soll ich das ausstellen. Damals hat es halt perfekt funktioniert. Ja. Aber jetzt ist halt zu viel Verkehr an der Straße hier. Viel zu viel Verkehr. Vielleicht das Theater noch immer wird. Ich weiß nicht. Aber ja. Aber das Theater wird echt oft angebaut. Ja. Weil das kleine dahinter. Also ich weiß das Rollo hat zwei. Okay. Beim kleinen weiß ich für euch noch nicht. Na nicht das große. Das kleine. Ich glaube er ist dem kleinen angebaut. Also das eine große. Da hat also. Irgendein Freibelschwerter hat Rollo auf der Bühne angebaut. Das weiß ich noch. Also eine blöde Frage. Was ist denn mit dem Kino an der Nation? Da fahren auch so viele Kots rum. Das ist halt Hauptstraße da. Bitte überschlagt sich einfach nicht. Danke. Kleiner Hinweis. Was? Hey. Da wird ein Haus gebaut da hinten. Direkt investieren. Die hab ich noch nie gesehen. Jetzt ab in die G-Klasse. Bruder kriegt gegen Kartell. Seh ich mich. Das hier. Da ist das Haus. Da ist doch viel zu wenig Platz. Warum? Wo gehst die Autos fahren? Hä? Ja. Jetzt hab ich mir grad die wegen den Autos. Das Haus ist fresh halt. Da war. Da war. Und hier die Geisel aufbewahren oder was? Das kennt halt keine Sau ne? Also ich kannte es nicht. Also ich kenn das Haus nur vom Vorbeifahren aber nicht. Hab ich mal in einem Magazin gesehen. Und die Tür vorne ist halt verschlossen. Sprich der einzige Weg raus ist halt. Von hier haben wir Schmuddelfilme gedreht oder was? Was? Schau mal mit Schwarzlichtlampe. Äh. Ist bei euch da auch ein Sofa irgendwie quer? Äh. Jaja. Das ist komisch. Hier wird umgebaut glaube ich gerade. Mhm. Sieht ganz komisch aus hier. Ja das ist ja bei mir auch ne? Ja das sieht ja alles strange aus. Ein ganz komischer Schatten ist hier. Jaja. Ich mag das hier nicht. Es geht ja nur kurz darum die Geisen zu sammeln. Die Tür ist zu. Hauptsache hinten ist offen. Ja ich weiß noch nicht weil draußen so wenig Platz ist. Weißt du. Wenn das abgeschlossen ist. Nicht dass das zu ihm gehört. Es geht auch darum draußen ist ja ähm. Ihr wollt ja die. Wir wollen ja mit den Geisel Autos fahren ne? Wie wollen wir die dort unterbringen? Wir könnten ja auch theoretisch. Aber von hier kann die Bank halt laufen. Kann die Bank halt laufen deswegen. Kannst du halt auch laufen. Mhm. Ich weiß nicht. Kein Transportproblem ne? Das stimmt schon aber ich. Ich schau nochmal. Kann ich kurz mit dem Auto fahren? Ja. Aber ich bin auch schon stark. Außer das das Mobilier ein bisschen komisch ist. Mach immer mal auf die Karre. Mach immer auf ne? Ich hab nämlich grad vorhin was gesehen was mich interessiert hat. Mal laufen könnten wir halt von hier. Das wär halt wirklich schneller bei der Transport. Stimmt ja. Die Frage ist halt. Wenn wir so viele sind. Du musst nur eine abhauen weißt du. Das ist halt das Schwierige. Also das ist mir schon zu weit zur Bank. Ja mir auch. Zum Laufen ist viel zu riskant. Weil wenn du da wirklich sagen wir mal. Wir laufen da zu 20 in Rot herum. Ja geil halt. Wir sind auf dem Bundes oder was. Wir sagen wir sind Klimakleber. Okay ne. Das hab ich grad nicht passiert hier. Ich auch noch nicht. Das hab mir grad interessiert was das ist. Ey das da hinten guck mal. Pass auf nicht das das Kartell im Busch sitzt Bruder. Ups. Rüberfahren. Im Kartell überfahren. Ist hier nicht irgendwo so ne Eck. Ah ne hier hinten ist die. Hier gibt's nämlich ne Gasse die ins nichts führt. Da fährt nie jemand lang. Hier die hier. Ja hier hinten wäre auch ne Möglichkeit zum Sammeln. Ja aber es ist halt. Auf ne? Aber es ist halt nicht so safe ne? Dann auch ein Heli drüber so. Ist halt übern Tennisplatz dann. Das ist dann doch immer so weit zur Bank. Was Igor gesagt hat halt im Kino. Kino wär halt wild. Aber da wo du alle rein kriegst ist stark. Da ist halt nie jemand drin. Ja das stimmt. Wir haben noch niemanden im Kino gesehen. Das war zum Kino fahren. Aber weißt du was das Problem ist? Die Leute dort hinkriegen. Dass da kein Kopf vorne steht. Weil die schauen öfters mal wegen der Bank ne. Die kreisen halt da unten. Ihr kennt's ja wenn wir in der Bank gefühlt machen. Immer alle zwei Minuten. Stell dir mal vor. Du steigst aus mit dieser Maskierung so. Und du gehst ins Kino rein. Was wird denn dann bald passieren? Die waren schon potenzielle Geisel oder? In dem Truck. Ich hab schon wieder Polizeirufe gehört. Ich hab schon wieder gehört. Hör mal Rechtspolizei wie ich gesagt hab. Guck die patrouillieren hier. Siehste? Ja. 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 Schau hier vorne ist was los. Siehst du das? Ja. Es ist schwierig. Das Ding ist eh angemeldet oder? Ja. Deine Hose rutscht. Offenbar. Musst du. Kennst du noch vom Autohaus noch? Hier komm mal nirgends wo rein ne? Ich mein eine die hätte ich noch. Ja doch hier vorne könntest du rein. Eine die hätte ich noch. Was ist wenn wir. Wo ist denn dieser Club da. Dieser komische. Hier vorne. Du meinst du Tiki Lala? Da kannst du mich ja hinten parken oder? Hier das Ding. Das ist hier. Das ist rechts hier oder? Den Club. Der Stritzi Club da. Weiß. Nee. Ich denke an den. Nicht im Club. Ich denke an diesen. Da vorne ist sie. Der ist direkt hinter der Bank. Da hinten bald auch rein. An dem Parkplatz direkt. Da hier ne. Weil da wäre die Möglichkeit theoretisch. Das du hier hinten langfährst. Du kommst hinten auch rein. Meint Tiki Lala. Oh warte warte. Du kannst sogar. Hier ist auch. Du kannst sogar hier theoretisch reinfahren. So hier. Hier bist du relativ safe. Hier drüber. Und dann kannst du hier oben rein. Wäre auch ne Möglichkeit. Was ist denn mit dem. Äh. Mit dem Stritzi von damals? Hat der den überhaupt noch? Ist der noch offen? Ich hab keine Ahnung. Lass mal kurz gucken. Oder. Oder warte warte. Weißt du was auch geht? Wenn du die hier absetzt. Guck mal. Hier. Komm mal runter. Da findest du die niemals. Hier drin. Guck. Das du hier Platz hast. Aber da hast du wieder das Transportproblem, dass du sie halt zur Bank kommst. aus. Hier von mir musst du sie halt wieder zur Bank bringen. Ne? Ihr wollt. Also ihr wollt wirklich, dass wir mit ihm zu Fuß dort hingehen. Also laufen wäre halt ne Möglichkeit. Okay. Das ist reine Möglichkeit. Jetzt mal sind wir auch gefahren. Ja. Da in der Hauptstraße laufen halt. Das sind die weg. Ne. Wenn wir das richtig machen klappt das schon. Wir müssen nur nah genug dran sein. Ich zoome mal schnell was. Vielleicht find ich noch schnell. Lass mal freilich binne gucken. Die kleine was. Das ist doch zu weit. Ich weiß nicht welche du meinst. Ich weiß nicht welche du meinst. Die war direkt bei der Staatsbank. Ja das muss da gewesen sein. Da kann man halt easy laufen. Ne das war da. Guck mal das war da wo. Das war ein zweiter gegenüber von dem Laden. War das doch. Bei dem Parkplatz da. Bei dem Parkplatz da ja. Ach das. Ah jetzt weiß ich was du meinst. Aber ich glaub. Ich glaub. Kann man da überhaupt rein jetzt noch? Wenn du da noch rein gehst. Oder der denn nicht zugemacht hat. Dann. Dann wär stark. Ich glaub. Ne. Da zuguck. Oder? Lass mal gucken. Weiß mal probieren. Einfach zugemauert. Ja der ist zu. Die Seite. Einfach. Anstatt verkaufen. Einfach zugemauert. Wo ist der? Schau mal. Hier hinten hast du sauviel Platz theoretisch. Guck mal. Ich denke es halt. Darum geht es mir ein bisschen um diesen Laden. Weil Laden ist halt auch so direkt neben Tankstelle. Ja schau mal hier hinten. Ah wobei da fährt einmal einer durch. Aber was ist das auch? Keiner. Ja es geht eher darum dass du hinten gucken kannst. Schau mal hier Laden hinterm Laden. Also hier bist du auch relativ safe. Das ist in der Laden. Guck mal hier. Das hab ich auch. Ja. Oben in den Räumen drin. Nein. station. Wie heißt das? In den Räumen oben. Die Gesprächsräume da rauf ja. Einfach oben direkt sammeln. Was ist da rechts? Wann kommt da diese Leiter hoch? Ja aber da sihst du ja. Es geht da aber darum dass. Die cops nicht vorbei fahren und uns direkt sehen. Weißt du? Der wird auslad trapped. Weißt du wo noch gehen würde? Das ist auch. Im Hotel. Das ist ähm. Da kannst du ja nur einer einfahren. Da kannst du auch in die Wohnungen rein. Das ist aber auch ultra weit zum laufen. Ja, aber vielleicht, oder von da halt fahren. Ich meine jetzt, das ist halt von allen Seiten zu und hast ein Dach über dem Kopf. Wer geht zum Hotel, Bruder? Jeder ist reich genug und das ist hier rein. Die war da auch nie in der Sau drin, oder? Ne, da ist nie wer drin. Ne, ne, ne. Da ist nie jemand, schau. Ich wusste nicht mal, dass das hier existiert. Das wusste ich. Ich weiß schon mal. Ich weiß schon mal hier. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Weil hier sind keine Sau rein, ne. Hier ist halt nie eine Sau, ne. Problem ist halt, wenn wir die... Autos da draußen halt parken, ne. Ja, das ist ein großes Problem. Ja, das ist es halt. Hab ich überlegt noch was. Ich glaube, einen Spot kann ich mir noch ausdenken. Alle rein. Weil du sagst, Autos unterbringen, ne. Also das Ding ist halt, wir würden halt wahrscheinlich Autos halt schicken lassen, ne. Aber wir würden halt die Autos so vollpacken wie möglich mit den Leuten, dass wir nicht mit zehn Autos davor fahren müssen. Lassen wir mal überlegen. Schau mal, weil hier links, glaube ich, war das hier? Da kannst du... Ne, da komme ich aber nicht hoch. Da ist nämlich auch was, wie du... Ach, warte, von der anderen Seite, glaube ich, geht das? Das wäre eigentlich fast Ziel, der Kämmerbank. Da gehst du nur hoch und dann bist du da. Boah, da am Tag steht einfach Hubschrauber. Ja, wo? Hinter uns, schau mal. Wo ist? Zurück, PD hier oben. Wir haben da Hubschrauber. Oha. Ich seh's nicht. Rechts von uns, Bruder. Doch, Bruder, am Tag zur Oma, PD. Da tatsächlich, what the hell? Hä, warte, ist der... Kann man den... Ist das ein PD richtig oder ist das nur ein... Ich würde es auch gar nicht wissen. Ich hab dort noch nie einen Hubschrauber oben gesehen. Ich auch nicht. Schau mal, warte ich hier. Oh, guck mal, es geht hier auf. Ja, ich bin ein bisschen wenig. Es ist halt keine 20 Leute untergebrannt. Nee, das stimmt. Die Tür wird nicht auf. Ah, hier geht's. Nicht hier rein. Ja, geil. Entschuldigung. Erstmal im Spiegel halt auf einmal. Theoretisch, hier hinten bist du relativ safe mit den Leuten, oder? Und mit Autos. Wie sieht die Scheiße? Das bist du eigentlich von jeder Seite geschützt zur Straße hin? Eigentlich schon. Also du siehst von nichts. Von keiner Seite siehst du hier rein. Und hier kannst du rein und raus fahren. Also von hier könntest du halt laufen sogar. Also hier musst du ja wirklich nicht mehr fahren. Also wer fährt hier rein? Kann man hinter uns rein, oder? Kann man hinter uns rein, da? Da, ja. Wenn man durch die Scheibe gucken kann. Kannst hier reinfahren, ne? Dass das Ding... Nee, ich meine, da war ja eine Wiese. Ja, bei uns ist alles gut, oder? Guck mal, jetzt fahren wir links. Guck mal, da vorne ist so ein Laden, oder? Guck mal, da kannst du durchgucken durch die Scheiben. Hier? Und auch reinlaufen. Nee, rechts, rechts. Guck mal, an der Ecke. Nee, da kannst du nicht rein. Sieht nur so aus. Der ist still bei, da. Ich wäre, glaube ich, für Kino, dass man da die Leute einfach ablässt. Ja, aber das Problem ist, dass es zu obvious ist, weil da fährt einmal ein Kopf vorbei, dann warst das. Na ja, wir können doch Kino. Ja, aber maskiert, Bruder, kommt, kommt Zombiefilm. Schau mal, du steigst maskiert aus, gehst ins Kino. Dann muss nur einer sagen, dass du das Maske trägst, aber das Problem ist, da muss nur einmal der eine sagen, ja hier, ich bin das Geisel genommen worden und dann holen sie alles. Ich fährt einmal nur, ich bin der Ecke, helfen sie mir und dann ist halt vorbei, ist halt schwierig. Was ist hier rechts? Guck mal, hier rechts, das Parkhaus. Das Parkhaus, ja, aber da fahren sie, glaube ich, das durch, oder? Da ist, glaube ich, nicht ganz so safe, oder? Ah, wobei hier drin, schau mal hier. In dem Aufgang hier, Bruder. Hier bist du safe. Du bist auch keine Sau. Ne, da bist du safe, komplett. Und hier kannst du direkt laufen, also wenn du hier fährst, wenn wir von hier fahren, wäre das dumm so. Also von hier könnten wir direkt drauflaufen, da gehst du nämlich einmal hier runter, so, dann nehme ich hier raus, müsste laufen, dann hoch und dann bist du bei der Bank direkt vorne. Du bist perfekt, perfekt. Wäre das was? Dann nehmen wir das. Weil, wer fährt denn mal da hoch, oder? Fährt doch keiner da hoch. Niemand, wir haben was. Kommt mal alle zur Staatsbank direkt. Das ist nicht so auffällig. Pass auf, wir kommen zur Staatsbank und gegenüber von der Staatsbank, beim Tattoo-Laden, gegenüber ist eine Gasse, ein Nebenweg, runter. Da fahrt ihr mal rein. Das Parkhaus, das Parkdeck, da unterhalb von der Bank, dann geht das nicht. Das Parkhaus, das Parkdeck, da unterhalb von der Bank. Wir haben mal platzendis, nehmt, nehmt. Oh, es fängt an zu regnen. Oh, Regen! Ihr fährt doch, ihr fährt doch keine Sau zur Kontrolle lang, wenn ein fresslichen Besen, Bruder. Niemand. Mit Curry-Soße, Alter. Naja, Bruder, dann haben sie es halt aus der Zeitung, oder vom Hauptplatz. Wenn wir alle wieder nachgefahren sind. Beim Tauchen, genau. Beim Tauchen. Profis-Statement zum Ausweichkommando. Oh, der Spot ist echt geil. Weil, der ist direkt neben der Bank. Du kannst ganz gechillt von allen Seiten anfahren, und dann gehst du einfach nur noch hoch. Kannst da noch Autos hinstellen, weil es ist immer noch ein Parkdeck, ne? Genau. Hat ja auch keiner, was wenn du auf dem Parkdeck dein Auto stehnt. Oh, super. Bist du wissen, wer gefahren ist? Ich hab dich jetzt nicht berührt. War klar, dass Larissa gefahren ist. Nobby, Hagenau, wie lange spielst du schon PC? Ich glaube, seitdem ich 13 bin, richtig, sonst, ich glaub, angefangen, am PC mehr zu machen mit 10 oder so. Keine Ahnung. Also richtig zocken mit 13 hab ich da angefangen, glaub ich. Genau, macht er immer. Genau, ja. Xiongipfüllchen, du hast meine eine Pendel nicht vorgelassen. Das ist wieder deutsch, auf höchstem Niveau. Und ich leg's ja alles vor, trotzdem. Johannes Killer, spielst du auch was anderes als GTA 5? Ja, schon. Zum Beispiel gestern oder vorgestern hab ich auf anderen Sachen gezockt. Unter Forest oder der Coin Game. Also wenn hier einer aus Zufall durchfährt, dann fressig ein Besen, Jungs. War schon hier blau, ich bleibe. Ja, naja, das war's. Nein, 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 nein. Also, Larissa hat ein paar Probleme. Macht alle Motor aus. Rissa flüchtet wahrscheinlich grad wieder. Flüchtet Larissa? Ja. Ich hab kein Führerschein. Oh. Wow. Ich bin mal kurz im Bad Nutz. Warum fährst du nicht bei jemand andern mit? Das ist halt wieder so, das... Das ist halt schon wieder maximal unnötig grad. Fahr einfach woanders hin und nicht hier lang. Einfach wegfahren. Das ist der Sound... Also, hört ihr mich alle? Ich schrei mal. Ja, nicht, dass jetzt die Cops hören draußen, ne? Ich hoffe mal, die würden jetzt sicher durchfahren. Äh, doch. Die war immer ziemlich nah dran. Mach grad Pause. Warte mal ganz kurz. Äh, QB braucht den Standard? Äh, ja, wer nicht. Jo. Das ist keine Sau das teilen. Und wenn fahren die nur unten durch, aber auch nicht hier hoch. Ähm, dass wir hier nehmen. Wir sind überdacht. Zu keiner Straße sichtbar. Und... Wir können zur Staatsbank laufen. Und wenn hier Autos stehen. Was wollen sie dir, wenn sie hier stehen? Weil es ist immer noch ein Parkdeck. Ja, stimmt. Hast du Standort, QB? Sie können dich nur mit Hubschrauber sehen. Aber auch, dann müssen sie... Und das ist schon ein Spiel. Dann müssen sie direkt... Wenn du dich nicht dann an die Wand stellst, mit den Geis und so. Äh, lass die beiden fast noch raus. Ich klär das alleine mit den Kopf. Ich hoffe für die Beifahrer, dass sie keine illegalen Waffen bei sich haben. Ja, ja, die können sehen. Die tun den nicht. Äh, und wie sie tun. Ich bin letztem auch mit Rhymin geflüchtet und... Die durchsuchen die Beifahrer. Wurde durchsucht. Wird eh den geflüchtet und die haben nichts gemacht. Wir können ja nichts. So, Mami, danke für den Euro. Das ist egal. Mike, Mann. Wann beginnt der Überfall circa? Und liebe Grüße. Mach gute Streams, EDC. Mach weiter, so gibt nicht auf. Großes Lob an dich. Dankeschön. Äh, jetzt baltern. Wir planen gerade noch, wie wir die Geisen hierher bringen. Oh mein Gott. Das ist der Brauhaarige, Alter. Und dann geht's gleich los, Leute. Also, jetzt wird erstmal geguckt. Was wir im Plan haben schonmal. Dass der auch funktioniert. Weil der Plan sieht wie folgt aus. Wir ziehen uns alle gleich an. Gleich wie die Geiseln. Dann sind wir um die 40 Leute vielleicht. 30, 40 Leute, die in die Bank gehen und wir sind alle gleich aus. Darunter auch die Geiseln. Aus dem Grund hat's die Polizei dann sehr schwer festzustellen, wer jetzt der Täter ist und wer ne Geisel ist. Und deshalb ziehen wir das jetzt durch, Leute. Das wird richtig geil. Kann man sagen, vielen Dank für den Euro. Jakob, du hast aus Versehen einen weißen Unterschert angezogen. Ja, ich bleib mal am liebsten. Aber fast zu zweit, weil die Geisen, außer du lässt die halt alle gefesselt sitzen. Weil sonst ist es so nicht, dass die einfach abhauen und durchziehen irgendwann. Ja, dann bleib ich im Medium da. So, Philipp Seidel, wenn du mich noch kennst, kriegst du den Euro. Ich kenn dich noch, Bruder. Ja, ja. Ich lüg dich nicht mal an. Du denkst fast in jedem Film und fragst mich, ob ich dich kenne. In jedem Stream. Das ist halt echt lustig. In jedem Stream mittlerweile. Also fast in jedem Stream. Ich glaub, du musst vorfahren, weil wir sind eingeparkt. Dann treffen wir uns alle beim Gelände, ziehen uns um und dann starten wir eigentlich. Ja, wir müssen nur ganz schön mein Auto abholen. Mein Pinky. Das ist mal Ablenkung, ich hab Cyberpd hinter mir. Ich hab jetzt keine Sorgen, macht das irgendwie was auf euch zu. Soll dich jemand rausholen? Ja, alles gut. Und wenn, Hauptsache, keiner von euch wird jetzt erstmal reingezogen. Sag mal, wie lang hast du schon keinen Führerschein? Was kriegst du für keinen Führerschein? Äh, das ist nichts. Verbrecherische Flucht sind 60 Monate. Kein Führerschein sind, keine Ahnung, vielleicht 10 oder 10 Sozialstunden. Die Leute, die wir jetzt rausgelassen haben, ihr habt eine Abholung. Äh, das ist die G-Klasse. Fahren wir mal in der G-Klasse vorbei. Mal gucken, ob das in den Kopf war. Ja, die G-Klasse gehörte zu uns. Negativ. Ja, fahr mal hinterher. Fahr hinterher. Was der neue G-Klasse ist, das sind die Cops letztens zivil gefahren. Alles 10. Fahr rechts, rechts, rechts. Scheiße auf dem Motor. Nein, nicht scheißen. Lass das, und dann ist es ein Zivil-Cop, wir verfolgen den, dann sind wir gleich alle. Nein, 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 fahr dem hinterher. Fahr dem hinterher. Glaub mir. Ich will wissen, wer das ist. Geht nur darum, wenn er da gechillt hat, weil er gewusst hat, dass wir hier chillen. Weißt du, weil der ist genau jetzt erst weggefahren. Die G-Klasse flüchtet aber ganz schön schnell. Ich glaube das ist ein Zivil-Cop. Das ist jetzt beim Apple-Shop die Straße zu Mechanikern. Das ist das Auto. Das ist perfekt. Guck mal, wer das ist. Das ist der Dora. Was ist denn der denn gemacht? Was ist denn los? Nee. Oder hast du gerade? Ja. Ja. Wer bist du? Das geht ab ihm. Ja. Was machst du? Wer du bist? Strähle, hi. Wir sind gerade schon mit dem Fliegencode. Hier ist er nicht zu sehen. Ich habe gerade telefoniert. Beziehungsweise in SMS geschrieben. Okay. Vorbitt, ich habe am Straßenrand. Das finde ich gut. Schönen Tag noch. Du bist in unserer Hut, Bruder. Pass auf, sonst stechen wir mit dem Messer. Bratan. Nee, also wir sind schon gesehen, dass das keiner ist. Waco? Hinter uns ist es an der Schau. Blaulicht. Wo sind wir uns? Blaulicht. Hast du nicht gesehen? Nein. Fünf Autos hinter dir. Drei direkt hinter dir. Zwei mit großem Abstand, Charissa. Hinter uns ist gerade, wo wir gerade hochgeflogen. Wo wir den angehaken haben. Waren gerade... Nicht gesehen. Jo? Deine Mission. Mit der Beute. Rauslaufen. Ey, ey, ey. Was machst du? Was denn? Ja. Was machst du denn? Warum stehst du hier? Das kläre ich mir wohl vielleicht einfach direkt, was wir machen. Oder macht's so. Ich dachte, du fährst mich zu meinem Auto, zu meinem Pinky. Ja, ich wollte uns zeigen. Achso. Ja, das klappt gleich Ryan mit dir sonst. Nee, weil es ein bisschen Schau-Polizei verfolgt. Wird jetzt der Termin, sonst hole ich es schnell. Ja, pass mal kurz da raus. Es sind noch mehr Streit. Dann hole ich eben der Ressort. Ja, hol du schnell. Wir bringen uns Fahrt zum Angelende, wir kommen gleich. Jo. Hallo. Euch. Dann kleid ihr das unter euch, okay? Sonst hätte ich ihm das jetzt gezeigt, wie wir das damals gemacht haben. Nee, ich zeige mir das gar nicht mehr. So, Benni, da von der Assistent. Dann danke an Johannes, Killer für ein Euro. Der lag. Wahrer Fact. Red Bull wurde weder vom Gründer erfunden noch verkauft. Hergestellt von Raubgetränke. So, bist du weg oder hast du immer noch Leute? Erfunden hat das ja nicht. Der hat das Rezept gekauft, was ich weiß. Der hat das... War es in Argentinien? Der war irgendwo und hat... Uuuup! Bruder, ich wollte schon zum Auto bringen. Entschuldigung. Ich bin aus Versehen auf die falsche Taste im Auto gekommen. Ähm, der hat das Rezept gekauft und hat das dann vermarktet einfach. Also, er ist nicht der Erfinder von Red Bull, wenn du ein Rezept kaufst. Aber er hat halt den Durchbruch mit dem Rezept, ne? Er hat es richtig vermarktet, sagt man. Ab zum Tennisplatz. Christian Strunz. Marc Kumpel, kennst du mich noch? Den Christian Strunz, kenn ich noch? Gruß geht raus. Philipp Seidel, danke noch für 2 Euro und Marcel Schüssler. Schöne Grüße am Abend. Bleiben, ey. Spätschicht. Schau ihn hoch. Aber höre jetzt bis 22 Uhr. Viel Erfolg. 25 Monate. Ja, Wolzen. 25 Monate schon mit, oder was? Ich bin dieses Auto, ne? So, ja, das geht einfach für 99 Cent. Destroyed Boy ist auch wieder am Start. Kleinen Spendeficker für 10 Euro mit Fies. Vielen Dank. Wann haben wir einen weißen Porsche hin? So, Marvin1.7. Bestes Dank fürs Resum. Philipp Seidel nochmal mit dem Euro-Xun-Gepfültchen. Ich liebe deinen Streams. Und alle auf die 3500 Likes. Wir sind schon bei 3600 Leute. Aber hauen wir nochmal rauf für den Bankrauch. Auf die 50 Millionen Likes. Ja. Robert, haue auf den Like-Button. Bis er bricht. Oh, let's go, hier. Yes. Bis gleich. Du weißt, das konnte ich gerade vorlesen. Elphanick, danke für 2 Euro. Ja, ja. Vielen Dank. Geiler Stream, mag dich. Dankeschön. Dann haben wir für 1,40. Dann neckst du, danke für 1 Euro auch. Mach Kennzeichen Slay Girl. Also ich finde Ali, beste Kennzeichen aus so einem Auto. Foxy, sag was du willst, aber mit der richtigen Farbe wäre die Kiste. Geil. Also Ungerecht hast du nicht. Ich wollte eigentlich so einen richtigen, ja. Wie sagt man nochmal, wie sagt JP zu diesen Autos? GFK König. Wollte ich bauen, aber ja. Er sieht doch etwas zu gut aus, finde ich selber. Aber gut, wenn das in real life vor mir steht, dann würde ich auch denken, wow, was ist das denn für eine ekelhafte Kiste. Das Problem ist, in GTA fehlt dieses Unperfekte, dass das nicht passgenau ist, wisst ihr. Das muss richtig abstehen und falsch. Wobei, das ist nicht passgenau hier. Das ist richtig kacke auf dem Hatsch, die Seitenschürze. Mal bene. So, jetzt geht's dann gleich los, wir gehen gleich die Geiseln einsammeln, sowieso aus. Und dann, haben wir es. Zur Info am besten, jeder nimmt nur legale Waffen mit. Ich wollte gerade sagen, dass du hübsch geworden bist, aber jetzt nimmst du wieder zurück. Wer ist hübsch geworden? Ich? Ich schmeiß hier einfach in der Bank irgendwo in die Ecke rein. Weil ich da schon bin, ich bin heute mal hübsch. Aber ich erklär das doch nochmal. Jetzt geh ich in den Keller weinen. Er findet mich nicht hübsch. Ich geh in den Keller weinen. Hallo Gertrude. Ich glaube so schnell haben wir noch nie in Bangkok geplant. Das geht ja richtig flitt schnell. Und vor allem alle waren schon direkt da. Sonst wartest du immer 50 Stunden, bis wir alle zusammen getrommelt wurden. Heute mal richtig alle geil dabei. Alle direkt da gewesen. Drei Minuten vor Spätung höchstens. Und dann ziehst du gleich durch. Jetzt haben wir den Plan aufgestellt. Es kann nur noch alles schief gehen, was schief gehen kann. Und dann war es das eigentlich. Dann haben wir den Plan durch. Ich hoffe, dass das klappt, so wie ich es mir vorstelle. Waffe nehmen, Glock 17. Yes, die letzte. Rüstung auffüllen, Rüstung auffüllen. Wir haben ja noch, Gott sei Dank, einen Mac haben wir noch. Das passt. Fünf Macs haben wir. Dass wir um die Nazi herum kreisen. Gerade alles Cops. Da vorne kommen gerade vier Copsautos die Runde die ganze Zeit. Ja sicher wegen uns. Also ich bin der Meinung, die haben was mitbekommen. Hab ich das? Was hast du Freddy? Wie ich es vorhin gesagt habe. Immer wenn wir irgendwie Raub machen. Sieht uns irgendwo wer. Und dann wird gleich gekreist. Wie die Aasgeier. 100 pro. Ist ja nicht das erste Mal. Wir sind es doch gewohnt. Das ist doch für uns gar nichts besonderes mehr. Ja in dem Fall geht aber schnell die Motivation. Also einfach ein bisschen warten. Ja aber ist das nicht blöd, wenn wir jetzt den Plan durchsetzen und dann so in die Nähe davon fahren? Ist doch scheiße. Wie bitte? Ja schau mal. Wenn die jetzt dort kreiseln. Wir sind direkt nebenan. Sollten wir nicht einen anderen Spot dann suchen? Wir ziehen das jetzt durch Bruder. Wenn wir jetzt doch eine Stunde einen Spot suchen dann wird es wieder zu spät. Markus was wollen die machen wenn wir da geiseln haben? Ne was. Schau mal was heißt eine Stunde. Ich wüsste schon einen Spot wo wir ihn können mit den Geiseln. Schau mal. Was ist? Pass mal auf. Ich sag dir in zwei Sekunden den Spot. Auf dem Problem liegt ja überschlagen am Gelände. Perfekt. Weißt du was ich für einen Spot machen würde? Könnt ihr doch noch aufschließen denn? Ja. Wie geil sind? Termin ist gekauft. Entweder Schrottplatz. Ganz hinten aber. Welcher Schrottplatz? Ja da wo die ganzen Autos hinkommen. Und die Flieger stehen. Die Schrottflieger. Ja. Jetzt zählen die um. Ja. Weil ist das dumm. Direkt links. Das ist schon ein bisschen weit. Weit weg. Ja aber dann würden wir halt fahren. Dann würden wir halt anfahren. Weißt du ich sehs nur gerade kritisch. Wenn wir jetzt das durchziehen. Und dann sehen sie auch schon wer Geiselnehmer ist und wer nicht vielleicht so auf den ersten Blick. Ich weiß nicht. Oder es ist halt ein bisschen komisch dann. Ich weiß nicht. Ich will eigentlich das Stealth durchziehen. Aber beim Parkdeck sind wir im guten Fall schon alle gleich. Wir sind ja alle gleich. Wir sammeln ja schon die Geiseln alle gleich angezogen. Im Parkdeck sind wir ja schon fertig. Dann laufen wir nur mal rüber. Der Parkdeck ist nur der letzte Sammelpunkt. Der letzte Sammelpunkt ist nicht ganz fertig. Erstmal Geisel und müssen die quer durch die Map schocken. Der letzte Sammelpunkt ist nicht das Parkdeck. Wir liefern sie ja da ab und fahren dann weiter. Genau. Dann machen wir das auch. Die Geiseln die haben am Parkdeck ab und fahren. Nur das Problem ist. Schau mal wenn die Wind mitkriegen. Dass wir die dort abliefern. Die werden das sehen mit den Autos. Dann werden die den Autos hinterher fahren. Weißt du was ich meine. Dann können wir nicht mehr Geisel. Für Spontanität sind bekannt. Letztes Mal wo wir die Geisel gesammelt haben. Aber das kann auf einem anderen Sammelort auch in die Hose gehen. Also die gönnen uns so oder so. Ja aber das Problem ist halt. Wenn wir jetzt das hier machen. Fliegen wir die ziemlich schnell auf. Weil die dort anscheinend schon alles durch kreisen. Ja aber bis. Wenn wir das woanders machen. Die werden das nicht eine Stunde kreisen. Wenn wir das woanders machen. Dann haben wir das Problem nicht. Und auch dort werden die wahrscheinlich wieder kreisen. Logistisches Problem hätten wir nicht. Wenn wir zum Beispiel mit den Autos fahren. Von den Leuten. Und die nochmal anpacken. Weißt du. Du musst ja dein Glück haben. Dass sie auch die richtigen Autos haben. Dann hast du. Dann hast du. Ja wenn die. Dann hast du. Stimmt da hast du auch recht. Ein Punkt für dich. Ja ich habe Vorschlag gehabt zu Abub vorhin. Wir fahren einfach mit Muldenkipper. Wir fahren einfach die ganzen alle hinten aufs Radefläche. Hinten drauf ja. Vollgas. Es wäre dann immer gut. Wenn irgendwelche Autos überhaupt vor der Bank stehen. Dass die halt nicht direkt vermuten. Dass wir halt raus werden. Also wir werden halt zwei drei Autos vorstehen. Aber es geht halt darum. Dass trotzdem die Möglichkeit halt besteht. Dass wir nicht mit. Zehn Autos. Zwei zehn Minuten fahren müssen. Und so. Also ich will halt nicht. Dass es schon direkt schief geht. Bevor wir gut angefangen haben. Das will man. Das will glaube ich keiner. Aber das ist halt der Kick bei dem Rob. Egal wo du es halt machst. Du kannst halt so schnell aufgehen. Du musst ja nur. Allein schon beim Geisel hochnehmen. Schon hoch gesehen werden. Gerade bei so vielen Geiseln haben. Gleichzeitig sag ich mal. Verstehst du. Das Risiko besteht ja trotzdem. Weil wir ja nicht nur eine Geisel brauchen. Oder so. Wir brauchen ja wesentlich mehr. Und dann auch umziehen. Also ich sag mal. Die Geiselbeschaffung hier. Und umziehen ist halt. Allgemein alles Risiko. Hallo. Also ich würde es einfach so machen. Wie das geplant ist. Muss jetzt echt sein also. Ich glaube ich würde es auch da durchziehen. Ich würde mich umziehen. Ich würde die Geiseln jetzt suchen. Dann würde ich. Wir warten also bis alle. Die können hier sind. Würde ich sagen. Ja vor allen Dingen. Was soll denn passieren. Wir stehen jetzt erstmal so lange da. Und warten bis hier. Alter. Das ist grad irgendein Scholl in meiner. In meiner. Steam Group. Alter. Ich streame man. Wer war denn das jetzt. Der wird irgendwie rausgelöscht gerade. Dann können wir noch immer einen. Spontanen Ort machen. Ich würde mal dabei reichen. Warte. Ich habe das jetzt gerade rausgelöscht. Was in die Hose geht. Müssten wir so oder so. Spendant. Aber das wird schon in der FA gesehen. Schau mal. Wenn ich dann auch mit 15 Leuten im Knast auch will. Durchscrollen. Ich glaube wenn wir uns jetzt zu viel. Und jetzt den Kopf machen. Ja 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 ja. Ich bin fast gestorben. Ich bin fast gestorben. In meiner Gruppe geht es gerade ab. Das sind 234 Mitglieder. Da kommt in meine Steam Gruppe. Hier ist Xeon auf Steam. Da sind 234 Leute drin. Das ist meistens so bei mir. Aber wer hat mich das angepasst. Manchmal ist es dann leider gescheitert. Obwohl es immer gut war aber. Jetzt ist es aber mal weg. Ja ja ja. Sonst mute ich das ja. Ich stelle das auf mute. Dann kriege ich keine Benachrichtigung mehr so. Wenn wir wieder mal was hin und her werfen. Keine so. Jetzt höre ich das nicht. Bei ungelassen Nachrichten. Hinweis anzeigen. Passt. Erstmal mute in den Chat. Habt ihr mich gerade gehört? Sicher on stream ne? Na ein paar weniger jetzt geworden. So. Ja irgendwer ist verunfallt. Überschlag mit dem Auto. Ja. Da außen vor dem Tor. Ja. Vor dem Tor. Ist echt geil. Der ist eingeschlafen. Wie wer ist eingeschlafen? Justin. Der hat zu überschlagen oder was? Ganz random. Ja ja. Was? Am Tor oder wie? Ja ja. Zwischen den 2 Toren. Ah. Ah ok verstehe. Jetzt kriegst du gerade 10.000 Freundschaftsanfragen. Leute ich meine nicht. Ich meine nicht meinen Steam-Account. Ich meinte meine Gruppe woher rein könnt. Die Steam-Gruppe. Erstmal nochmal. Also an alle jetzt im Funk. Es wird nur an alle jetzt im Funk. der Glock 17 mitgenommen. Die jetzt bereit sind. Die können sich schon mal in Zweierteams aufteilen. Und Geiseln suchen. Das Team bereitet sich vor und ähm setzt sich da an den Ort wo wir sie sammeln. Und er macht das über Draht oder so. Genau. Ich muss das zeigen auch immer. Macht ihr beide das jetzt. Der andere kann ja schon mal zum Spot von euch beiden. Und dann gehts los. Äh der braucht Termin. Ich hab das Termin. Aber mir ist egal. Ich hab jetzt den Hacker Laptop schonmal. Wenn du hacken willst, gib ich es dir. Sonst kann ich auch hacken. Das ist kein Problem. Den gib ich es dir. Gibt's mehr. Ja. Ah das. Also jetzt haben wir. Denk bitte dran alle Glock 17. Das ist wichtig. Um uns zu identifizieren. Und nicht zu auffällig zu identifizieren. Baller. Da ist es jetzt nicht. Gut dann ziehen wir uns um. Yes. Wollen wir uns vielleicht wegen Polizei und Überschlag. Wollen wir uns vielleicht im anderen Laden umziehen. Ja. Würde ich auch machen. Ich würd nicht hier. Wir machen wir woanders. Achso. Wir fahren ja mit meinem. Mark hast du schon wer mit der mit der Geisel sucht? Sam ist heute super. Ja ja. Ist wieder ein Bug. Alles gut Leute. Das ist leider bei manchen Leuten Buggy. Mark. Guck mal. John für dich auch. Ich mach nochmal Geisel. Was ist los. Hallo. Was ist denn los. Was ist denn los. Hast du schon einen Partner zum Geisel suchen. Nein. Dann such der wir ihn Habibi. Danke dass ich nicht bei Eulen mitfahren darf. Klammer zweier Teams. Ja. Ja dann komm mit. Ich werd nie gefragt. Stück Scheiße. Du hast doch gar nicht gesagt. Komm nimm ihn mit. Komm. Los. Ich hab doch gar nichts gesagt. Steig ein jetzt. Pass auf. Ich bin heute ganz wütend. Schon wieder ends mad. Du hast nicht immer noch mad. Hä. Ja dann los. Oder warum mein Auto. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ach so ist das dein Auto. Oh da passt das schon. Ja. Hä. Du hast nen Liebeskick von mir drin. Geil. Ich bin. Ich weiß ich bin so ein Mädchen was. Wie so ein Mädchen was auf einen steht. Und den dann immer so tritt in den Arsch. Weißt du so. Und den dann die Jacke wegnimmt. Und dann so sagt. Oh du bist so doof. Oh. Kann ich denn ne Jacke haben. Die riecht übelst gut nach dir. Oh man. Du bist voll doof. Aber ich will nix von dir. Weißt du. Und dann mein Kleiderschrank leer und ihrer voll. Mhm. Bei dem Pikmi-Girl. Haben wir nicht gesagt wir ziehen uns woanders um. Ach komm. Scheiß drauf. Ich dachte wir fallen auch ein bisschen weiter weg von hier. Aber gut. Dann halt nicht. Jetzt eigentlich nur nicht im Gelände wenigstens. Im Gelände. Er kommt doch schon wieder zu gesehen. Habu. Was. Meine Maske. Einfach zack. Ich lauf hier lang. Und zack hab ich alles. Ja. Das ist dein wahres Gesicht. Freddy Krüger halt dann. Das ist. Ey weißt du an was mich das erinnert. Freddy Krüger. Das wird sogar passen. Die Maske erinnert mich an was. Weißt du an was. Weißt du an was. Körperwelten. Ach. Du kennst die Serie. Ist das noch ne. Ist das nicht ne Ausstellung. Körperwelten. Och. Ne. Der Teufel. Ich hab Körperwelten gesagt. Dings hier. Wie heißt er denn. Das. Lucifer. Wenn man sein wahres Gesicht zieht. Dann sieht das auch so ähnlich aus. Erinnert mich ein bisschen daran. So. Waffe in die Hand schonmal. Es sind drei Leute beim Gebrauchtwagen drinnen. Oh. Oh. Warte. Waffe in die Hand. Oh. Jetzt sind die Türen kaputt. Toll Habub. Ganz großes Kino. Oh nein. Ich hab heute mal kein Werkzeug casten für dich. Die werden umgezogen. Einmal mit Profis. Umgezogen werden die abgeliefert. Du musst unbedingt das Fahrzeug reparieren. Ja. Warte mal. Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Mach mal das bei Ali beim schnell reparieren. Upsa. Ich hab das falsche Shirt an. Upsa. Wir müssen nochmal wohin. Ich hab das falsche Shirt an sich gerade. Ich hab das falsche Shirt an. Ich weiß raus. Warum setzt uns hier ab? Du gehst reparieren. Upsa. 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 Das falsche T-Shirt. Es wird der mit dem weißen Shirt wurde es. Der mit dem weißen Shirt. Der könnte da zu. Danke. Wir warten auf dich. Boah. Synchron ausgestiegen. Alter. Ich weiß nicht wie mir das passieren konnte. Warum bei Let's Dance mitmachen Bruder. Warum bei Let's Dance mitmachen. Also ist das. Ey warte. Warum mach ich jetzt so ein komisches Unters Shirt an. Welches Unters Shirt hast denn du? Hallo. Ja das ist 65. Das ist ja voll falsch was ich hab. Warte mal. 75.1 sagst du. Ja. Das ist ja voll das falsche Unters Shirt was ich hatte. Wir wollten halt das komplett alles bedeckt. Das weißt du. Dass man keine Haut sieht wegen Tattoos und so. Ich steh grad an der Ampel vorne. Warte. Lass mich kurz gucken. Nicht dass ich noch irgendwas falsch habe. Schuhe und so. Handschuhe. Jetzt bin ich exakt gleich. Also ich hab gedacht wir haben alles gleich angezogen. Lass drinnen warten Bruder. Ahhhh. Ich bin taub. Der gute alte Jens. Jungs. 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 Ich bin komplett taub. Ich bin voll gestört. In meiner Freizeit. In meiner Freizeit esse ich keine Goldfische. Oha. Meine Lehrer hat gesagt ich werde die Kurve nicht schaffen. Deshalb fliege ich aus jeder Kurve raus. Im Schwimmbad pinkele ich ins Becken. Kann man Goldfische eigentlich essen? Also ess man die eigentlich nicht? Ja die kann man essen aber die schmecken halt nicht. Schmeckt halt Goldfisch. Ich esse halt keinen Fisch so. Freddy was ist die schwerste Stadt? In Österreich. Sch... Schwerste? Ja die schwerste. Ja die schwerste. Sind wir? Die schwerste. Uncheck. Aber genau wie viel die wiegen Alter. Eisenstadt. Einer sieht mir nach Pizzeria aus. Das Problem. Eisenstadt. Ich hab schon nie gehört Bruder. Verstehst du den? Ne. Verstehst du nicht? Wo ist das Problem? Bin ich Losgar? Oder bin ich... Eisenstadt. 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 Eisen ist schwer und so. Aber gibts mal... Eisenstadt heißt oder was? Aber der hat aber lang gezogen Alter. Weil Eisen schwer ist. Eisenstadt. Verstehst du? Ich wusste. Gibt's in Österreich ne Eisenstadt? Ja es gibt Eisenstadt. Das ist wenn du nach... Die hab ich halt noch nie gehört. Deswegen hab ich das nicht gecheckt sofort. Ja gut. Das ist... Ey warum werde ich jetzt hier komplett... Ich werde jetzt komplett auseinander genommen. Ich hätte niemals sagen sollen, dass ich auf Ding bin. Ah das nervt jetzt. Oder? Warte mal ganz kurz. Wo sind die Leute am Glücklichsten? Warte mal ganz kurz. Ich hab... Ich hab Kotzreiz. Bin ich wieder da. Ja perfekt. Ich stell' ich mein Steam komplett auf Private. Alter. Kein Bock mehr. Immer noch beim Gebrauchtwagen? Äh ja. Jetzt beim Bennys nebendran. Beim Tuner. Wie viele sind da? Zwei Autos. Hab auf. Wie weit lang brauchst du noch? Ich steh' doch schon. Ich hobe die ganze Zeit vor der Tür. Also... Jetzt ist... Jetzt ist... Jetzt ist... Jetzt ist Mark... Kotzreiz. Ich dreh durch. Ich steh' doch vorne beim Gebrauchtwagen. Drei Leute sind hier. Schnell. Wir müssen schnell los. Oh man. Warte nochmal auf und zu. Es gibt vier Leute mit dem Bennys drin. Die kommen grad alle nach. Oh ne. Ich kotze grad ab. Oh ne. Genau jetzt. Ja. Hallo. Hä? Oh man. Oh mein Gott. Ah. Hallo. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich kotze grad ein bisschen ab. Alles gut. Ja. Mit Internet macht man wieder Faxen. Die anderen fangen... Werden sie das im Internet grad wieder rumleckt? Das ist zum Kotzen, Alter. Dann fahren wir zum alten Bennys. Zwei Autos fahren rein oder was? Wir stehen jetzt alle beim Gebrauchtwagenhändler vor der Haupttür. Wer steht da jetzt? Die Geisel oder ihr? Die Geisel. Die Geisel oder sohn. Und dann... Genau jetzt. Immerhin nicht im Bankrock mittendrin, Leute. Immerhin hab ich da... So die Probleme. Ich korrigiere zwei, weil der eine grad raus ist. Also wenn sie euch bei euch ein bisschen leckt, das bin ja heute ich. Fahren wir jetzt zum alten oder was? Wo brauchen die... Wo braucht ihr uns jetzt? Gebrauchtwagenhändler. Okay. Gebrauchtwagenhändler alle. Das geht... Was ist denn los? Geht dann los. Scheiße. Wir sind jetzt beim Gebrauchtwagenhändler. Jetzt biaut mir noch die Katze an. Jetzt biaut mir noch diese zwei Stadtwerke-Typen. Ja, biaut mich an. Zwei oder drei eben Gebrauchtwagenhändler selbst. Wo seid ihr denn alle? Sind wir jetzt hier alleine? Die fahren jetzt Richtung... Die fahren jetzt Richtung altes... Neues Bennyshof. Richtung Hauptplatz sind die jetzt. Nein, jetzt müssen wir noch mal noch zugreifen. Ey Leute, ich hab jetzt wirklich Probleme. Gebrauchtwagenhändler herum. Nur Corona wird heute zugreifen. Dann los jetzt. Das ist Angriff. Gebrauchtwagenhändler. Mach mal hin. Mach boop. Wir gehen hinten rein. Ach, die sind da drin. Die kaufen gerade. Shoppen gerade. Lass den rein. Lass den rein. Lass den rein zum Gebrauchtwagenhändler. Cops sind da... Fahr zurück. Fahr zurück. Ja, da sind ja viele. Was ist denn hier los? Du kannst aber nicht reingehen. Die sind gerade in der Auswahl. Gucken gerade durch. Wir haben da gerade einen an. Warte, der hat... Telefon? Ne, 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 ey! Ey! Hey, no! Warten Sie? Warten Sie? Warten Sie? Hey, die 50 ist überfallen! Wir haben einen in der Mafia. Wie sieht es bei euch gebrauchtwagen aus? Da drin? Ja. Ja. Bleibt hier da. Wir liefern einen ab. Wir kommen gerade... Äh, wir müssen jetzt, äh... Umziehen. Ich glaube, könnte Cops sein. Ich habe es nicht erkannt. Da kommt ein Auto hin. Pass auf. Ich stehe hier mit dem Raptor, also... Das ist aus wie ein... Was war das für ein Auto, oder? Glaub ich nicht. Das ist aus wie so ein Cops-Auto. Ja, immer so um 20 Uhr bricht mein Internet ein bisschen ein, Leute. Das ist Standard hier. Fragt mich bitte nicht, warum das so ist. Damit muss ich leider leben. Ja, unten in irgendein Kleidungsland. Boah. Schaden vorne zumindest Zivilisten drumherum. Und sind da eingestiegen. Nimm den vielleicht jetzt gleich, äh, links, oder den da vorne hin. Jetzt kommt ein Cop, Taro. Steckt euch entweder unter Fahrt weg. Ich warte raus. Oh, Katze. Okay. Wie bitte? Du wartest, ja. Warte. Es war mit dem grauen Weg, den ihr gesagt hattet. Der im Auto ist lang... Mayonnaise willst du machen, oder soll ich? Was? Umziehen mit ihm. Ich habe gerade Probleme, also mach du besser. Okay. Super Probleme. Ja, Probleme. Taro ist weitergefahren, der hat nichts gesehen. Scheiße. Mein komplettes Internet lag gerade rum. So. Ah. Zieht aber nochmal ne Runde beim geworfenen Händler. Perfekt, schuldiger. Wollt eigentlich nicht dich. Wir haben ein... Unten steht an, äh, an der Versicherung, äh, nicht Versicherung, äh, Führerscheinstelle stehen zwei Autos. Abfahrt. Komm mit. Ey, kannst du einsteigen? Schön, bitte rein tragen. Nimm ihn rein, setz dich. Ey, nimm ihn bitte mit, trag ihn rein, der hat gerade Probleme. Wir fahren schon an, weil der eine ist ausgestiegen. Weg rein. Ja. Das ist der Sound auf der Spinde. Bist du drin? Wer jetzt? Bist du drin jetzt? Wartet mal. Hallo? Schrecklich. Ich tu ganz schnell meinen Router restarten. Ey, ich bin gleich wieder da, ich muss ganz kurz weg. Hallo? Au. Au. Hoppala. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich hör dich fast nicht, Bruder. Ja, ich weiß. Boah, da pisst mich dieses Drecks, ekelhafte Scheiß-Internet an mir. Machen du wahrscheinlich Anmeldungen, oder? Zum Kotzen, Bruder. Zum Kotzen einfach. So, da bin ich wieder. Jetzt soll's klappen. Also, das ist halt wirklich ohne Witz. Das ist so traurig. Da zahlt man schon so viel im Monat fürs Internet, dann klappt's halt nie. Aber ich glaub, jetzt geht's wieder. Jetzt ist er wieder grün. Bitte fragt mich nicht, woran's liegt. Das ist, das kommt auf einmal so. Und kackt mein komplettes Internet rum und dann irgendwann geht's wieder. Dann starte ich nen Router neu und dann klappt's wieder. Also fragt mich bitte nicht, warum. Ich weiß auch gar nicht, ob der Stream jetzt noch läuft, ob der jetzt zu Ende ist, ob der jetzt weitergeht. Ich könnte nur gerade wieder übelst kotzen, Alter. Ich könnte einfach wieder abkotzen. Ja, jetzt hat er wieder die Sachen nicht gespeichert, Alter. So ein Dreck, Alter. Jetzt speichert YouTube auch diesen Stream wieder nicht richtig ab. Ich glaub, ich geh auf Twitch, Alter, ohne Scheiß. Jetzt ist der ganze Stream wieder im Arsch. Jetzt kann ich wieder später Dings neu hochladen. Kann ich das wieder später auf Privat stellen? Weil sonst die Leute da denken, äh, warum ist der Stream nicht ganz da? Jetzt kann ich dann wieder auf Privat stellen später. Geil, danke. Wirklich, danke, Leute. Aber es läuft jetzt. Es funktioniert ja wenigstens. Das ist wirklich allerletzte Abschau, mein Internet. Allerletzte Abschau ist das. Oder mein Router. Ich weiß nicht. Ich starte... Weißt du, es macht doch keinen Sinn. Ich starte meinen Router neu. Auf einmal geht mein Upload wieder normal. Was ist das für eine Scheiße? Ich starte meinen Router neu. Und der Upload ist normal. Was ist denn das? Das macht doch keinen Sinn. Kann mir das mal erklären, warum das so ist? Und dann immer mitten im Stream. Ich bin grad mitten dabei. Um 19 Uhr, 20 Uhr. Das ist doch Abfuck. Jetzt kann ich den Stream auch wieder auf... Jetzt ist auch YouTube wieder resettet. Jetzt kann ich den Stream nach dem... Also nach dem Stream kann ich ihn wieder auf Privat stellen. Boah, das wird wieder richtig lustig. Danke, wirklich. Und auch danke an YouTube, dass ihr das so... Danke an YouTube, dass das Thumbnail wieder das komplette Fallschirm für manche Leute ist. Und dass es dann wieder auf Privat gestellt ist. Das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß, Leute. Boah, das kotzt mich grad so an, Alter. Das kotzt mich so an. Aber egal. Ihr seid Leute, also wenn ihr das Stream später auf Privat gestellt ist, wisst ihr warum. Weil das muss ich auf Privat stellen. Weil sonst das Video wieder nicht verarbeitet ist. Ähm. Stehen bleiben. Hilfe. 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 Bitte bleiben Sie stehen. Ah. Ich auch Hilfe. Hallo? Wer sind Sie? Äh. 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 Ich brauche Geld. Haben Sie Geld? Nein. Äh. Ich will mir einen Burger kaufen. Alles gut. Ich brauche Geld. Haben Sie Geld? Ich brauche Geld. Haben Sie Geld? Ich brauche Geld. Haben Sie Geld? Haben Sie Geld? Ich probiere gerade abzulenken, dass der da weg fährt. Ich fühle mich, dass er sieht, dass ich ins Auto einsteige. Oh ne. Ja, der fährt genau jetzt dahin, wo ich denke, wo er hinfährt. So, das funktioniert wieder. Ja. Äh. Hauptsache das. Jetzt haben Sie mich alleine stehen lassen, Alter. Ich könnte auch wieder so abkotzen. Check, check. Hallo? Check. Ja, wir kommen und dich gleich holen. Ich wurde schon hier hingelassen. An dem Laden. Wir haben doch hier im Laden. Wir holen dich. Ja, da war gerade. Ich habe gerade für Ablenkung gesorgt. Da war gerade so ein weißer Merzier Dispenser. Weiß nicht, ob das im Kopf war. Ich habe hier ein bisschen abgelenkt. Ja, dann könnt ihr das erst im Nachhinein gucken. Dann könnt ihr das erst morgen nachgucken, die Wiederholung. Wir hätten noch Platz. Freut mich. Ich sehe immer einen Standort. Wir hätten einen über noch. Ja. Ja. Also Harmony, Palitos, Grape Seat, alles gut. Hey, die 50 ist überfallen. Da sind die Brees. Holst du ihn einmal raus? Also einmal das Kabelbinder. Er muss einmal nur die Brille absetzen. Einen wunderschönen guten Abend. Du musst die Brille absetzen. Abend. Was lauerst du? Abend. Achso. Ja. Er schlägt dir einmal raus. Den meinte ich, den Wagen da hinten. Schau mal. Aktuell Unfreiwillige suchen. Hey, wer ist denn der Wagen da hinten? Ja, ich sitze mich mal dran. Achso. Hä, was machen die jetzt? Wer sind wir alleine unterwegs? Ich glaube Flo war vielleicht noch alleine. Wer weiß, was das Bizarre ist? Die fahren normalerweise Weiße Malbachs. Bei Cops. Auf deren Markenzeichen. Das ist das. Okay. Na, einer war auf jeden Fall den, den jetzt der X7 im Auto hat. Ja, ich hab grad einen Anruf gekriegt vom Nick von der Pizzeria. Hab mir grad jemanden von Ihnen einpackst haben. Ja, die kreisen da bei uns schon rum. Ja, ich leg mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich. Gut, äh, der Ort bleibt wie folgt. Trotzdem aufgebunden. Okay. So, jetzt geh ich mal auf. Der Saarländer wünschte, ich hätte manchmal dein Problem mit dem Internet. Bei mir ist der Standard. Ja, Alter, aber trotzdem. Das ist halt... Weißt du, du lebst schon mitten in der Stadt, Bruder. Du lebst mitten in der Stadt. Zahlst 60 Euro im Monat für geiles Internet. Und dann klappt das seit Jahren nicht mehr richtig. Das kotzt so ein. Vor allem weißt du, es ist nicht mal was. Ich restart einmal den Router und es geht wieder alles, der Upload. Der Upload ist auf einmal im Popmus und auf einmal geht's wieder. Frag mich nicht warum. Das verstehe ich nicht. Da muss ja irgendwas mit der IP nicht stimmen oder so. Oder ich weiß nicht was. Oder ich werde geddosed. Ich weiß ja nicht was los ist. Auf einmal geht mein Internet in die Knie. Aber richtig hart. Bis ich meinen Router gerestartet hab. Macht ja keinen Sinn irgendwie. Wir müssen dann nachher noch tanken. Aber ja, jetzt immerhin jetzt läuft. Ich bin froh, dass es jetzt gerade läuft, Leute. Ich bin gerade einfach nur happy. Aber trotzdem diese Kacke schon wieder. Keinen Bock drauf. Keinen Bock. Sonst kann ich den Chat wieder öffnen. Leute. Das war mal der Chat echt unerträglich. Jetzt geht das so. Wir haben hier hinten nach Marsch. Ja, da ist er doch. Ja, alles gut. Er hat Kabelbinder dran. Ich weiß nicht woher die ist. Soll ich rausschießen? Ich hab kein Problem mit. Ich hab noch mit sehr viel Abstand hinter dir. Das ist der Marsch. Ja, weil die uns schon zu zweit verfolgen müssen. Du sitzt hinter ihm, ne? Du sitzt hinten. Er steckt immer was im Mund. Irgendwas gerichtigt, dass man da nicht rufen kann. Soll ich denn was im Mund stecken oder was? Ja, damit er nicht rufen kann. Der Kopf schaut durch die Gassen gerade. Aktuell weiß er es. Wissen sie es eigentlich nicht, dass wir das sind. Ja, wir müssen jetzt mal den Socken ausziehen. Warum? Steckt er das mal im Mund? Hm. Ey Alarm. Wir sind gerade beim Mechaniker. Drei weiße Maibachs vorgen. Wir können doch mal mit den Fremen, was sie wollen. Ja, frag mal. Ja, was die wollen. Die kamen gerade im Funk. Wir haben einen von denen eingepackt. Ja, aber wir müssen doch nicht wissen, was wir denn dabei haben. Wir sehen alle gleich aus. Wir haben gerade unser Outfit gesehen. Wir können sie natürlich als Geisel nehmen. Das ist die Idee. Ich würde gerne mal meine loswerden. Habt ihr ne Geisel bei euch oder warum verfolgen die euch? Was ist los, Bruder? Wahrscheinlich wird er genau aufgehen. Was geht da, Babys? Hm. Was wollt ihr denn, Alter? Habt ihr einen Kollegen von uns? Nee, haben wir nicht. Das waren wir und jetzt der X7. Aussteigen. Vorunenweg fährt mit Blaulicht West Highway hoch nach Palito. Wer soll aussteigen? Was wollt ihr denn? Ende hoch. Ende hoch. Zieh mal bitte die Maske ab. Wieso sollten wir? Weil ich dich darum gebeten hab. Ey Jungs, fahrt weiter einfach. Wir wollen unsere Kollegen. Lass unsere Kollegen raus. Welchen Kollegen? Wer ist jetzt so, Kollege? Wie heißt der? Sag mal, wie der heißt. Sag mal, wie heißt der jetzt? Der Kollege heißt Theo. Der Kollege heißt Theo. Rote Don. Theo, wie? Wir sind jetzt unmittelbar vorm Standort. Jetzt mach mal die Waffe weg. Ich zieh doch auch nicht auf dich. Mach die mal weg. Nee, steck du sie weg. Ich bin hier in der Verhandlungsposition. Jetzt chillt doch mal. Jetzt fahrt nochmal den Gang runter. Alles gut? Ich check gar nicht, dass ihr denkt, dass wir jetzt irgendwie ne Geisel dabei haben, die von euch ist. Wir haben vielleicht ne Geisel, ja. Aber warum sollte die von euch sein? Weil unser Kollege eben am Gebrauchtwagenhändler eingepackt wurde. Ja, da war aber nicht nur eine Person, oder? Wir hatten mehrere Leute in roten Klamotten, oder? Äh. Schwarze SUV. Schwarze SUVs. Schwarze SUVs. Schwarze SUVs. Rote Klamotten. Wir sind gerade 15 Leute mit roten Klamotten. Ich war mal Mechaniker. Das war der letzte Punkt. Ihr habt hier irgendwie in den letzten 2-3 Minuten eine Person mit roten Haaren eingepackt. Was sollst du denn? Sei mal leiser da hinten. Roll du nicht. Wer sitzt da hinten drinne? Ein Thomas Zwetschko. Definitiv keiner mit roten Haaren. Aus NRW. Könnt der Fahrer bitte einmal einsteigen? Könnt der Fahrer bitte einmal einsteigen und die Fenster runter machen? Drei. Machen wir mal. Dass wir kurz mal reinschauen. Ja. Ey Jungs, ich will jetzt nicht pushen oder so. Aber ich glaube da hinten steht ein Kloch. Dann fahren wir an, wie sie stehen beim Ocean. Das ist mir scheißegal. Ja, mir ist es aber nicht scheißegal. Der steht da. Na, wer ist das jetzt? Ist das euer Freund? Ja. Der kann doch nicht die Maske abziehen. Ja, natürlich kann er nicht die Maske abziehen. Und da ist schon die Polizei. Guckt. Wunderbar Jungs. Super Jungs. Und weiter. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Wenn ihr nicht kooperiert mit uns? Wir kooperieren doch. Nur, woher wisst ihr, dass das euer Typ ist? Mit einem schwarzen SUV wurde der abgeholt oder was? Das ist genau der hier. Wir haben euch doch einfach nur gebeten, dass der Herr die Maske auszieht oder mal aussteigt. Ist ja nicht umgesetzt. Ja komm, mach. Wurde dann auch gesagt Scheiben runter machen. Ja, Scheiben runter. Komm, dann sag doch gleich was ihr wollt. Dann komm raus da. Komm raus. Ach so, der kann ja nicht. Ah doch keiner. So. Pass auf, ich mach dir die Coverbinder ab. Dann ziehst du ab und dann schau mal wer du bist. Ist okay? Ist doch jetzt eh schon für die Fischer. Wer ist das Bruder? Ja. Das ist unser Mann. Perfekt. Sag doch gleich wer du bist Bruder. Was sollst du da hinten im Auto? Ich hab die ganze Zeit, ich hab deinen Jungs gesagt wer ich bin und wo ich herkomme. Ja wo kommst du denn her? Wir haben dich trotzdem mitgenommen. Aus NRW oder was? Ich hab nichts gehört. Also ich muss sagen, er hat nichts gesagt und kann auch an der Socke liegen. Ja, aber für euch alle. Wir haben jetzt gewechselt auf die Graue. Alles gut, ihr könnt weiter. Alles gut, die Cops haben jetzt auch keinen Grund sie hier festzuhalten. Na doch, natürlich haben sie einen Grund. Perfekt, wir sind maskiert. Frage, ist eine schon geißen abgegeben worden? Ja, wir haben unsere gerade abgegeben, das war aber die erste. Seine ist ja schon umgezogen. Ja Jungs, das beste was wir jetzt machen, wenn wir nicht flüchten. Weil jetzt sind wir in der Position, dass wir nichts gemacht haben. Wir haben auch nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht, das wäre das beste, wenn wir jetzt nicht... Okay, wir werden... Wie läuft's in der Kirche? Sie wollen die anderen. Drei. Gut. Mal kurz stehen zur Sicherheit, falls die was von uns wollen. Wir sind nicht in der Position, dass wir flüchten müssen. Ich dachte, wieso haben wir eigentlich den da hinten? Ich dachte, wir haben den Bauarbeiter gehabt. Ich dachte auch, wir haben den Bauarbeiter. War das nicht der Bauarbeiter? Ja, das war nicht der Bauarbeiter. Das war der andere. Ich glaube, die sollen noch ein bisschen chillen. Die haben die anderen nämlich haupt genommen. Ich dachte nämlich wirklich, wir haben den nicht von denen. Ich wusste, der Rothaarer ist das. Ey, ey, lass wegfahren. Fahr weg, fahr weg. Ne, die wollen uns nicht. Ne, fahr weg. Also, die Mafia in den Weißen Maibach haben uns jetzt bedroht. Jetzt haben die die Polizei am Arsch. Also die Polizei ist abgelenkt. Gebt alles, Jungs. Zieh durch. Das Problem ist, die wird sagen, wir haben den mitgenommen. Weihnacht zur Kirche, ja. Wieso? Trag den letzten vielleicht. Wir sind doch klar. Ich bin 200 Meter unter unserer Kirche. Okay, ne, ist einfach direkt bei der Kirche. Warte mal. Sollen wir noch parken vorher? Ja, ja. Aber wir sind doch gebraucht haben, dass er bei uns drum sitzt, Alter. Ich dachte auch, der Bauer war so. Wir hatten ja recht, aber ich dachte nicht, dass wir den haben. Ja, aber er meint, er hat die ganze Zeit rumgeflennt, dass er von der Dings arbeitet, so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was er gemacht hat. Ich war ja nicht da die ganze Zeit. Ich hab davon nichts mitbekommen. Wir haben, wir hatten nämlich den Bauer weiter. Ist halt scheiße gerade. Wir hatten den Staatswerke-Typ. Alter, ich bin so hart verwirrt gerade. Weiß warum, weil ich gar nicht dabei war. Ne, beim Gebrauchtwagen war einer der Rothaar. Ja, den hab ich noch mitbekommen. Genau, und wir haben den Stadtwerke-Typ eingebackt. Aber anscheinend jetzt beim Kleidungsladen haben wir jetzt den... Da gab's anscheinend nen Tausch. Da gab's nen Tausch, ja. Oh! Und ich dachte wirklich, wir hatten den von den Stadtwerken, weil den hat er ursprünglich nämlich gekriegt. Weil er meinte, er meinte die ganze Zeit, er hat den Jungs gesagt, wer er ist, weißt du? Stimmt Jungs, pass mal auf. Weil der so aufgemuckt hat, ne? Ja. Und weil der andere noch nicht fertig war, hab ich gesagt, stimmt damit. Das Ding ist, ich hab bloß nicht die Haare gesehen, weil er hat halt Kapuze aus. Ahhhh. Deswegen, ich hab keine Haare gesehen, Bruder. Was für Haare er hat. Ich dachte, wir hatten wir gesehen. Ah, krass. Dann fahr ich schon mal vor. So, wir suchen, ey fahr weg, wir suchen uns den neuen. Komm, wir fahren. Fahr, äh, Versicherung oder so. Da ist immer gut. Versicherung ist immer was los. Oder Tankstelle oder so. Wichtig ist, dass die so abgelenkt waren jetzt, weil die uns bedroht haben. Dass die uns einfach fahren haben lassen. Weil, stell dir vor, der würde jetzt sagen, ja, wir haben den eingepackt. Ja, dann wissen sie was los. Weißt du, was das Gute ist? Wenn ich über die Mafia, aber die werden jetzt da mehrere sein. Das kann sein, dass die... Oh, sicher, guck mal. Rechts, 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 rechts. Da gibt es sicher tanken. Kann sein, dass die, die auch Shooter und so machen, ne? Kann sein, dass die jetzt so beschäftigt sind, ja. Was ist bei der Dings los? Da steht jetzt noch ein Security-Auto bei der Kirche. Da haben wir gerade drei Leute eingetütet. Dann hin, 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 bevor der Polizei ruft. Sollen wir da nochmal anfangen, dass der Chef ist? Wir sind direkt da. Wir sind direkt da. Ja, dann. Die anderen drei sind schon weg von denen deswegen. Ey! Ey, warte mal. Ey, knall den so ab, wenn der wegrennt. Knall den ab. Mache den doch. Ich schieße, Bruder. Halt an jetzt. Mach jetzt noch einmal was, Bruder. Du hast ne Kugel in deinem Kopf. Was macht der? Ich schieße, hinten. Pass auf. Original, fach. Scheißegal. Was macht der? Bruder, nimm ihn fest. Nimm ihn fest einfach. Ich hab kein Bock auf die Scheiße. Was machst du? Der müsste noch mal wieder drin sein, oder? Und safe. Wir kreisen kurz um Masken da an und passen auf. Ich geh mal schnell. Einmal nicht den Kopf einziehen. Erstmal schön gegen Donner. Negativ. Eigentlich nicht. Ey, Bruder. Du warst kurz dabei, dein Name hast du versprochen. Ey, Leute. Wisst ihr, was grad krass ist? What? Ich hab ganz kurz im Kopf, weil ihr Vollidioten. Hast du mich grad Vollidiot genannt? Hast du mich grad Vollidiot genannt? Hast du mich grad Vollidiot genannt? Ich musste kurz was dringendes im Kopf regeln. Was im Kopf regeln? Ich regel gleich was anderes. Hast du mich grad Idiot genannt? Ey, warte, war Farmer Seitengasse. Hat der mich grad Idiot genannt? Sorry, Bruder. Den nehmen wir nicht mit, Alter. Den liefern wir woanders. Den liefern wir woanders. Sorry, tut mir leid, aber ich hatte... Nein, halts Maul, Bruder. Was redest du noch mit mir, alte Klappe? Ich bin vor fünf Minuten in den Dienst gekommen, gleich sowas. Ja, das ist ja immer schön, Bruder da stehst. Renn doch nicht weg, oder? Du bist doch weggerannt von uns. Ey, wir müssen wegen dem Event gucken. Darum ging's eigentlich hauptsächlich grad auch. Ja, weißt du grad woanders? Und welches Event denn? Was brauchst du denn? Was für ein Event? Ja, anscheinend haben wir irgendein Event am Sonntag. Lettes Sonntag Event? Ja, wir haben auch ein Event am Sonntag, wie du siehst. Stell' mal aus. Achso, wir konnten ja nicht raus. Wie kann ich nicht? Ich bin gefesselt. Ja, dann probier' mal aus. Kann ich dir die abnehmen? Dann probier' mal jetzt. Ich nehm' dir jetzt die Fessel ab, ja? Ja, doch. Ich nehm' ihn dir ab. Geht das? Kannst du jetzt raus? Nee. Nee, achso, dann kann ich den nicht abnehmen. Warte. Hast du jetzt Fesseln ab? Nee, ich hab noch ein paar Menschen dran. Ach komm. Ich versuch' dich, ja? Ja. Ja. So, ich nehm' dein iPhone und dein Funkgerät nur ab. Hast du ein Funkgerät dabei? Ja. Ah, da ist es. Bruder, was hast du mit im Kopf? Hast du was im Kopf oder was? Ja, ist egal. Was ist egal? Ich lass' dich jetzt mal, ich lass' dich jetzt mal frei. Klär'n das jetzt. Ja. So, was hast du jetzt für'n Problem? Ist jetzt egal, komm ich... Ist jetzt egal, komm ich... Ist jetzt egal, komm ich... Nein, 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 was ist jetzt dein Problem? Sag' mal, was ist dein Problem jetzt? Ich muss mir da ganz dringend was wegen meiner Katze im Kopf gucken. Was ist deine Katze im Kopf? Was ist das? Kann man das essen? Egal. Was ist egal? Weißt du, wie wir angekommen sind, bist du von uns weggerannt. Du warst ja da. Und auf einmal, Bruder, warst du im Busch, Alter. Du warst ja im Busch, du hast doch gesehen, dass wir da gekommen sind, oder? Ich hab' gesehen, dass ein Auto hinlang gefahren ist. Ja, aber du bist doch von uns weggerannt. Das klar warst du denn? Nein, ich hab' eigentlich meine Kollegen auf den links gesucht, weil wir uns da treffen wollten. Ich hab' dich angebrüllt. Wir sind hinterher gerannt und haben dich angebrüllt, Bruder. Hab' ich nie gehört. Was sollen wir jetzt mit dem? Wie gesagt, kommen wir vorher keine mit. Wir brauchen den. Er hat sich anscheinend gefangen. Wir nehmen den jetzt doch mit, Bruder. Du kannst froh sein, dass eben mein Kollege hinter dir stand. Ich hab' dir immer innerhalb des Autos den Kopfschuss gegeben hat. Du, ich war so kurz davor, du den Kopfschuss des Lebens zu verpassen. Richtig? Du auch, ne? Ja, ich war so kurz davor. Aber ich stand auf der anderen Seite, Bruder. Sonst hätt' ich dich mitgetroffen. Wer Geisel haben wir denn jetzt? Bruder, alles klar. Wir haben noch zwei Maskenladen. Aber ich glaub, der hat psychische Probleme. Der sagt, der hat Katzen im Kopf. Hast du gehört? Ja, Bruder. Der ist ja voll fertig gefahren, Bruder. Du passt jetzt mit der Rumpel und Herr Bub? Wir sind unterwegs, Bruder. Wir haben einen. Achso. Ich war so kurz davor, die Glocke zu drücken. Und weißt du, was er macht? Er sagt, im Kopf. Das sagen wir hier nicht. Was labert er? Ich frage die ganze Zeit, was er meinte mit im Kopf? Wir sagen keinen, ich bin im Kopf. Ich bin mal kurz im Kopf, das sagen wir nicht. Ist sogar auf der Blacklist bei uns. Ja, ich bin mal kurz im Kopf gewesen. Werdet ihr gerade zufällig verfolgt oder wurdet verfolgt, right? Ne, ist dann auch eher wie ein blauer Charger raus. Machst du, Bruder, Mayonnaise? Ah, hier ist alles voll, Bruder. Ja, lass wegfahren, hier ist scheiße. Ne, kann man nicht, ist jetzt offen. Geht nicht mehr zu. War unten da bei, jetzt hier links oder da? Wir haben zwei Leute von... Ja, ne, fahr, fahr, ähm... Ja, ne, warte, ich mach das. Fahr am besten... Hier hin, glaub ich. Ah, ich kann's nicht, ich kann's nicht auf den Navi eingeben, weil du schon eingegeben hast. Der da hinten, Alter. Leute, wisst ihr, was grad lustig ist? Dadurch, dass der Stream abgehackt ist, dadurch, dass er abgekratzt ist, hat der Stream gerade fast doppelt so viele Aufrufe bekommen, weil die Leute den neu angeklickt haben. Das find ich grad übelst lustig. Wir haben grad 63.000 Aufrufe. Davon waren so 40, glaub ich. Und nachdem ich den Stream jetzt... Der neu gestartet wurde, ist jetzt 63.000. Hahaha. Also es hat schon ne... Es hat grad nen Vorteil gehabt, dass der Stream... Das heißt, wenn ich jedes Mal den Stream abkratzen lasse, die Leute wieder neu draufklicken müssen, macht der Stream mehr Aufrufe. Ich warte. Ist ja voll lustig eigentlich. Leute, lass uns den Stream drüber abrauchen. Der einzige Vorteil jetzt gerade durch den Crash. Der hat nen Jugo, oder? Ja, warte, ich mach das. Nein. Soll ich ihm jetzt alles ansagen, oder was? Du sagst an, ich halte. Ja. Wenn wir alle rauslaufen. Ja, warum? Ja, sorry. Ist gut. Also. So, Bruder. Hörst du mich jetzt zu? Hörst du mich? Du ziehst dich jetzt genauso an wie wir. Oh, nur Simcard und Akku. Jo. All verstanden. Du hast schon in die Ecke, dass die uns von draußen nicht sehen. Ich geh in die Ecke mit der Waffe. Ja. So, ich nehm dir jetzt frei, dass du, dass du jetzt hier deine Sachen machen kannst. Du kannst dich jetzt frei bewegen. Solltest du irgendwas machen, knall ich dir die Schädel weg. Ich will doch wissen, welcher Geist. Dann sag ich dir mal an, ja? Ja. Guten Tag, was gibts? Ich hab grad ne Nachricht bekommen von ihm. Von wem denn? Von dem hier? Ne, von dem anderen. Warte mal, mach du mal kurz. Was ist hier los? Ich hab keine Nachricht geschickt. Ne. Ich dachte schon, was hier los ist. Ich hab grad schon gedacht, dass es im Kopf gewesen ist. Ich dachte, ich dachte auch schon, dass es im Kopf ist. Untershirt 75. Nehmen sie das. Untershirt 1, 75. Untershirt 2, 1. Ich mach mal erstmal erstmal die Beste weg, damit ich sehe. Fünf Minuten kommt voll von den Kopf. Jetzt haben die mich einfach vergessen. Ich fahr mal mit 80 an denen vorbei. Juckt die nicht? Ja, die haben vorhin die ganze Zeit die Mafia gefolgt. Vielleicht haben die irgendwo Shooters oder so. Untershirt 75. Untershirt 1. Das ist die 75. Untershirt 2 ist die 1. Na, kein Bock. Genau das hier. Das nehmen sie. Dann gehen sie auf Oberteil 68. Also Oberteil 1, 68. Oberteil 2, 3. Solang du nicht über 80 fährst. Wir sind gleich fertig mit ihnen. Ich glaube ich habe den Kopf hinter uns kurz gehört. Ne, ich weiß. Deswegen bin ich da reingefahren, weil das Suburban sich umgedreht hat. Genau das passt. Das ist aber der Hose. Da gehen sie auf die 38 und auf die 0. Und Schuhe 24. Jo. Und dann ziehen sie halt alles auch nochmal aus, was sie noch haben, wie diese Badges und so. Ja, ich sehe es. Da fehlt noch der Dings, die Handschuhe. Und die Brille. Wir hatten vorhin jemanden, da war die Brille. Ja, ja, warte. Das machen wir gleich später. Handschuhe. Also das ist in der Armenabteilung die 49. Und dann nehmen wir halt noch die ganzen Badges ab, die du auf der Seite hast. Die reißt ab. Ich glaube dann ist er fertig oder? Ich glaube die Mafia sucht. Wenn er umziehen muss. Wenn er nie suchen, ne. Die Mafia haben ihren Clown doch schon wieder. Jetzt habe ich schon alles, ja. Was? Dann zieh das an. Dann bleibst du jetzt erstmal so, ja? Dann zieh deine Brille auch noch ab. Wollen wir noch zu Masken, glaub ich hole noch deine Maske ab. Deine Brille? Ja, die musst du noch abziehen. Ja, ich muss kurz auch zum Ding raus, weil sonst würde ich raus, wenn ich rausgebe. Okay, geht's. Perfekt. Da muss man aus dem Menü raus. Der Typ ist RT-Profi. Ich mach dir mal Kabelbänder hinten dran. Ich muss doch ganz schön aus dem Menü raus, weil ich muss da schnell die Brille gucken. Alter, zuerst mal ne Katze, die ist nämlich im Kopf. Hä, was ist mit dem Fri los? Da meine ich nicht schon raus. Der scheißt ja grad richtig, ey. Ja, warte ich, hast du den Kabelbänder angelegt? Ja. Passt. Warte hinten rein mit dir, komm. Jetzt kommt er noch, mit was schneit man sich an mit der Maustaste. Ah, der LP-Profi am Start. Ich glaub jetzt weiß, ich glaub ich weiß, warum Freddy Homeland geholt hat. Weil der Brille halt richtig komisch drauf ist grade. Also war wirklich komisch drauf grad. Jetzt muss er ganz schön das Menü schließen. Im Laden muss er ganz schön das Menü schließen. Da müssen wir mal kurz den Aliexpress drüber... Achja und ich bin grad im Kopf was machen, weil meine Katze, die ist grad im Kopf gewesen. Nein, machen wir dann. Und naja, dann muss ich nochmal ein Menü schließen. Mit welcher Maustaste krieg ich mich rein hier? Dann holst du uns dann einfach wieder ab. Dann machen wir das so. Oder sollen wir sie erstmal bei uns lassen? Dann machen wir das so. Ah, ist der Raptor Richtung Maske ran von uns? Ja. Der eine hat sich... Weißt du, wer auswendig, die Maske? Wir haben einen dabei. 63 plus. Kopf und bang. Wann steig aus? Ja, wir auch. Ich komm gleich. Nahtze ist grad fast kein Hinkommen, ne? Ich fahr hier grad die größte Umwege. So, dann musst du dir nochmal hier die 63 fahren. Dann sollen wir die woanders jetzt machen, wenn wir jetzt auch noch anfahren, dann wird's ja... Das wird halt schwierig jetzt umzusetzen. Das ist bei der Nationalbank. Wir könnten den ursprünglichen, den ersten Ort wählen. Ja, wie kriegst du die denn alle wieder dahin? Du musst wohl doch mit Auto hinfahren. Seid ihr aufgeflogen oder was? Wir fangen die ganze Zeit bei uns Leute raus, ohne dass die... Wir warten. Hey! Ich komm, komm, komm. So, dann komm. Peace, dude! Hör mal die Maske in die Hand drücken, lass mich helfen beim Aufwand aufsetzen. So hast du's jetzt. Jupp. Ja. Warten wir kurz, dass er das... Autoversicherungstechnisch da, die Scheiben... Die klemmen ja nur, die waren ja nur runtergefahren. Ja, also ganz wild. Hier fallen Leute aus dem Auto raus, ohne dass man was probiert. Gut. Dann mach ich dir wieder Kabelbeinahe auszunehmen. Jupp. Einmal rein, ich halte die Tür auf. Also kommen wir da jetzt nicht hin, oder was? Hey! Hallo? Kannst du nicht sagen. Wie kommen wir? Ich versuch mal, die Leute grad abzulenken so'n bisschen. Probier mal hinzufahren. Wir sind ja wieder voll getönt. Das sind derzeit andauernd Sirenen zu hören. Die sind schon wieder richtig juckig, Bruder. Destroyed Boy hier für einen neuen Router. Das liegt ja gar nicht am Router, ist das Problem. Das ist ja traurig. Es liegt ja nicht mal am Router. Aber Dankeschön, Destroyed Boy für 20 Euro. Philipp Seidel, der RP gefangen, Security Beamte. Nee, der ist eben nicht im RP gefangen. Das ist ja das Problem. Er muss gefangen sein. Er muss, aber ist es nicht. Nico, danke fürs SIP-Werden. Der Saarländer. Wünsche... Ich hätte... Das hab ich auch vorgelesen, genau. Tattoo-ID, danke fürs SIP-Werden. Der Web... Sachsenring V8, das macht Krach in der Nacht. Wie kommst du jetzt darauf? Vor allem hat der nicht mal einen V8, oder? Der hat ja einen V6. Äh, nee, gleich einen Sechszylinder, sorry. M3 E90 hatte einen V8, so auch der E92. Die hatten ja V8s drin. Ähm... Ihr könnt mir den Standort schicken. M4 E90, mein Kollege hat mir von seinem Talent erzählt. Dabei dachte ich, er hat Berghühner. Was? Der mir von Anfang an gesagt hat... Was? Was ist das Gegenteil vom Katalog? Kata sagt die Wahrheit. Die Kata sagt... Aber warte, den warte mal... Mein Kollege hat mir von seinen Talenten erzählt. Ich habe auch. Dabei dachte ich... Er hat Berghühner. Wegen Talenten. Oh mein Gott, Talenten! Ah mein Gott! Wegen Talenten. Ach du Kacke, der hat gezogen, Makala Lump. Da habe ich jetzt aber gerade meine letzten Nierenzellen anstrengen müssen, dass ich gerade verstanden habe. Aber danke. So, Graubaum, ich möchte dich unhöflich sein. Ich möchte nur fragen, ob man schon weiß, was die nächste Bewerbungsphase ist. Warte schon seit zwei Monaten drauf. Dann, wenn ein 3-0 da ist. Also, noch dieses Jahr irgendwann. Also, irgendwann noch dieses Jahr. Ja, die letzte Bewerbungsphase ist ein halbes Jahr her. Ja, ich verstehe das schon, dass lang so eine Bewerbungsphase sein sollte, aber... Ich hätte mal gesagt, lieber Held, nein, da ist ein Tank. Oh, da unten fährt ein Auto lang, ne? Hast du gesehen? Fallen wir zurück. Vor der Natsu fährt ein F40. Ist das ihr da? Ja, ist das nachher. Er fährt doch ein Bugatti-Schirurg. Das ist der Auto, wie Spindy. Er fährt zur Natsu direkt hin. Aha. Fährt die Bremse. Unsere Person ist noch nicht durchsucht. Den der Natsu ist gerade einer reingelaufen. Den habe ich schon durchsucht. Ich habe dem Sachen nachgekommen. Ja, ja, ich habe alles abgenommen. Funkgerät, eigentlich alles. Die dann neu beim Aussteigen? Ja, steck aus, Prozessin. Und dann setzt sich da hin zu den anderen. Und einmal jeder Zugesellen. Hat Kabelbinder dran. Nicht wundern, ich komme. Ich werde doch... Weiter geht's. Das wird so lustig. Das wird so lustig, Leute. Auf den Tourgang reinkommen. Volle Karte. Ich glaube, südlich vom Abgabe-Spot stehen zwei Suburbans. Südlich, hast du gehört? Fahr hoch, Fahr hoch. Nicht nicht stark. Was südlich? Da stehen die Suburbans irgendwo. Ja, das habe ich nicht durchfahren, oder? Ja, das meine ich eben deswegen nicht. Wir haben eben niemanden nicht genommen. Der ist ohne Sinn und Zweck aus dem Auto geflogen. Auf einer geraden Strecke. Der ist jetzt bewusstlos. Das machen wir mit dem. Raum lind, du hast ihn. Raum lind. Raum lind. Okay. Wir haben die Schmarrung mit uns dazu gesagt. Das ist Pech. Flo, machst du? Wir fahren jetzt hin. Oh, jetzt ist gerade keiner bekannt. Hier sind die Suburbans. Soll ich irgendwo dazukommen, oder? Stammt dir ein Autosuch, Leute. Alles klar. Zieh dich am besten um, oder? Da war keiner, der angehört. Wie lange war das denn hier? Ich glaube, die waren dort hinten beim Apple-Shop, sind die alle gerade. Drei Stück waren da. Ganz entspannt. Alter, was? Wie mad der Typ war, oder, Jungs? Alter. War richtig sauer. Richtig sauer. Richtig sauer. Richtig mad. Und weißt du, dann sagt er, dann sagt er so, ja, hier, meine Katze ist im Kopf. Ich bin so, was? Richtig zufrieden, Alter. Und dann hat er beim Rausgehen vom Kleidungslader gesagt, ja, er muss erst mal das Menü schließen. Da denke ich mir so, hä, ist das aber mit McDonalds, oder was? Oh, scheiße. Hä? Ey, da wären zwei. Das ist der Sound, aber ich bin der. Tut mir leid, tut mir leid, ich verpiss mich schon. Da wären zwei Schnuckis. Die hätten wir mitnehmen können. Da waren zwei, aber die stehen halt so doof da. Der wäre lustig gewesen trotzdem. Oh, Polizei hinter uns, Polizei hinter uns, Jungs. Ich brauchte nicht, Mann, der vorbeifahrt, ich. Fahr mal gebraucht noch mal ab. Hinter uns ist ein Taxi. Taxifahrer, den kannst du nachfahren. Ah, nee, war doch ein Kopf, sorry. Warum sind wir in Richtung Nazio unterwegs, vorne, vom Rockplatz aus? Was ist denn, was da los ist? Da sind einige da. Da sind einige, oh, ja. Oh, Kopf. Oh, Mann, das darfst du keinem erzählen, what the fuck? Du, eine, was glaube ich noch? Hey, nehmen wir den Kopf, mir ist das ja übelst lustig. Naja, dann haben die Panic-Button. Naja, Kopf, müssen wir halt meiden. Leider. Weil, sobald wir aussteigen, dort ist der Panic-Button. Wir werden verfolgt. Hä? Werden suchen die? Sie ignorieren uns einfach. Also, die gehen auf den Porsche. Ah, den, was verfolgen sie? Den Porsche. Bist du nicht der weiße Porsche? Mhm. Er sucht ein bisschen für Ablenkung. Geht da ein Wurstbruder, guck mal. Wie wär's mit Versicherung? Können wir probieren. Oder Tankstelle. Versicherung und Tankstelle ist immer lustig. Oder LKW-Laden drüben. Äh. Alles, was das Herz begehrt. Steidungsladen, wir klappern hier ein bisschen ab. Ich feiere das gerade, dass der Stream jetzt einfach schon fast 70.000 Aufrufe hat, weil einmal der Stream abgebrochen ist. Also, YouTube, ihr seid wirklich lustig. Ihr seid echt lustig. Ich liebe YouTube an dieser Stelle. Das hat auch einen Vorteil. Alle klicken den Stream heute zweimal an. Das ist das, was mich interessieren würde, Leute. Das ist das, was mich interessieren würde, was ist, wenn er den Stream schließt und nochmal neu startet. Macht das mal bitte. Ich will mal gucken, ob der da nochmal... Also, alle, die jetzt im Stream sind, es passiert jetzt gerade eh nichts. Schließt den Stream, macht zu und geht nochmal neu in den Stream rein. Ich will gucken, ob der es countet oder ob er das nicht zählt, weil das muss er da zählen. Ich bin verstanden, wie viele haben wir jetzt? Oder vielleicht zählt er das, ich weiß es nicht. Aber vorhin hat er das gezählt irgendwie. Oder vielleicht, weil der Stream kurz komplett aus war. Ich weiß es nicht. Aber mir kam vor, der hat das alles gecountet gerade. Das ist ja übelst krank, wenn das geht. Du musst einfach nur einen Stream neu starten, dann hast du einfach die doppelten Klicks oder sowas. Macht doch gar keinen Sinn. Auf Skateboard. Ich schwöre, ich habe ihn nicht verstanden. Ne, einfach nur mal zum Probieren, ob es funktioniert. Mach das mal. Ich gucke die Aufbuchzahl gerade an. Ob er das wirklich countet oder ob er das checkt. Aber YouTube ist ja nicht so blöd, die checken das doch, dass du schon drauf warst auf dem Stream, oder? Oh. Und genau jetzt passiert was. Perfekt. Ich behalte die View-Zahl im Auge. Wir haben noch einen. Ne, ich glaube, das checkt er. Das zielt er, glaube ich, nicht. Also bis jetzt updatet er das nicht. Ich fahre nochmal drauf, ob da wer ist. Warte, ich reloade mal. Das interessiert mich halt wirklich jetzt. Das war jetzt. Aber eigentlich, YouTube ist ja nicht so blöd. Die checken das doch. Lass erst Masken dann gleich fahren, dann haben wir uns den Mix schon ganz spart. Will er weitersuchen, oder Ende? Ne, das counten die nicht. Das counten die nicht. Welche von uns gerade umgelandet? Ne, das counten die nicht. Also YouTube ist nicht so blöd. Die checken das schon. Das counten sie nicht. Also das vorhin, was wir gemacht haben, war wirklich ein Bug irgendwie, weil der Stream offline war und dann hat er wieder neu gecountet angefangen. Das ist ganz strange gewesen. Also das hat jetzt nicht gecountet, Leute. Alles gut. Aber Ehre, danke fürs Ausprobieren. Das hat mich schon interessiert, ob das klappt. Es hat vorhin funktioniert, ich weiß nicht. Aber es war halt, der Stream war ja ganz kurz offline, vielleicht deshalb. Weil er wirklich offline war und jetzt wieder online. Aber er hat es gerade nicht gecountet wie vorhin. Er hat es gerade nicht gecountet. Aber danke für alle, die die durchprobiert haben. Kurz geht raus in meine Community. Mach ich einmal frei, mach dir direkt Kabelbinden an. Ich kauf dir eine Maske und du setzt sie dann auf, okay? Okay. Sorry für die, die jetzt... Oh scheiße, kriegt die Werbung. Sorry, hab ich nicht dran gedacht. Sorry. Sorry an die, die jetzt doppelt Werbung bekommen. Aber das war nicht meine Absicht. Ihr solltet nicht doppelt Werbung bekommen, Leute. Nicht meine Absicht. Das war nicht die Absicht dahinter. Nee, aber das countet er tatsächlich nicht. Das heißt, wenn du den Stream schließt und neu startest, countet er nicht. Aber er hat... Vorhin kommt mir... Also entweder ich bin blöd oder mir kommt es nur so vor. Aber es wird vorhin gecountet, wirklich. Wird vorhin mitgecountet, als die Leute das neu gedienstet haben. Eine Frage, was macht Homeland? Homeland ist Admin. Die sind da, wenn irgendwo ein Fehler ist oder die Probleme haben. Aber dann gefällt er die gerade mitgeteilt haben. Kuss geht raus. Kuss, kuss, kuss. Du musst essen. Ja, bis ich essen muss, kann ich noch 5 Stunden hier so verhaaren. Das war vielleicht eine ein bisschen abseits. Oh nee, warum bin ich da? Ich sehe nichts. Ja, weil du eben mit mir gesprochen hast. Ja, sorry. Ich war gerade abgelenkt. Ja, ich wollte es uns auf sichern. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, alles gut. Einer schreibt, ich habe nur 3 Sekunden, dann ist es gut. Das ist gut. Einer schreibt, Adlog regelt. Das ist aber auch uncool. Machen wir wieder wie eben, Mayonnaise? Ich ziehe nochmal ein bisschen was mit mir. Mach du, ich spüle jetzt nicht. Kannst du bedrohen? Ich kann bedrohen, ja. Ja, perfekt. Wenn er mich runterlässt. Ach ja, ich dachte gerade, ich habe die Scheiße. Ja. Wenn er mich mal runterlässt, der Wohle. Die Milchschnitte. Wayne, aber SIM-Karte und Akku. Wayne, SIM-Karte und Akku reicht. Er bin das ganze HP. Sorry, Leute. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich weiß. Sorry. Sorry not sorry, Alter. Ich mach dir einmal die Kabelbinder ab. Du wirst bedroht. Also mach keine Faktos, hast du Kopfschuss. Ja. Ist das Mira oder ist das eine Person von Mira? Boah, ich hatte jetzt fast abgedrückt, ne? Untershirt ist 75. Ey, hast du dich schon durchgesucht, den Bruder? Variante 1. Ne, ich habe ihn noch nicht durchgesucht. Du stehst mir in der Waffe vor ihm, oder? Ja, trotzdem. Wer weiß, vielleicht ist er in der Panzerfaust dabei. Ich traue keinem. Untershirt von 79. Was ist dabei? Ein Kringel? Hier sind gerade raus. Wie bitte? Hast du einen Kringel? Ach, egal. Komm, mach weiter. Oberteil 68, Farbe 3. Hab Zeit. Also alles gut damit. Danke euch. Wir fahren dir von oben zu, ja? Ja. Ja. Ey, bei der Location ist alles okay? Handschuhe im Regal von den Armen. Ja, die A war alles, A49. Also, ich bin weg. Hallo, ich wiederhole, bei der Location alles okay? Hast du? Jawohl. Er war nicht rausgefallen, dann müssen die hinten rum raus. Sind die auch raus oder? Nein, nein, nein. Auf dem Ausgang raus, Richtung Roschen jetzt. Hose 38. Nee, es war nicht 6M. Ja. Farbe Rot ist 0. Schuhe 24, Farbe Schwarz. Mal gucken, ob er noch irgendwas hat. Ich glaube, das war's. Schaust du einmal, genau. Musst du irgendwie aufnähen oder sowas, die da abreißen mussten? Nee. Hab ich gerade abgerissen. Hast du das Illegas dabei? Ich suche ihn einmal, bedrohen mal. Ich suche ihn. Ja, ja. Mal bei was Illegas dabei. Ich nehme dir einmal die SIM-Karte und den Akku vom Funkgerät. Also das Handy und Funkgerät somit nicht benutzbar. Ja. Ich nehme dir einmal dein Messer weg. Ja. Feuerwerk ist mir scheißegal, du bist eh gefesselt. Nee, weil Schneebälle nehme ich mit, die will ich hauen. Ach, nee. Ach, doch nicht die Schneebälle, gibt die nur wieder, der andere Mann. Und wie ich die behalten werde. Ach, du bist so asozial. Da merkst du, wer echt ein Hardcore-Verbrecher ist. Das ist echt schrecklich. So was würde ich niemals jemandem antun und die Schneebälle wegnehmen. Niemals. Treib halt. Unehre. So, ich mach dir wieder Kabelbinder dran. Ja. Und dann gehen wir weiter. Nächstes Jahr Weihnachten klickst du sicher Schneebälle in die Fresse, wo Steine drinnen sind als Karma. Das hatte ich mit Lame. Hey Jungs, da ist ein Suburban, Alter. Komm schnell. Wo steig? Ein Subi. Ah, komm steig rein jetzt, schnell. Ein Suburban gewesen. Komm. Ein Suburban. Schau mal über dem Laden auf das Schild, da ist ein Suburban. Ach, du bist ein ganz lustiger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Du bist so lustig. Ich hab's ihm wirklich geglaubt, Alter. Ich hab's ihm geglaubt. Ich hab's auch geglaubt, Bruder. Ich hab's auch geglaubt. Wir bringen wieder ein. Auf jeden Moment hab ich schon lange geglaubt. Dafür ist es aber nicht lange genug drin. Das ist Zerber. Oh mein Gott, ich hab's geglaubt, Bruder. Das ist doch vorne. Das ist Richtung Coping, wo unterwegs ist. Habib Kabasch. Auf der Straße geht es nicht mehr rein. Hey, schau, das sind so Versicherungen. Hier links. Mors Mutuals. M-M. Versicherungen. High Speed Richtung Spedition unterwegs, Leute. Nicht wieder Richtung PD. Boah, jetzt geht's gleich los, Leute. Jetzt geht's gleich los. Ich bin in einem Park. Ich bin in einem Spedition. Ich muss noch weiter vorlesen. Tut mir sehr leid. Wenn du vom Proto-Studio aus Richtung über das Drehgebiet fährst. Ich hab dich vorbeifahren, hör. Mach doch heute noch einen Banküberfall. Norm, die Hagenau, es kommt ja heute einer. Moab hat gewiss, hab Dankeschön. It's Tom, meine Freunde hat Schluss gemacht. Dein Lastungslenk mich ab. Das freut mich, dass ich ablenken kann. Freut mich natürlich nicht, dass ich Schluss gemacht habe, aber du findest immer die richtige, Mann, lieber. Jeder findet irgendwo die richtige Frau. Philipp Seidel. Hier, die Hundesteuer, da du mich noch kennst. Dankeschön. Du hast einfach lächelt gemacht, Philipp. Vielen, vielen Dank. Aber wenn du fragst, ey, Philipp, du fragst, ist wirklich ein Dingsteamer, bis ich dich kenne. Solange du deinen Namen nicht änderst, ist alles gut. Fuxi. Martin Berger auf die 1. Das ist schon Martin Berger. Da hab ich den Fuxi für einen Euro. Am Modeln. Am Motzen. Am Rummotzen. Luca, 473 lang, 50 Cent. Vielen Dank. Xion gibt Pfötchen. Ich meine, ich spelle diese Kack-Auto-Korrektur. Ja, passiert. Oha. So, wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung, was mit dem Typen ist, aber der hat Inset in der Waffe gezogen, hat uns die Waffe gehalten. Ich hab da auch nicht so geschossen. Ja, ist ein Crash. Ich glaub, das war Mason vom Kartell. Schaut mal, wie viele wir haben. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ey, warte, hast du jetzt die Kabelbinder angelassen? Weiß er das? Okay, los. Schau nochmal, zu Sicherheit, ob der Kabelbinder rein hat, aber müsste welche dran haben, bin ich mir ziemlich sicher. Hä, wie ist das Kartell? Ja, was war das? Zwei cheater. Zwei cheater. Zwei cheater. Zwei cheater. Und wenn das zehn cheater, ja. Was will be'n uns? Was ist los bei euch? Hã? Verfolgt jetzt Kartell. Euch verfolgt Kartell. Ja, weil wir aufein welche haben. Oh, hä? Hä? Au, Alter. Haben die sich Panic Buttons wie die Polizei zugenägt oder was? Weiß ich auch so das Gefühl mittlerweile, was ist denn los? Aaaaah, sowas fangen rein. Das hat sich schon einfach... Komplett schillt. Ja, aber ein RS-RS 6 zweimann besetzt ist halt auch, ne? Ja, Tanker ein bisschen einmal ran. So, ein Kaktell fährt nicht lang hinterher. Du, das ist jetzt eine schlechte Idee. Wir sind maskiert und die Cops sind da. Aber okay. Ah, ich denke, wir sind nicht gut. Nee, der kommt auch schon. Hast du einen Kanister, dass wir irgendwo auf der Landstraße fahren? Ich habe einen Kanister dabei, ja. Ja, wir passen uns irgendwo, dass wir so teilen. Das ist so risky gerade hier. Hinter am Casino, Bruder. Auf der Rennbahn oder sowas. Ah, das ist das Kartell. Wir schießen direkt. Bruder, ist der gerade von drei von uns Hopf, denn er hat die Waffe gezogen? Ich weiß es nicht. Warte. Was? Darf ich nochmal kurz... Angeblich war Punk im Kartell... Darf ich nochmal fragen, bezüglich dem Fall jetzt, wer hat jetzt die Waffe gezogen? Nee, das ist vom Kartell. Also die sind ausgestiegen aus dem Auto. Der kam rausgerannt in dem Moment, hat instant eine Waffe gezogen. Hat uns sozusagen mehr oder weniger bedroht. Aber ihr wart in Mehrzahl oder wie? Ja, wir waren zwei. Hat der Kopfschuss gekriegt? Mann. Ja, nächstes Mal Kopfschuss oder sowas. Weil ich keine Waffe in der Hand hatte. Achso, ja dann blöd gelaufen. Dann war er wohl schneller, der Lucky Luke. Ich dachte schon, der wurde mit einer Waffe bedroht und hat einfach seine Waffe ausgepackt. Das ist er selber schuld. Wenn der Lucky Luke schneller ist, ist er selber schuld. Das hat er angebaut, Bruder. Wo, hier? Hier hast du angebaut? Ja, hier wollte ich den Treffpunkt machen. Ja, hier wollte ich auch Treffpunkt machen. Punkttreff. Ja, hier hat er angebaut, Bruder. Ja, hier hatte ich Treffpunkt gemacht. Ja, hier hat er angebaut, Bruder. Aber jetzt sind wir zehn, ne? Wieder Auto gewechselt, sind ein alter 67 LE vom Gebrauchbarer. Tja, für dich mach ich alles. Sonst redet er doch gut welche auf jeden Fall. Haben wir schon viele Leute gesehen, so ist ja. Stark. Kein Problem. Sag halt wieder, wenn ich es auflösen kann. Wenn es wieder geht. Oder wenn ihr Bock habt zu moderieren. Oder wenn halt genug da sind, meine ich halt, ne? Jetzt nicht genug Bock. Bock habt ihr ja eh immer. Sonst wärt ihr ja nicht hier. Aber wenn ihr die wieder auflösen wollt. Langsam mal starten, aber. So langsam, ja. Langsam, ja. Fahrrad ist in einer großen Team rum. Ein US-Mashallah. Schau, wie ihr das Schild mitgenommen habt. Bruder, was war das, Alter? Sperren den überfahren, ne? Unser Schild, ja. Unser Schild, Alter. Der hat gerade Startseigentum kaputt. Tz, 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 tz. Alter, wie viele wir schon haben, ne? Ist heftig. Krank. Ist mir der größte Rob ever. Wir standen zehn, oder? Wir hatten halt schon mal mehr Leute, ne? Wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch zehn oder ein paar mehr sogar. Ja, ja, ja. Ich hätte halt doch gern so eins, zwei, drei, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ein Zivikop da vorne, weil der fährt anständig. Siehst du das? Auffällig, ja. Zivikops erkennst du immer daran, dass sie normal fahren. Nein. Glaub mir. Hundertprozentig. Helm. Niemals. Alter, Alter und nicht an in der Kreuzung. Ich habe vorhin definitiv zehn Leute gezählt, die da gesessen haben. Hundertprozentig. Das ist der Sound auf der Spinde. Hier wäre es vielleicht ein Opfer. Der wäre es gewesen. Im weißen Ferrari, der vorbeigezündet ist. Da vorne. Insgesamt sitzen zehn Stück hier. Ja, also zehn Geyser. Perfekt, rein da. Rein da, ja. Lass mich gleich drinnen umziehen. Ey, pass auf, da vorne ist ein schwarzer Wagen. Schwarzer Wagen vorne. Das ist ein Lieferwagen. Wieso gehst du nicht rein, lass mich gleich drinnen umziehen? Ja, ja, ja. Was denn nun? Zehn Leute sitzen vor Ort, aber halt nur neun Geysern bei einer von uns ist. Ey, Junge. Muss ja sein. Der Opa. Dimm deine gottverdammten Einde nach oben. Sich mit dazu setzen und so ein bisschen drehen. Hallo. Ja, also umdrehen. Ey, ey, aber nicht hier umziehen, nicht hier umziehen. Wir nehmen mit, wir ziehen woanders um. Ja, ja, ich will doch schon mal. Ja, ja. Was du weißt. Alles gut. Mal gleich. Ich glaub, das ist der größte Raub ever, den wir hier gemacht haben auf Erdog. Der größte. Ich schreib mir mal raus auf niemanden rein. Bei Freddy keine Show. Genau. Kannst du dir mal vorstellen, wie Mickey Mouse rumzulaufen mit deiner Crew und einen Überfall zu machen? Haben wir doch schon ähnliche Sachen gemacht? Natürlich. Warum nicht? Wie heißt es so, Bruder? Parker. Chief Parker. Wild. Was? Chief Parker oder Chief Parker? Chief. Chief. K-i-i-t-h. Nein, Keef. 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 Nein. Keef. Keefer. Wieder Keefer. Wir wollen woanders umziehen, oder? Da ist zu viel los. Ja, ja, ja. Kann woanders hin. Fangen wir mal dort in die Richtung, oder? Ja. Vielleicht hoch. Ehhhhh. 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 Wait a second. Ja. Ehhhhh. Wie wär's denn wenn wir uns, ähhhhh. Ehhhhh. Ehhhhh. Nehmen wir es halt zu weit weg. Naja, find ich auch. Gibt's den Mirror Button und Light und so. Ne, gibt's nicht. Aber wir könnten hier ins, da, hier ist aber viel los. Ich mach jetzt schauen, ob's nach. Eigentlich gibt's keinen guten Light und so, wo du dich schnell umziehen kannst, wenn ich nicht mehr. Hier rechts in Light gibt's gar keinen, fällt man zu mir immer zu auf. Ne, gar nicht. Nehmopedi. Ehhhhh. 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 Weißt du wo? Flughafen. 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 Auf geht's. Let's go. Si, wenn die sich nochmal auf meiner Spur steht, dann.. Ja lieber Keith. Du kannst heute wirklich froh sein. Kauf um. Ja du hast gewonnen. Echt? Prof schon. Du hast, du rüberst den Marubelhuse auf, ne? Ja tatsächlich ziemlich oft ja. Ja ja. Du hast da den Hauptgewin. horns. Auf geht's. Ja ist seine Tit robe insurance. Die kann jemanden verfolgen wollen und er trifft hat in dem Flughafen. Wir setzen sich in den Flieger und dann gehts nach Malle, also Partywaren. Ja. Bruder, ich habe eine Frage, ABB. Ja. Bist du auch schizophren? Also hast du auch so Katzen manchmal in deinem Gedächtnis? Dann können wir dich nicht in den Flieger setzen. Katzen im Kopf. Ja, Katzen im Kopf. In einem schwarzen Foto-Abo mit einem silbernen Knopf. Oh, da habe ich ganz viele Katzen im Kopf. Eine Kapfe. Eine Kapfe? Ich habe Kapfen im Kopf. Also ich flüster jetzt, ne? Ja, ich auch. Bruder, ich sag dir was, wenn du irgendwas lauter zu der Polizei rauskommst. Ja, du, er weiß doch, er fliegt doch jetzt nach Malle. Er will doch nichts schreien, oder? Wo bist du? Dadurch, dass ich gerade selber jemanden erst überfallen habe... Ey, was heißt hier überfallen? Wir fliegen nach Malle zusammen. Wird das gewonnen? Wir sind... Ah, du! Du hast das magische Ruppel losgezogen. Also das Ruppel los. Alter, heute haut es mich ziemlich raus. Das gibt es doch nichts. Wir sind zwei versteckte Kameras. Wunsch dir was. Wie wär's mit einem Big Tasty Bacon? Da fahren wir. Ne, hab ich ja. Ja, weil da fährt wer. Vielleicht jemand mit davor. Da fahrt er mal durch. Fahrt durch links. Oh, da ist ein Einsatz. Wer fahrt da durch links, links und rechts? Da ist doch alle durchgefahren. Mein Gott. Das hab ich nicht gesehen. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Drive... Drive wie ein Boss, bitte. Nein. Die richtige... Die richtige Weg? Nein. All die weg runter. All die weg runter. All die weg runter. Nein, 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 nein. Let's drive... Let's drive back... ...to die Grove Street. All die weg runter. Was machst du? What are you doing? You're driving like a jerk. You're driving like a jerk. All the way down. The street. Yes. Hier. No drive. All the way down. Oh, ich glaube ich weiß schon wie ich heute reden werde. Was? Genau so. Ja, all the way down. Fuck it. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ist das 21.30 Uhr abgeschlossen, weil... Was musst du... Lass mich raten, um 21.30 Uhr musst du ganz drinnen auf Toilette. Ja, da muss ich nicht nur auf Toilette, sondern... Also Speeches. Ich kenn das. Ich hab auch immer um 21.30 Uhr Speeches, aber dagegen hilft Imodium. Einfach einnehmen und du hast um 21.30 Uhr keinen Speeches, der kommt erst um 22 Uhr. Mhm. Also ich weiß nicht, bis 21.30 Uhr kriegen wir das hin, Jungs. Schwierig. Sag mal, wie sieht's denn aus mit 22 Uhr? Kriegst du das hin? Oder hast du dann Speeches? Da unten ist einer. Da unten ist einer. Das ist toll. Ja, nimm mal den mit. Das war der. Das war der, der dich gemeint, den du verfolgen solltest. Mein Gott. All the way down. Drive, drive under it. And then you turn, make a YouTube. Wenn wir den jetzt bekommen, tauschen wir dich. Make a YouTube. Ja, die tauschen wir dich einfach aus, Bruder. Wenn du wirklich keine Zeit hast, tauschen wir dich aus. Ah. Aber dann schicken wir dich wirklich heim, ne? Dann schicken wir dich zum Flughafen und dann fliegst du weg. Ah. Was ist das auch noch? Ist der das noch? Weiß nicht, der Evo steht schon den ganzen Tag hier. Au. Au. Hallo? Wir nehmen dich erstmal mit. Wir machen Hackengas, würde ich sagen. Wir probieren's. Jetzt drive all the way down. Lauf mit ihm gleich hoch. Ja. Naja. Dann warten wir. Boah. Also ich muss schon wieder fett pissen, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Was ist heute los mit einer Blase? Schei. Bruder. Ich muss mich schon wieder fast in die Host, Bruder. Ah. Ich meine mehr als 6 sind. Machst du die Tür bitte zu? Beziehungsweise? Danke. Die Steufe 50 Meter von den Kopf sind gefühlt. Nils, danke für zweimal einen Euro. Johannes, Killer, danke für einen Euro. Norby, Hager nochmal vorgegeben. Spezialboot. Hey, ich habe den Idioten aus der streaming Gruppe gehauen. Der nervt nicht mehr. Dankeschön. Du musst mal rein. Wem ich? Achso, scheiße. Da war ja was. Du musst rein. Ja, 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 mein Gott. Ich brauche mal noch einen zweiten hier. Ja, ja, kommt schon. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Hallo, hallo, hallo. Everything is okay. Everything is alright. You know? Hallo, mein Name. Come on, let's go. Do the shop. Do you have handcuffs on you? Excuse me, sir? You have handcuffs? Ich war vorher schon bei euch mit dabei. Excuse me, sir. Do you have handcuffs? You have handcuffs? Yes or no? You have handcuffs? Then go. Go. Fast. Come on. Let's run to the shop. Run to the shop. And then you're going to clothe you like we did. Yes? You understand? Okay, we need the clothe for the woman. There is another number for the woman. I'll do it for you, brother. Sorry, this is so dumb. Farbe 1. Hoffentlich guckt grad ein Ami mit, der es jetzt irgendwie mal versteht, was ich rede. Sag bitte mal, wenn du hast. Das ist das Ami. Ich brauche mal die da noch nicht hin. Wir sind ja ohne unterwegs hier. West Sideway. Achso. Aber gleich mal zwei fliegen mit einer Klappe, ne? Seftig geil. Ich fahre bei 3. Mhm. Der Auto weichem bin bei 300. Wie bitte? Excuse me, ma'am. Wow, hat den weichem? Ich bin bei 300. Ja, der das Auto vorher. Ach, wir mal kurz ein bisschen freihalten. Wie bitte? Wie bitte? Ah, ich bin bei 200. Ich bin bei 200. Ah, okay. Von meinem Mann? Ja, genau. Hast du den freihalten? Friesget. 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 Ich weiß nicht. Ein Englisch. Oh, das ist ein Problem, okay. Junge Frau? Ich wollte doch so gerne. Ich kann kein Englisch, ja. Nicht ein bisschen Englisch, ein bisschen. Ich bin nicht der Beste in Englisch, weil ich ein Refuge, also kann ich komplett gut Englisch sprechen. Du verstehst mich. Du kannst verstehen, was ich sage? Ich habe schon. Du verstehst mich? Okay. Hose 38. Hast du irgendwelche Weapons für dich? Und 24? Nein. Nein? Ich will dich suchen und wenn ich etwas finde, okay, nein, sie hat es nicht. Darf ich Mayonnaise? Ah ja, natürlich, kannst du. Genau, du hast das Rote, hast du. Ja. Oberteil 62, Farbe 2. Wir haben jetzt auch noch eine Geist. 68, bei der Militär Base. Ich habe es gar nicht mit... Sind in den Karton, Maskebauer noch? 62, 2. Ich würde sagen, alle, die eine mehr haben, fangen es zum Sammelbunkten und eine Alte, Oh nein, ich muss peen. Ich muss peen. Oh nein. Ja, es hat sich gerade ungefähr... Ich denke, ich schiefe mich. 62, mein... ...because ich muss peen. 62, genau. Oh nein, mein Pee ist hurting, mein Pee ist hurting, weil ich muss peen. Oh nein, ich muss peen. Entschuldige mich, ich denke, ich muss peen, aber ich muss dich schützen. Das ist ein Problem, right now, because I have really, really hot. I need, I need a really hot, hard pee right now. Wenn nicht, bring ihn schon mal zum Auto, setz dich mit rein, dann kannst du schon mal... Or I'm going to peen myself. Genau. Ja, nehm ihn mit ins Auto, dann setz euch schon mal hin. Okay, okay, I... Because if I'm not going to pee, I will peen myself, and that's not good. Because then my... Because then my pants are wet, and that's not good. I don't want to have wet pants and a wet underpants. Yeah, I understand. I don't want to have... Oh, you know, you know. Do you know wet pants? When the pants get wet? It's good if it's a woman, but it's not good if you're a man and do you have wet pants. That's not good. Because then you know, it's to 99% peace. And that's not good. And you don't want your peace into your pants, because then it gets nasty, you know, it's nasty. And then it's dinking, and then it will itch and scratch on your balls, because they are crusty of the peace. And that's not good, you know. It's very disgusting what you were telling me. I know that's disgusting, but I'm just telling you so you don't piss yourself. Yes, yes, yes. Please follow me. It's all right. Please follow me and then you sit right down into the vehicle. I'm spot, Marshall. Into the vehicle. Yes. So, now I can't stop talking so dumb to talk. But now we're just one. No, there's still one. We'll wait. Can I just get the flashe pissing? I'm going to be right there. Yes, yes. I'm going to be right there. So, I'm going to be right there. I'm going to be right there. I'm going to be right there. In the time, I'm going to be right there. Cool RP. I'm going to be right there. I'm going to be right there. And there are more. Visit our duty-free shops and bring your loved ones tobacco and spirit to. So, we'll be right there. And now it's in Marshalls on the spot. Direkt there. I'll be right there. We'll see one. We'll see one. We're right there. We're full. ich glaube die haben dann die haben es irgendwie entdeckt schnelle maske und dann fahren wir hin das ist das andere für spende ernsthaft jetzt ich würde sagen wir haben es gehört bestimmt ihr versucht es noch ein paar minuten durch zu halten ich gucke auf youtube thumbnail auf meinem handy immer noch supra thumbnail alter immer noch ich habe so ein geiles thumbnail erstellt ich habe so ein geiles thumbnail erstellt und der brie updatet es nicht er updatet es nicht ihm ist das scheißegal ob ich mir das müde gegeben habe nein er macht es nicht ich probiere nochmal das thumbnail zu updaten weil das immer nicht also ich schwöre youtube youtube was ist los mit euch der bug existiert seit zwei jahren seit zwei jahren haben wir das problem dass der immer noch vom alten stream wenn man die vorlage benutzt und du changest das der das trotzdem nicht updatet ich gucke jetzt nochmal ne der updatet das nicht ich habe auf meinem handy habe ich das alte thumbnail drin alter schwede pisst mich das an youtube wirklich ihr seid so geil ne das updatet auch nicht am handy das ist um die supra zu sehen youtube alter wirklich so zum kotzen manchmal hauptsache wenn ich auf live die sieht es anders aus macht gar keinen Sinn matt bin echt matt alter wirklich matt alter aber das sind probleme die hast du auf twitch nicht auf twitch machst du kein thumbnail da kannst du einfach ganz normal zocken und musst dir darum keine sorgen machen so pass auf einmal so ich zieh sie dir drüber ja auf mein bei meinem handy ist noch immer das alte keine ahnung ich zieh sie dir da mal deine mütze ab nein nein soll ich deine brille ausziehen ja die brille ja du musst ausziehen und jetzt zieh ich aber auch die mütze aus ganz ruhig belagern ich mach nichts naja alles gut perfekt ab gehts wir fahren schon zur bank dann also wir fahren jetzt los von dem maskenladen zur bank äh mein pc ist immer richtig genau mein pc ist richtig aber im handy nicht bitte wir es immer so fifty fifty irgendwie aber es ist es macht irgendwie keinen sinn weißt du weil ich update es ja das macht ja keinen sinn bevor ich den live stream starte update er schon aber das ist das sind so sachen die haben youtube seit zwei jahren kriegen das nicht hin seit zwei jahren leute gebt euch das mal zwei jahre brauchen wir schon oder ich benutze es einfach falsch ich weiß es nicht irgendwas irgendwas ist auf jeden fall falsch ich hab halt meine vorlage nutze ich und da ist halt ein thumbnail drin naja und wenn ich das update macht er das nicht immer so ganz bei allen das zeigt es macht keinen sinn willkommen auf youtube ich will dann auch noch zwei halt der ganze twitch bruder da sollts info hier tankes was lernen ist egal wir fahren wir fahren gerne mit ohne tank so das lieben wir mit ohne tank ach mit ohne tank mit ohne tank kennen sie eigentlich kennen sie eigentlich warte mal kurz warte mal kurz warte mal kurz wie bitte das ist das sound der wischende ach shit vor der bank pizzeria das ist doch echt die wollen echt ein bisschen aufmucken heute habe ich das Gefühl wie soll man einen gang runter fahren wir fahren jetzt vor den hat mich auch fahrt ihr mit auto an ja warte jetzt wie warte ich durch die karte nicht dass sie gleich schießen warum soll die stelle ich hin so los kommt alle wir verhandeln willst du das auto wegfahren noch und her laufen Ja, warum? Es ist doch egal, oder? Ich wusste nicht. So, einmal rein. Ey, warte, 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 warte jetzt mal. Ihr seid auf Mektebank, oder? Warten wir mal nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo die Geisen sind. Könnt ihr auch kommen jetzt? Ich hab das ausgehandelt. Wir gehen jetzt los. Okay, dann los. Wir sind in der Bank. Alle Geisen. Ja, alle mal auf die Stühle hier, genau. Auf die Stühle, alle mal hinsetzen. Geht ihr zu Fuß, alle, oder fahrt ihr? Wir gehen. Wir kommen zu Fuß. Das Kartell guckt ja auch schon wieder, als wenn wir alle rote Backen haben. Wir kommen jetzt zu viel ohne Geisen in die Nationalbank gleich rein. Kommt jetzt wirklich zu Fuß da rein, geil. Schau ich mir jetzt aber an. Ich bin ziemlich richtig frech zu den Stellen und fragen, ob auch welche von denen entführt worden sind. Ja, das wär stark, Bruder. Ich will auch nicht so, weil du kannst die gleich abholen. Das wär auch stark. Einfach, seit ich dann sagen würde, von euch auch welche entführt sind. Äh, PD ist schon da, ne? Die stehen hinten. Wir sind, wir sind los, ne? Also wir laufen jetzt grad zur Bank. Ja, aufpassen, PD kreuzt schon. Die wissen Bescheid, Bruder, das ist abgesprochen. Achso. Warum wissen die das schon? Weil die doch, die haben unten ans Bot unten eingekreist. Ah, ja, wie ich mir gedacht hab. Die mussten verhandeln, dass sie herkommen dürfen. Hab ich schon fast gedacht. Ja. Wie viele seid ihr? Ihr seid doch jetzt auch mit 12, 13. Ja, ja. Also jeder nimmt ne Waffe in die Hand, wer jetzt hier ist, ne? Wir alle Waffe, Waffe passt. Eine Glock 17 in der Hand haben, dass wir uns identifizieren können. rein 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 rein. So, alle Geiseln gehen jetzt hier hin. Hier zu den Sitzplätzen. Alle hier hin. Alle Geiseln zu den Sitzplätzen. Ich wiederhole. Zu den Sitzplätzen. Also alle Täter bitte eine Glock 17, ja. Achso, ja. Alter, wie viele das sind? Good morning Vietnam. So alle hinsetzen, sagen wir es jetzt, sind jetzt alle hier. Grundschule in Ohio. Grundschule in Ohio. Sag mal, wäre es nicht schlau, wenn wir die irgendwo hinpacken, wo die durch die Kamera sie nicht zählen können? Das machen wir später. Ich sehe wohl, ich bin schon eh alle gleich aus. Ja, das machen wir dann später, wir vermischen es dann. Ja, aber das finde ich mit so einer Reihe geil, wenn die nicht mit so einer Reihe, Ich rechne ihn mit runter. Überraschungsmomente sehe ich auf den Arsch. Ja. Mayonnaise? Ja. Komm her. Heißt du Sam vor da was, wo bist du? Bei der Gittertür. Da. Was ist los? Ja, ich überlasse dir die Ehre. Echt jetzt? Ich habe das schon übelst lange nicht mehr gemacht, ich hoffe ich schaffe das. Nicht schwer. Ja nicht schwer, sagen wir sie alle. Wir sind drei Leute, passt, wir schaffen es, easy. Let's go. Gut Jungs, halt euch fest, halt euch an, es geht los. Kommst du auch noch mit, dann sind wir zu viert. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich komm mit, ja ja. Wir sind komplett, der Rest kann oben bleiben. Gut, dann sind wir zu viert. Das sind richtig viele, Alter. Ich glaube wir sind jetzt 30 Leute hier drin. Um den Dreh. Wir müssen so circa 30 Leute sein. Lass mal hier, Alter. Endlich wird hier mal wieder ein Alarm ausgelöst. Komm wieder aufräumen, ihr Bruder. Ja, wir haben das schon richtig. Dann müssen wir wieder sauber gemacht werden. Ey Leute, ich will nicht zu viel sagen, aber der Bankenkorb auf 3-0 ist heftig, ne? Da kann der nicht mithalten. Wir haben das schon wieder zu lange nicht entleert worden. So 7, 9, zack. Und das ist der schnellste Hack ever. Fertig. Boah, das ist neuer Rekord bei mir Bruder. So schnell wir noch nie. Perfekt. Wirklich fast sowas hätte ich irgendwo geübt. Hier, run baby, run. So vorwärts hinter ein. Wir geben falls einer vor der Bank kommunizieren. Nicht, dass die da wirklich Dummheit machen. War das richtig schnell. Ich glaube das ist neuer Rekord, Leute. Bankraub. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den Rekord ja auch nochmal knacke. So, mach schnell, komm. 4, 6. Ja, wo bin ich denn hier? Okay, das schaffe ich nicht. Wo sind hier die 4, 6? Ah, hier. Brute Force. Im. Perrius. Auch fertig. Denkt an, dass ein Auto geklaut wurde auch, ne? Von denen. Also, du weißt was ich mein. Steht der auch von unten. So Jungs, wir haben's. Ich kann doch mal reden in der Bank, weil auch die anderen von denen drin saßen. Musst du nur nach vorne aufmachen und dann ist los. Wie viele von uns sind da drin insgesamt? Keine Ahnung. Ich glaube wir sind 30 oder insgesamt? Wie viel ist oben? Wie viel drehst du? Wir sind schon insgesamt. Muss jetzt noch einer rein? So, wer geht an die Erste? Mach ich, alles gut. Gut. Ah, ich sag mal, es sind einfach von uns die 8 Leute oder so sind da drin. Ah, schnell. Ich würde an die Diamanten hinten rangehen, ja. Wenn's okay ist. Du bist dann das Gold und alle machen vorne das Geld. Mal zuerst. Ist eh alles unser. Vater. Ja, ja. Vater unser. Ja, du bist im Tresorraum. Denk dran, Jungs. Alles am Ende bekommt dann... Ja. Glaub dir, keine... Wir sind hinten zum Gold. Geil. Weißt du was ich vorher mache? Ich zieh mir ne andere Maske auf. Das hab ich zu Remdi aufgenommen gesagt. Weil die Mafia sind nicht so dumm wie das Kartell. Ja. Hä? Was? Was ist denn? Okay. Ich konnte eben den Tisch nicht leer räumen irgendwie. Festgeklebt da, ne? Keine Ahnung. Wie festgeklebt? Ja, ja, ich konnte eben das Geld nicht nehmen kurz. Jetzt geht's irgendwie. Was lang haben wir? Noch 57 Sekunden, da müssen wir raus hier. Das schaffen wir aber. Ich bin fertig. Nicht vergessen, den Rucksack wegschmeißen. Gib mir die Kohle, gib mir die Marie. So, noch 7 Sekunden. Ich will alles. Nur 7 Sekunden. Wir müssen raus, 7 Sekunden noch. Ich verarsche nur. Da warten nämlich schon Suburbs auf dich, Bruder. Das kommt vom Suburben, ja. Ist doch selber schuld. Was? 7 Sekunden. Ich bin laut, ich bin, ich bin, ich bin dauernd sicher von den Daten, aber was weiter hinzustellen. Ich hör dich nicht, Bruder. Du bist jetzt zu laut hier drin. Sag einfach, ob jemand was zu essen hat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ah, es sind keine 30. Ich glaub, es sind 23 oder so. Einer ist für hoch gerannt, ja. 23, 24 Leute sind immer circa. Heftig, Alter. Riesen Bankraub. Mit 1 zu 7. Und vielen Geiseln. Hat schon wer verhandelt? Ne, ne? Äh, Mayonnaise und Ketchup. Ja. Ihr mögt doch auch das Wolfstier. Ja. So. Danke. Wie gesagt, hier hinten wurden grad Taser getestet. Also ich vermute, sie werden gleich... Dankeschön. Ja. Herr, wo wurde Taser getestet? Hier hinten an der Hintertür haben sie eben mit Tasern rumgeschossen. Ja, warum? Jawohl. Ähm, ich vermute mal, was ich vorhin schon gesagt hatte, mal wegen... ...dass wir... ...zu viel werden denn uns Taser alle. Ne. Ist das aber auch bei mir rechtsgrundlage dann? Ja, das... ...ich weiß nur ne Vermutung, muss ja nicht so sein. So, jetzt passt mal auf Jungs und Mädels, hört ihr mich? Jo. Ja. Damit ihr schon mal jetzt wisst, wenn ihr... ...wenn wir hier mit der Bank fertig sind, ja? Ja. Ja. Komm her, bleibt stehen. Sag ich euch gleich. Ne, warte, ich rede grad mit denen. Ich rede grad mit denen. Will dir was geben. Ähm, wenn wir jetzt gleich fertig sind. Ja. Wir haben Scharfschützen aufgestellt. Ja. Wenn ihr nicht aus der Bank rausrennt. Ja? Ihr rennt um euer Leben. Wenn wir hier rausrennen sollten. Ich geb euch dann das Go, wenn's soweit ist. Gibt ihr auch noch was. Sollte irgendwer nicht rennen von euch. Ja? Dann knallen die euch vom Dach ab. Habt ihr verstanden? Dass jeder von euch... Ja. ...rennt. Wenn's soweit ist. Aus der Bank raus. Und auch wenn die Cops sailen und bleibt stehen. Ihr rennt soweit, bis ihr am nächsten Block ankommt. Ist scheißegal. Ihr rennt um euer Leben. Und dann knallen die von oben runter. Und alle in andere Richtung. Alle querbeet und nicht den Cops in den Arm. Immer von den Cops weg. Das sind die Bösen. Habt ihr verstanden? So. Sollte einer nicht rennen von euch. Sollte ich einen sehen, der stehen bleibt und sich einfacher ergibt. Er wäre von oben erschossen. Und vergesst nicht. Wir wissen alle, wer ihr seid. Gut. Ich will bloß noch erwähnen, dass ich trotzdem nur bis um Halbzeit habe. Ja. Deswegen steht jetzt einmal bitte alle auf. Mit dem Rücken zu uns. Gesichter zur Wand. Nebeneinander bitte. Nebeneinander bitte. Dass wir an jeden ankommen. Dass es nur eine Reihe ist. So. Dann einmal bitte die anderen alle hinter denen. Beziehungsweise man hat ja auch zwei Hände. Ich rede mal kurz mit denen da draußen. Du hast eine Brille auf. Hier hat man eine Brille auf. Einer mit. Also mal ganz kurz. Ey Senf. Du bist jetzt gerade draußen. Okay Mafia habe ich schonmal davon überzeugt, dass wir das nicht sind. Ey Senf. Weißt du mich? Ja. Du bist nicht Senf. Ah ne, wer ist Ketchup? Was ist los Bruder? Ah da, du bist Ketchup, gut. Ich bin da draußen Bruder, mit Polizei. Ja Bruder, pass auf, ich überlege gerade, wenn wir hier rausrennen alle, sollen wir dann am besten alle die Waffen wegschmeißen? Wir schmeißen die Feuer hier, ja, ich weiß nicht, wo die, wir schmeißen die Waffen, hallo an alle, der Funk wird jetzt mal freigehalten. Die Waffen werden weggeschmissen, bevor wir die Kabel wieder durchsteigen. Wenn dann die Waffen weggeschmissen sind und ihr die Kabel noch durchgeschnitten habt, das Codewort ist, keine Ahnung, einfach Lauf oder so. Dann schreibt ihr die Geistes an, sie sollen laufen, verstanden? Äh, ja, aber wie? Was? Ich glaube seine Waffe ist festgeknippt und seine Hand ist ein Tier wegwürft. Boah, das wird so heftig gleich, das wird so geil. Es wird so ein Radar geben draußen. Begebt euch, dass wir alle ausziehen. Ey, aber folgendes, wir müssen noch eines machen, ne? Wir müssen, wir müssen uns alle nochmal vermischen. Mit uns zu finden, einer mit Codewort gerade. Haben das alle verstanden? Ja. Könnt jetzt schon mal, sagen wir mal, ich rede so ein bisschen mit dem, so in zwei Minuten, besprecht euch ab, flüstert miteinander, dass ihr die immer schon mal wegschmeißt, die Waffen. Ich glaube, wir haben den Codewort. Wie gesagt, wir haben den Inder noch mit Codewort, wir sagen, wir schreit, wir haben den. Ja, wir warten dann noch. Ich verschenke mir noch ein paar Sachen, die ich noch habe. Das stecke ich mal hier bei irgendjemandem rein. Der Geist ist die Waffe, das war richtig assi, wenn wir das machen würden, das machen wir nicht. Was geht da, die? Richtig assi. Auch nicht viel, Bruder. Perfekt. Ja, was los jetzt? Ja. Wir wollen zur Ausstellung Körperwelten, Bruder, siehst du schon, unsere Muskeln. Ja? Das ist eine coole Ausstellung, war ich auch schon mal. Wir sind falsch hier, Alter, irgendwie dachte ich, die ist hier drin. Nee, hier drin ist leider nur der Tresor und von dem hat jemand von uns halt mal ein Alarm ausgelöst. Ja, das ist falsch, dann gelaufen, weil wir sind eigentlich ein neues Körperweltenbild, Bruder. Wir machen der aktive Bankraub, Bruder, das ist nur ein Körperweltenbild, das ist so dargestellt, weißt du. Hm, na ja. Verstehst du so, die machen doch immer so Szenarien, weißt du, bei Körperwelten. Ja, ja, weißt du, was sie machen. Und wir sind der Bankraub, Bruder. Deswegen, das ist alles nur, schau, sie können fahren, Bruder. Nee, so einfach ist es, ach Gott, hab ich mir die Show gemacht. Oh mein Gott, das hat einfach gar nicht gerechnet. Das ist jetzt die Auflösung der Show. Genau, das ist das Finale eigentlich, ja. Ach, okay. Haben sie ja schön geplant, ne? Kaut gut aus. Oder schön, oder? Ja, aber leider. Das Schiebedach, weißt du, haben wir aufgemacht, haben wir drin platziert, um dich zu erschrecken. Geil. Wir werden sowieso alle sterben. Erstmal ein bisschen für Ablenkung sorgen hier drin. So. Ich muss ja nicht alles verraten. Hab ich nichts verraten, oder was? Ja. Oh, sorry. Nicht schrecken. Du, in der Feuerzeug. Super, ja. Entschuldigung, ich wollte ein bisschen Spaß haben. So. Ja. Sollen wir jetzt rennen, oder was? Nee. Nein. Wir haben mit dir weglaufen. Nee, 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 nee. Nee, die sollen nicht weglaufen. Kannst du da reinkommen, Bruder? Nee. Nee, nee. Reinkomm ich nicht. Also ich spielte dir an, du kannst mit dem selben Outfit hast, kannst du rein. Wir bringen dir drei Geisel her, mit denen du reden kannst. Und wenn du nicht mit dir das annimmst, dann haben wir halt ein Problem. Aber ich bin jetzt hier keine Ahnung, 20 Geiseln raus, Alter. Oder zehn Geiseln. Vielleicht auch nur fünf, wer weiß es. Ich hab mich verzählt. Wir können alle noch nicht zählen, wir sind analfabetisch. Kannst du dir aussuchen, entweder redest du mit gar keiner, oder mit drei. Dann rede ich mal mit rein. Alles klar. Wir brauchen einmal drei Geisel, Bruder. Das wird so ein Chaos, wenn wir gleich rausrennen, Leute. Das wird so Chaos. So geil, ey. Das wird jetzt richtig geil gleich. Also wir sind jetzt wirklich weiter. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig. Einer hat ein Timeout. Nächste. Zweiundzwanzig. Werde ich wieder in die Reihe. Vielleicht 23, 24 Leute, ne? Ja, 23, 24 kommt hin. Weil einer hat ja einen Code Zero noch. Da müssen wir noch warten. Ah, ist schon heftig, Alter. Mit so vielen Leuten als rausrennen. Krass, Alter. Hoppala. Falsch. Ah, jetzt geht's ab. Aha. Äh, ja, keine Ahnung. Wir haben gerade ein Shooter-Spiel auf Handy gespielt, Alter. Hallo, der Herr. Ja. Geht's den Umständen entsprechend gut? Ja, hören Sie auf. Hey. Sind Sie verletzt? Nein, nein. Alles klar. Bleiben Sie ruhig. Machen Sie, was wir sagen. Machen Sie, was die Täter sagen. Wir holen Sie hier raus, ja? Mhm. Geil, Bruder. Ich hol dich da raus, so wie du an mich glaubst. Das ist geil. Das Lied, das kenne ich gar nicht tatsächlich. Negativ. Komm gleich. Du kannst immer auf mich zählen. Das gibt's wirklich. Na, wer singt denn das? Nein. Nein. Schieden wir da so. Ich würde den Moment nutzen, ne? Hey, Ketchup. Ich muss die Waffe noch loswerden. Achso, nur immer kurz höher, okay. Der Fluchtwagen ist auch noch nicht vorbereitet. Also, ihr müsst schon vorher Bescheid sagen, bitte. Ja, das ist halt gut zu wissen. Er soll bitte, wenn mein Luftschiff bereit ist, soll er bitte Bescheid sagen, damit ich nachher noch die Fahrt machen kann im Luftall. Ja, ich hole ihn jetzt ab und bringe ihn zum Blockplatz. Oh, Spannkrieg dazu, Rolf. Ende, komm. Ich geh wieder nach vorne absichern. Gut. Wir sind zu fett da drin. Wir sind einfach zu fett dafür. Ich bin dafür. Wir stellen nochmal eine schöne Reihe auf. Alle nach vorne. Mit Gesicht zur Wand. Ich fass. Ich rater die hier drin gerade. Randalen. Randalen. Die machen erstmal ne Blaulicht aus, weil ich Epilepsie hab. Ich seh schon, dass ich ein anderes Treffen ausgeräumt bin. Das geht da durch. Dir geht's aber gut da hinten, oder? Gut, hier war ein ZDF, wenn wir nicht ganz in die Summe laufen müssen. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, hallo, ich hoffe, ihr hört mich alle. Wie weit ist das Luftschiff? 60 Sekunden ungefähr. Perfekt. Wenn ich wieder rausgehe, schmeißt ihr die Waffen weg. Wenn ich nach hinten komme, nach dem nächsten Mal reden, dann schneidet ihr die Kabelbinder durch und schreit laufen, okay? Warte, aber dann sagen wir denen, dass wir jetzt gleich die Kabelbinder durchschneiden, ne? Ja. Stellt sich jeder hinter einen hin? Äh, warte, eine Sache noch. Steckt denen jetzt bitte alle, pass auf, alle eure Socken in den Mund. Macht's einfach, vertraut mir. Dass sie laufen müssen und nicht rufen können, wir sind geil, dann tun sie mir nichts. Hä, wir können doch alle schreien, dasselbe, what the fuck? Ja, jetzt glaub mir, Bruder. Wenn ich den Socken in den Mund stecken, dann sind die dumme Tuch in den Mund. Hä, nee, 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 mach das nicht, ey, mach das nicht. Weißt du warum? Genau dann können sie es doch erst herausfinden, ist doch voll dumm. Hä, Bruder, ich hätte mir auch was in den Mund gesteckt, Bruder, muss keine dreckige Socke. Ja, aber ist doch voll dumm, dann kann doch jeder dasselbe schreien, weißt du? Ja, dann lassen wir es halt, aber pass auf, ich gehe jetzt nicht raus. Weißt du, was ich wäre? Ich habe eine Idee, ich habe eine richtig geile Idee. Pass mal auf, wir schneiden denen jetzt dann alle die Kabelbinde durch, dann vermischen wir uns. Verstehst du, wir vermischen uns, komplett, wir rennen hier bis, achso, wobei das ist scheiße, dann haben wir keine Übersicht mehr. Nein, rauslaufen, direkt rauslaufen, lass es doch nicht rauslaufen, ja. Ich kann meine Waffe nicht fallen lassen. Wieso nicht? Keine Ahnung. Gibt es denn eine Kabel oder in meiner Hand? Klebt es? Nee, klebt es in meiner Hand. Oh, nee. Ja, aber kannst du sie dann nicht wegschmeißen? Nein, das passiert, ich steck sie weg und versuch es dann mal. Auch schon probiert, dir nicht. Kannst du mir gehen? Kannst du ihn vielleicht abnehmen einfach? Ja. Also pass auf, nochmal, ich gehe jetzt gleich raus, der Fluch sagt, dass sie das hier abstecken. Ey, ey, aber... Warte mal. Aber nicht die Socken im Mund stopfen, ist das dumm. Nein, dann lassen wir das, also. Gleich Kabelbinder losschneiden, Waffe vorher wegschmeißen. Vorher die Waffen wegschmeißen dann, jetzt noch nicht. Also, dass das Kabelbinder das Letzte ist. Passt. Und dann, wenn ich zurückkomme, laufen. Oh, warte, wisst ihr, dass mir auffällt? Was ist, dass mir auffällt? Wir sollten vielleicht Handy und Funkgerät irgendwie in die Leuten geben, ne? Also, unsere haben das alles bei. Unsere haben alles bei. Wir haben das nicht abgenommen. Also, ich hab's nicht abgenommen. Ich hab's abgenommen, den. Ich hab nur SIM-Karte und Akku wegschmeißen. Okay, dann ist es eh gemischt, dann passt's. Okay, also habt ihr verstanden, ich gehe jetzt raus. Ihr schmeißt eure Waffen weg. Wenn ich zurückkomme, schneidet ihr sofort die Kabelbinder durch und schreit auf. Hast du bereit, Drift-Chef? Nö, ich bin auf dem Spot. Okay, perfekt. Macht euch bereit. Wie du sagst dann, wenn du an der Tür bist. Handy Drift-Key ist überall. Nein, 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 nein. Es geht los, Leute, es geht los. Hinter dem Shop laufen Zeitkops rum, glaube ich. Du bist doch Marathon weiter, oder? Wir sagten uns, wer noch mal mich ist. Leer. Du vor mir. Halb Marathon. Lauf mal ein paar Runden. Ich weiß nicht, dass sie irgendwo Nagelbänder geworfen haben. Das wäre ja ganz zufällig. Was ist denn jetzt die Kabelbinder eigentlich ab? Ich habe den weißen Tiger verfolgt. Nein. Noch nicht. Okay, wieso habe ich nicht Glück? Warte mal ganz kurz, wir haben ein Problem. Hallo? Hallo? Wir haben ein Problem. Irgendwer hat gerade die Anweisung gegeben, dass sie sich durchmischen sollen. Das ist immer ein Problem. Jetzt hat der eine eine Glock aufgesammelt, die eine Geisel. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wer die Geisel ist. Ja, der kann halt schießen, ne? Der wird dafür verknackt, wenn er auch rennt, halt einfach raus jetzt. Okay. So, Kabelbinder sind ab, ja. Kabelbinder sind ab, bestimmt. Steuern soll ich dann durch. Alle, alle ab. Alle bereit? Ja. Ja. Lauft. Lauft, alle, lauft. Raus, 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 raus. Kiemen wir's raus, kiemen wir's raus. Stehen bleiben, oder sie werden gefasert. Stehen bleiben, oder sie werden gefasert. Stehen bleiben, oder wir tesern. Stehen bleiben, oder wir tesern. Das ist einer von uns jetzt an der Kreuzung bei Meckes. Der könnte in einem P1 ansteigen, wenn er uns sieht. Ich bin weg. Ich funke jetzt nicht. Es sind drei, vier Leute, lasst euch einfach festnehmen, damit das nicht so auffällt. Ja! Es funktioniert! Aber das ist geil! Das ist ein paar Gruppen IOMS, wie sie alle schon getasert haben. Ich bin weg! Ich bin weg! Irgendwann hab ich es geschafft! Ah, geil! Huch! Was ist denn da passiert? Alter war das ganz geil! Wie wir bitte alle raus gerannt sind. Und die Kopf wurden komplett überfordert, sie alle gerade, wir waren sauviele Leute. Oh, da wäre jetzt was runtergestolpert. Bruder, wir haben gerade viele. Ich bin weg. Ja leckum jo, mega war das grad. Ey wie geil ist das grad gewesen Alter. So warte ich send mal durch. Standort ähm. Ja was jetzt äh, Walker war das ne? Willkommen Wind? Ja. Ah ne Wind war das super. Ich komm dich gleich ansammeln Marc. Ja. Oh war das grad geil. Ey das war mal Bankrop, der wär richtig easy. Aber es sind, es sind die, es war richtig effig, also hier kommt der Ort wo ich grad chill, da findet mich nie jemand. Ich komm wo ich chill, chill hier drinnen einfach. Du darfst einfach alle sagen, ihr habt bei der Versicherung zusammen. Bitte am besten so, wenn ihr da irgendwie gesammelt werdet für letztes Mal so untereinander ein bisschen, damit ihr von uns alles klar ist. Oh geil. Da rennt ein Marshall rum, nicht hochkommen. Ich bin unten drinnen, ganz im Eck rein. Ja, bleibt da. Ich hoffe, dass der Marshall nicht drauf, dass die Tür da aufgeht. Jetzt haben wir jetzt die Beute weg. Ich noch mit so. Heftig. Wow, die Beute ist auch weg. Die Beute ist auch weg. Ey Leute, lasst mal nen fetten Like ab dafür da für diesen, also für diesen Bankrop, der war ja easy. Der war ja easy. Haut mal raus hier. Und wir sind weggekommen. Wir sind einfach mal komplett weggekommen, Leute. Ja. Hau mal raus hier. Heftig. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass wir wegkommen. Ich dachte, ich wäre einer von denen, die hundertprozentig getasert werden. Ich dachte, ich werde hundertpro festgenommen, gesucht und getasert. Ich bin aber weg. Oh, ich hab den Hacker Laptop. Wobei ich könnte sagen können, dass die mir dann zugesteckt haben. Alter, war das geil. Alter, der Plan war super. Top. Eins plus mit Sternchen. Boah, eine schöne Tür da hinten. Schöne 2D Textur. Kann man sogar was in den Briefkasten schmeißen. Die ist aufgemalt, die Tür. Die existiert gar nicht. Ich werde in das Haus reingebaut. Aber Wind ist, glaube ich, eh gleich da. Ich werde in der Nähe von den Hilf, wenn da einer ist. Linehacker zu Simon von der Nähe. Ich kenne dich noch. Ja, Gruß geht raus. Vielen, vielen Dank. Auch vorgelesen. Ich lese noch von oben nach unten. MIG93. Moin, mein Beste. Wie geht's dir? Ich hoffe, ich hoffe, ich auch. Tiziano. Kannst du mich und meinen Freund grüßen? Heißt du Maxi? Ich grüße den Maxi. Natürlich. Jason, you stupid. Danke für 42. Und ready for life. Danke für das Wip-Wern. MIG93. Danke für das Wip-Wern. Super Chat. Und MIG93 ist auch nochmal Wip geworden. Max Rocket. Auch danke für das Wip-Wern. Tiziano ist auch nochmal Wip geworden. Monika Janken. Danke für 3 Euro. Und für 5 Euro. Dann haut sie raus. Dankeschön, Monika. Pyro Lucky's Team. Dankeschön für 99 Cent. Jason, you stupidest Wip geworden. Dann Nutella Leon. Wann ist die Bewährungshase für den Server? Das ist sobald. 3-0 da ist. Dann ist die Bewährungshase. Ich kann es aber noch nicht sagen. 249. Dank für das Wip-Wern. Auch Moes Wip geworden. Dann der Tim. 999. Dank für den 10er. Ratatatatatatamexikan. Ja gut. Haben wir heute nicht benutzen müssen. Das ging ja so easy. Ich warte nur noch auf meine Abholung. Wir sind kurz vor 8.000 Likes Leute. Heftig. Wo in den Parkhaus bist du? Bisschen durch. Ich höre eine R1. Die ist direkt über der Bank. Meck ist Bank. So hinlegen. Sehen wir das gar nicht. Ich bin so gut versteckt in dem Busch da. Guck mal. Dann sieht es halt nicht. Geilster Busch ever. Ich bin am besten Spot. Aber hier wird geil kochen. Sehe ich gerade. Das hat nicht reingesammelt. In das Haus rein. Dark Knight. Danke für 90 Cent. Auch dann. Xinox92BO. Hallo. Hier ist der Freund vom Messi. Nils Kloos. Jawoll. Dein Gruß geht raus auch nicht. LPM04. Danke für 1.50. Vorhin. Live. LeonTV. Danke fürs Sip-Wern. Trendy92. Auch danke fürs Sip-Wern. Evo Basti. Hey. Wie wäre es denn mal mit einer. Yakuza oder so. Einen kleinen. Sie hatten alles. Dollmetscher was. Hä. Meinst du Yakuza ist doch eine Gang. Redest du davon. Liebe deinen Streams. Geht's dir gut. Kennst du dich noch. Evo Basti kenn ich noch. Aber. Meinst du Yakuza als Gang. Dass wir noch eine Gang dazu haben. Oder wie meinst du das. Ey. Martin Berger schon. Das fünfte Mal Greece hat. Danke dafür. Was die. Makanov hat noch VIP geholt. RIP. UKDKD 33 auch. Onkelfix08. Darksk. Und Bobby. Regions ist noch VIP geworden. Vielen Dank dafür. Kannst du fahren. Heute Vorprüfung. Englisch wiederbekommen. Ab 53 Punkte. Gibt's da 2. Ich hab 52,5. Und hab ne 2. Okay. Längst dich ab. Mega von dem Thema ab. Danke dir. Kuss. Titan LP. Danke fürs VIP werden. Auch Dorfkin. Danke fürs VIP werden. Dorfkin nochmal. Danke fürs VIP werden. Thorsten Balco. Elvia live dabei. Frau und Kind schauen auch. Grüße doch bitte. Diana und Vincent. Diana und Vincent wieder gerüßt. Danke Robert. Mach weiter so. Okay. Komm raus. Ich korrigiere. Der nicht im LP gefangene Beamte. Wo bist du genau? Ja. Also meins gar nicht mehr. Perfekt. Ich dachte ich werd grad gemeint. Zweier gesagt. Wir kommen raus. Oh da kommt der 5. Äh. Christian. Hinter. Aber ich kann's nicht weiterlesen. Perfekt. Er lässt mich wieder nicht weiterlesen. Hinterab steht wieder. Hinterberger ist das. Dankeschön. Boah Alter das ist grad knapp. Heidnel P Dorfkind. Danke nochmal an euch. Genau. Sana danke fürs VIP werden auch. Destroyed boy. Hier für einen neuen Router. Ja danke. Es liegt leider nicht am Router. Bei mir fährt ein Marshall grad durch. Kannst du mir den Standort schicken? Ich geh ihn holen. Ich bin 700 Meter entfernt. Der ist oberhalb vom Meckes irgendwo. Das ist der Sound oder wie spende. Der hat mich jetzt gedroht. Wer hätte gedroht. Hotel. Das ist der Sound oder wie spende. Ja die sind schon weg. Die meinten nur weil ich frech bin werde ich sonst stehen was passieren wird. Wie hat die das gesagt? Ich war halt, ich meinte halt, ja, er soll aufpassen, weil er mir ins Auto reingefahren ist. Ist ihm erscheinend zu frech gewesen und das meinte er so, ich meinte er so, wenn ich noch weiter frech bin, ich werde auf jeden Fall sehen, was passieren wird. Ja, wo bist du? Mason Walker. Bist du nicht hinter der Nazio, an so einer Kreuzung im Busch? Bist du im GTR? Hä, wo bist du? Ich bin an der Kreuzung, ich bin nicht bei der Nazio, aber ich bin unten beim Waffenladen. Warte. Ah, super. Ich habe mich jetzt extra im Busch versteckt, da war mich gerade ein GTR, der hätte mich fast gesehen. Das ist der Sound auf der Spinde. Okay. Verfolgt dich. Einfurt verfolgt dich, ja. Die stehen da, ja. Das ist aber gut, weil die nennen die die Highspeaker unten nicht mehr rumjuckeln, wenn sie ihn einhalten. Nö, jetzt ziehen wir mal hin. Warte, wer will mich jetzt einsacken? Äh, wir sind ein schmatzschwarzer GTR mit einem großen Spoiler. Ja, ja stehen bleiben, genau da. Genau da. Warte, da ist ne Biercamp weiter. Jetzt. Jetzt. Wir fahren zum Mirror Park, ich habe da Haus und dann gehen wir den da umziehen. Ja. Alter. Da sind so viele Polizeiwür vorbeigefahren, heftig. Ich bin ganz über Häuser gesprungen, über Banden, über Müttern und dann ins Park. Ich bin auch über alles gesprungen. War richtig geil. Heißt du, von mir haben sie alle weggetasert. Alles. Ich bin einfach durchgerannt. Wir fahren zum Dealer. Kein Bock, dass Kartell hier kommt. Wegen Mirror Park. Was haben die jetzt bitte wieder für ein Problem? Warum haben wir nur so einen Schockenarsch direkt? Ja, wir haben Kartelle eingepackt und Pizza hier und ja. Aber wir haben denen klar gemacht, dass irgendwie vier bis sechs Leute von uns auch da drin waren. Also, wir hoffen, war das nicht so. Schissen wir es halt. Ich habe mich umgezogen und das hat ein Mafiatief gesehen. Ich komme raus. Und der so, ja zeig mal. Sag mal schießen. Aus das Hafen. Aus das Hafen. Aus das Hafen. Direkt umziehen, Alter. Direkt umziehen. Zack. Im Anzug. Richtiger Geschäftsmann. So macht man das hier. Das war ein voller Erfolg. Das war ein richtig heftiger Erfolg gerade. Geil. Ne, das sind zwei Sitzer. Oder? Ne, das sind vier Sitzer, oder? Oder nicht? Echt? Das ist ja nicht. Keine Ahnung. Es gibt mehrere, die so ähnlich aussehen. Wollen wir den nehmen? Ja, komm lieber den. Ja, komm lieber den. Moment, jetzt. Damit wollten wir noch rausschießen da im Kartell. Erinnerst du dich mal? Ja, 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 weiß ich noch. Da habe ich mir den gekauft. Kennst du dich ein Kacktell? Boah, Alter, was das die so Stress machen immer. In jeder Kleinigkeit gleich. Kleinigkeit. Das Lustige ist ja, wir waren da ja alle gleich angezogen. Ich komme da nur mit dem Auto ins Kleidungsland. Wir werden raus. Ja, danke für das Bild. Sag mal, tschies. Das Problem ist das, die sind immer so direkt so schnell mad irgendwie. Ja. Sind wir auch so, dass wir so schnell mad sind? Ja, aber auch, wenn wir so schnell mad sind. Ja. Ja. Ich glaube, es ist halt belastend, wenn du da jetzt als Geiser genommen wirst. Ich finde es halt lustig. Ich glaube. Ich meine, Kartell und Pizzeria, Fahrer schon sehe von vorne bis hinten. Aus dem Grund finde ich es lustig. Wir haben schon ziemlich empfindlich reagiert, als Wolfi und Karl-Heinz nur vom Militär mitgenommen wurden. Bitte was? Ja, ihr habt ein bisschen was verpasst die letzten Tage. Das Militär war zu Hause oder was? Ja, da war ich da. Ich war irgendwie Nationalgarde hier in Los Angeles. Und Wolfi wurde, weil Karl-Heinz irgendeine Scheiße gebaut hat, mitgenommen von denen auf die Militärbasis. Mussten da irgendwelche Scheiße machen am Sportplatz. Wir sind da hingefahren, haben das Militär kaputt geschossen, haben Wolfi und Karl-Heinz da rausgeholt. Und dann kamen irgendwelche Kampfhelikopter und Panzer, die uns dann komplett zu Kleinlords verarbeitet haben. Ja, moin. Das war doch da, wo der von vor abgeholt wurde, ne? Oder? Äh, ich glaub nicht. Karl-Heinz. Das war halt irgendwas, dann musste Wolfi ins Krankenhaus zu Karl-Heinz. Und von da aus sind die dann in die Military Base gebracht worden. Also ich weiß nur, dass Wolfi letztes Mal von der Nationalgarde vorm Gelände abgeholt wurde. Ja, das ist wahrscheinlich davor passiert, vielleicht. Ja, irgendwas meinten die, die haben wir auf ihr abgeholt, ins Krankenhaus gebracht und dann von da aus. Ja, dann waren wir es wahrscheinlich, haben die uns, weil da hatten wir die Besprechung. Stimmt. Ja, ich war halt erst später da, ich hab die Besprechung nicht mitbekommen. Was ist hier drin los, schau mal. Keine Ahnung. Irgendwelche komischen Becher. Also ich fand's gut, hat Bock gemacht. Hat richtig Bock gemacht. Das sah lustig aus von draußen. Ich dachte auch, ich werde gleich getasert, aber es war gar nicht so schlimm. Mir ist ein Marshall hinterher gerannt und der ist fünfmal verkackt zu tasern. Ich bin Marshall hinterher gerannt, by the way, ne? Er ist nämlich jemand hinterher gerannt, hat es nicht geschafft und dir bin ich da wieder hinterher gerannt. Was ist am Hauptplatz? Also wir sind vom Hauptplatz. Weil hier immer wieder Quartelleute vorbeigefahren sind eben. Also es war ein Cast, einer vom Quartell war beim FC am Ende. Und hat sich halt einfach so, ich sag mal die Person angeschaut. Der war halt selber hauptgeist. Man muss ja nicht überhaupt falsch da. Wie gesagt, hat halt rote Leute noch. Und einer von euch beiden sind schlüsseln, ne? Das probiert er bei mir noch steige aus und gibt mir einen Kopfschuss. Ja, ich hatte keine Rassen noch. Ja, ich war fertig. Eine Frage hat... Wurde irgendjemand vom PD gefragt, wo er arbeitet? Nein. Mich haben sie nicht gefragt. Nicht mein Name. Ja. Ich hab gesagt, ich bin Freiberufler fertig. Ich hab gesagt, ich bin Freiberufler fertig. Also wie gesagt, Kartellkreis hier immer noch um, beobachtet die Leute. Aufreißen sie rum. Auf Platz sind immer wieder jetzt welche hier gewesen gerade. Ja, lass mal sonst mit Kolonne fahren. Lass mit Kolonne jetzt mit dem Hauptplatz? Ja, jetzt lass mal in Maybach einsteigen und Kolonne fahren. Ist ja lustig. Ja, lass mal auf. 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 Wöchte mich mehr am Gelände abholen? Kann schon. Da wollen wir im Autohaus ausparken. Nein, ich hab Kopf hinter mir. Ja, für Autohaus, oder? Weil, ich glaub, meiner ist auch nicht da. Aber die suchen jetzt wen, ne? Ich weiß überhaupt nicht wen die suchen. Oh mein Gott. Der hat seinen Spaß, lass ihn doch. Geil. Ich stelle mich jetzt auf den Hauptplatz mal gucken, was wir machen. Ich würde das schon mal wieder fühlen in den Konvoi fahren. Ein bisschen pushen. Ja, vor allem weil die letzten Tage halt kaum was los war. Zeigen, dass wir wieder da sind. Ja, Leute, ich würd sagen, wir setzen uns alle erst mal in... Eine gepanzerte S-Klasse. Mit Maibach rein. Und dann... Die Maibachs haben übrigens nichts gebracht gegen die National Guard, ne? Ein Schuss von diesem Helikopter und die Scheibe war durch. Ja, moin. Ah. Ja, haben die wahrscheinlich, äh, spreng durch die Tür, oder? Panzerbrechende Munition. Ja, passiert. Und teilweise auch Raketen, ja. Ja, moin. Warte, ich weiß halt nicht, ob er da jetzt drin ist, ne? Ich vermute es nur. Ist nur ne Vermutung. Ach so, wir können da sein. Ich hab Geld dabei. Ausnahmsweise mal sonst... Ja, ausnahmsweise sonst bin ich immer der, der wir broke ist und nichts hat. Ich bin immer derjenige, der... Hast du mal Geld? Ich weiß, ich muss immer anpumpen. Äh, ja, der ist da drin. Dann sollen wir uns ja alle im Auto... Können wir mal machen. Ein bisschen, ein bisschen Aufstand machen, ein bisschen Wirbel. Aber die hat die schwarzen Maibas rausgeholt, Leute. Wenn das Kartell Stress macht. Schauen wir mal, was abgeht. Also, wär schon lustig, jetzt erst mal nen Gangkrieg auslösen. Habt man am besten auch im Firmen-Ausfit, ne? Ja, natürlich. Wär schon cool. So. Ja, schon nice, war schon nice, war schon nice. Kannste fahren, du hast meine Spende vor 45 Minuten nicht gelesen. Doch, hab ich. Äh, das war das mit Englisch. Hab ich vorgelesen. Mit dem Zweier. 100% hab ich das vorhin vorgelesen. Dann kannst du fahren. Also, die Mundebande. Auf und reinen Stream. Liebe deines Streams. Und wie, sageschön. Ebo Basti. Ja, ich meine, noch ne Gang. Ja. Mit Jakusa. Wär eigentlich ganz geil. Mal schauen wir mal. So, Pizzeria steht südlich vom Waffenladen und guckt, wer nen Kleidungsladen geht. Ja, deshalb bin ich da auch nicht hingegangen zum Kleidungsladen. Wir sind am Auto aus. Die wird ja vertaubt. Ja, die versuchen rauszufinden, wer sie entführt hat. Deshalb bin ich ja auch irgendwo anders zum Kleidungsladen gegangen. Ist halt dumm, wenn man direkt am Hauptland geht. Ich war jetzt südlich hier Richtung Grove. Ja, selbstverständlich. Das ist dumm. Jetzt gucken wir mal wieder Maibach Konvoi. Ma 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 Maibach Konvoi. Oh, ich glaub da hab ich die Waffeln drin. In meinem Maibach hab ich Waffeln. Oh, da hab ich da Waffeln drin. Oh, ja. Ah, das meine Golden One ist da drin. Oh, kacke. Ja, warte. Die muss ich aber woanders einlagern. Stimmt, gute Idee. Wo ist mein Auto, wo ich alles einlagern? Ich hab irgendwo ne Kiste, da lag ich alles ein. Ich glaube... Ist der 7er BMW? Ne, wo ist meine Kiste, wo ich alles einlagern? Clio, Sprinter, GTR 92, Beetle. Ist das der Beetle, oder? Was, der Beetle? Ne, der hat zu wenig Kofferraum. Boah, wo hab ich nochmal die Sachen eingelagert? Ich krieg das schon hin. Irgendwo hab ich ganz viel Stuff drin. Es kann doch sein, dass der gar nicht drin ist in der Garage. Oder was der BMW... Ja, der BMW könnte es auch sein. Ah, da hab ich was eingelagert. Ey, nicht ausparken jetzt. Warte mal. Ich warte kurz. Ja, ja, ich fahr doch schon weg. Findet's die meisten? Ja, treffen wir am Autohaus, hieß es, Junge. Ja, ich fahr doch mal. Alter, wir hatten raus! Ja, den GCI hauscht ihr rein, die Golden One. Ja, den fahr ich ja nie. Boah, ist das schrecklich. Na, ist der Maskenladen am Strand frei? Ja, ja, hier stehen wir schon. Guck mal, so ein bisschen Richtung Raum platzt, dass wir die auftauchen. Habe ich nicht vergessen, die Golden One ist im GTI. GTI, oder? Was ist los, Jungs? Äh, ja, Kartell ist, ein paar Leute haben uns am Such. Äh, ich bin auch hier. Bitteria auch. Also, die fährt jetzt hier rum, droht irgendwie auch Leuten. Ich bin mich eben umziehen gegangen und in dem Moment hat irgendein Mafia-Team ein Foto von mir gemacht. Also, sag ich jetzt, dennoch auch geistert. Ja, wir sind doch auch geistert gewesen, was wollen die von mir. Ja, ja. Keine Ahnung, aber wir haben mit, äh... Marc hat jetzt gerade gesagt, dass wir uns dann alle einmal am Auto austreffen mit Maibach von Olyphant. Ich war einfach gerade am Kleidungsanen, tut mir leid. Ja, ja, alles gut. Hab mir schon gedacht, wer drin sitzt. Oder wir treffen uns am Grundstück wegen Ausrüstung. Ich würde uns erstmal ausrüsten, weil wir haben jetzt dann nichts, ne? Oder so. Ja, Grundstück ausrüsten, bitte. Also, ich hab mir schon geglaubt. Kann mich wer abholen? Ich fahr gerade als Redboards. Ja, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Schick mir mal ein Standesprinchen. Äh, ich bin grad Tiki-Lalama. Aber... Ich bin gleich da. Woll ich dich leid. Ist Habub noch da? Ja, da muss ich nicht dazustellen. Einfach nur so gucken. Habub? Ja, ja. Alter, Habub ist weg. Ja, der hat auch weggefahren. Ja, der hat auch weggefahren. Aber... Keine Ahnung, was mit dir ist. Ha, 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 ha. Illegale Schiff. Einfach Waffen im Kopf. Warum? Ja. Ja. Du wirst das sicher geil aussieht? Was aber... Dermast illegal ist. Nein, die geht mir kurz. Ich hole dich. Ja, ich bin gleich schon da. Alles gut. Okay, passt. Och, joch. Aber hinterl geht nicht ran. Gautschutzreaktion. Ähm, Romanov ist da. Das ist doch mal geil, oder? Sonst hab ich grad keinen gesehen. Für den Präsident. Auf der anderen Seite, was wollen sie machen? Sie haben eh keinen eindeutigen Bewerb. Geil. Und die können ja nicht nur, weil die das Outfit anhaben, die Leute da umschießen. Genau so ist es. Das Problem ist, dass einer von der Pizzeria einen von uns gesehen hat. Ja, aber das ist auch scheißegal. Weil da war ich weg. Da war ich bei Vincent im Auto. Kann man immer noch sagen. Der hat mich von den Leuten abgeholt. Ja, aber dann behalte das für dich, dass du... Ja, ja klar. Also auf die Stelle war ich da Geisel drin einfach. Ja, der da eben so frech geworden ist. Weißt du, wer war das. Der das sonst gesehen hat. Ja. Aber mich doch nicht. Nein, der hat mich gesehen. Ich bin bei Vince ausgestiegen mit dem Outfit, nachdem er mich abgeholt hat. Präsident Autoleute mit Blaulicht. Ja! So, wir statten uns mal komplett aus. Ich bin geflüchtet von der Bank, da nachdem ich weg war, bin ich Vince eingesammelt und zum Kleidungsladen gefahren. Ich komm raus, gerannt und in dem Moment kommt der Typ rein. Ja, aber du kannst ja auch umgezogen worden sein. Das hat keinen Anhaltspunkt, um jetzt rumzubadern. Was ist das für eine Scheiß? Oh, das hätte ich mit Waffe gesehen. Nein, hat er nicht. Die habe ich ja weggeschmissen. Ich hätte ja gar keine Waffe dabei. Weil er gesagt hat, er hat ein Foto von dir. Außerdem sollten die Geiseln genauso rennen. Boah, da verstehst du, macht ja gar keinen Sinn so. Dann kann ja Igor sich auch eine neue Friese machen und alles und Gutes. Scheiß, mach ich. Die können mir eh nichts. Wie gesagt, die haben das halt nicht gesehen. Die haben es erst gesehen, nachdem ich bei Vince ausgestiegen bin. Ich ziehe nur mit Block 18 um den Ort. Ich hatte Gelände. Ja, Gelände. Ja, Gelände. Wenn man vier Geiseln sucht, Supreme Court und fiel die vier Stunden am Auto aus. Gelände am besten mit Malbars schon, ne? Ja. Hat mir einen Malbar, wo ich mitfahren kann, weil ich bin halt ohne Auto hier. Wo bist du? Jetzt zieh mich um. Kann ich sonst auch schnell hinfahren, dass du deinen holen kannst, wenn du magst. Jetzt zieh mich auch nochmal schon um. Ja, ich steig aber mit einem, wo ich dich selber fahre. Aus der Gelände 2.0, abgehakt, Bruder. Hat funktioniert. Auf Erfolg, weil ich... Road to 3.0. Wo war neuer Treffpunkt jetzt? Oder es war keiner mehr? Hat Hellkreis, glaube ich, ums Gelände, habe ich vorhin noch gesehen. Da halten sie doch. Das ist halt alles aus. Warte, wo sind die? Ähm, ist noch ein roter U-Bus. Und eine schwarze E-Glass. Ja, roter U-Bus. Der zieht man in der Macht hier. Ah, okay, dann ist es die Mafia. Und dann Reus, Reus fährt auch mit der Mafia rum gerade. Kreußen die alle draußen rum, oder was? Hab dich gerade gesehen beim Reinfahren, ja. Wenn ich jetzt mal die Meinung blase. Was ist denn mit dem Kolon da vorne fahrt, dann fahrt ich an hier nicht, oder was? Ich weiß ja nicht, was die jetzt von uns wollen, so auf Wilkern als Geisel genommen werden, hä? Das ist gar kein Sitz. Ja. Ich meine keine Anhaltspunkte. Das ist gar nicht so. Okay. Ich bin da gegangen. Alles so, oder? Ja. Ich bin da gegangen. Na, jeden anstellen zum Hauptplatz. Ähm. Da neben dem. Was? 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 Da hast du mal ne Maske neu gekauft Wann fiel es los. Ich war eigentlich noch nie geil in meinem Leben, nur Fake sag ich mal, ne. Für die beiden Räuber. Fahrt ihr dann auch mit an? Wohin? Ähm, Anwesen, Treffpunkt. Noch gesagt im Funk, oder? Achso, ja, ja, ich hab nicht gewusst, ob das jetzt noch aktuell ist, oder nicht? Achso, ja, jetzt ist das schön. Ich dachte, dass die jetzt mal auf Platz anfangen. Oh, fahrs aber an. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Puh mal. Ich habe ihn. Ich fahre noch mal eine Runde ums Rundstück. Nimm mich mal mit, Baby. Wo bist du? Auf dem Gelände, Bruder. Ja, alles klar. Bist du hier drinnen? Ja. Ja. Bruder, die können was nicht umrotzen wegen Verdacht, Alter. Was wäre das, Alter? Geht nicht. Ich weiß nicht, was die machen. Ich fahre noch mal kreisen, Bruder. Na, na, der Marc, sag ich gerade, ist ein Birdflot zwängt worden. Was? Nein. Nee, er ist gerade... ...richt'n Fullmoke. Ich fährt noch eine andere Mark. Wir haben noch eine andere Mark. Äh, wo? Ready für dich, damit du weißt, wie da jetzt hops gegangen sind. Warte mal kurz bitte, John. Ähm... Ja, es ist wohl Marshell ganz random reingefahren. Also, so zufällig reingefahren nach... ...und die standen halt dann da. Und dann sind die ganzen Kops angerückt. Wild. Ist nichts, ne? Auch davon ist ein, äh, Motorrad gefahren. Motorrad gewesen, ja. Das Ding ist halt, die können uns nix, Bruder. Was wollen die machen, Alter? Ich weiß, ich weiß auch nicht, woher sie Infos haben. Weil jetzt keiner sagen, dass sie irgendwo was haben. Äh, Leute, wenn du jetzt reinfährst, bitte das Tor schließen. Wir haben halt keinen, wir haben keinen Namen gejobbt, nichts. Eben, fahren jetzt mal rum, wir schauen. Und nur das Auto ist ja kein Indiz, Bruder. Wie saß der da drinnen als Geisel, Anführungsstrichen? Also, eigentlich können sie nicht so... Sie können uns nicht deswegen umrotzen. Auf gut Glück. Hä? 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 Ich dachte grad, wer hat die letzte Polizei? Hä? Das war ich. Ernstlich? Ey, wo hast du Polizei gehoben? Äh, ja, ich stand mal vorhin. Das war keine Hup, das war Sirene, Alter. Achso, oh mein Gott. Ich hab dann selber mich gewundert, Alter. Ja, so ein bisschen just for fun. In dem Auto sieht man's eh nicht. Mir ist auch nicht mal ein bisschen Spaß. Ich dachte, hä, seit wann fährt die Polizei vor einem und macht uns hier anhalten. Ich bin ultra verwirrt. Ja, so, ich fahr mal schon tanken. Aber, du, ähm... Ich find's halt jetzt weird, ne? Dass wir jetzt suchen gehen. Aber wir können ja auch sagen, wir fahren jetzt in Maybach so rum, weil wir ja auch entführt wurden, weißt du? Auf die, wenn sie fragen. Ja, machen sie auch. Also, wenn ihr euch angehalten werdet von denen, oder so, warum wir in Maybach fahren, ne? Dann sagen wir vermuten, dass wir von irgendwen von anderen entführt wurden. Die Ravens waren's. Ich weiß, was ich mein, dass wir da jetzt, deswegen, warum wir jetzt in Maybach fahren. Entschuld' mir mal. Aber schau mal, das sieht schon fresh aus vorne mit dem, mit der Leitbahn, ne? Hat was, ja. Fühlt sich so richtig President-like an. Find ich, find ich geiler als hier vorne im Grillen oder so. Genau, ja, einfach nur vorne das kleine Lämpchen. Ja, genau. Hm? Wer nicht? Ich bring da eins mit. Danke. Oh, da hat er fünf Mitgliedschaften raus. Wie ist das denn? Christian nochmal. Alter, der hat das nochmal rausgewubbelt, oder was? Vor, vor few seconds steht hier. Äh, vielen Dank für ein Ja. Achso, warte. Was denn? Ja, rubbellose. Was gebe ich denn da? Kann ich dir auch drinnen geben, Bruder? Achso. Na gut. Ist doch nicht groß. Ich bin so süchtig. Bitteschön, Bruder. Ja. Lass mal rubbel die Katz, Bruder. Wer ist jetzt alles am Anwesen? Alle, glaub ich. Okay. Oh, 800 gewonnen, Alter. Dann würde ich mich im Konvoi fahren, Richtung, ähm, Richtung Hauptplatz. Wir können jetzt aus Tarnung zur Pizzeria fahren und fragen, ob die das waren. Verstehst du? Ja, wär ne gute Idee. Weißt du? Ja, das erklär ich euch am Gedanken. Ich hab ne Idee. Weißt du, dass wir so als Tarnung zu dem fahren und fragen, was die Scheiße soll? Hm. Einer von den Geisen hat gesagt, war Mafia, weißt du wie ich mein? So, so weißt du, so einfach irgendwie die Leute, ist egal, weißt du wie ich mein? Wir vermuten, dass ihr das wart. Und weil der einer das gesagt hat und wollten wir das jetzt abchecken, ne? Das ist der Sound oder ich spende. Das machen wir, Bruder. Ich mag das hier. Ja. Fiesi. Ist ja aber fast ausgegangen mit dem einen Dude, ne? Mit 21,30. Ich glaub 21,40. Haben sie mich freigelassen, theoretisch. Wie freigelassen? Naja, beim PD da halt, beim Oben, dass sie gesagt haben, kannst gehen. Ey, ich frag mich halt echt was mit Habubes. Schau mal, es sind alle da bis auf Habubes. Hab ich doch gesagt, Bruder. Der hatte illegale Waffen im Koffer rum. Wirklich? Ich dachte, das ist ein Choke. Ich dachte, das ist ein Choke. Mein Auto steht hier noch. Bruder, ich... Ich dachte... Wir wollten halt mit dem X7, mit dem wir hingefahren sind, wollen wir zurückfahren. Oh mein Gott. Ich hab gedacht, du verarscht mich, das ist ein Choke oder so. Nein, das war ernst gemacht, ne? Nicht mal so, ja, Waffen im Koffer rum. Ich denk mir so, ja, natürlich. Ey, Jungs, ich hab ne Idee, was wir jetzt machen. Geil. Wir fahren jetzt, geschlossen als Kolonne, zur Pizzeria und beschuldigen die, dass die das waren, weil mehrere Geiseln gesagt haben, das war die Mafia. Versteht ihr? Wenn wir auf Five in den Verteidigungsmodus gehen, dass die gleich denken, hä, Alter? Ey, aber, Leute, wir müssen auch sagen, wir haben jetzt mittlerweile eh keine Toleranz mehr gegenüber dem Kartell und dem Mafia so ein bisschen. Ja, das Kartell, wir haben zwei Leute Hobs genommen, die haben es richtig aufgespielt gehabt. Naja, ich bin so... Der eine von der Security, der hat fast einen Kopfschuss bekommen und der davor von der Mafia fasst auf von mir, bis er sich da eingekriegt hat, weil er gesagt hat, er zählt und kommt so. Also der eine vom Kartell meinte auch, wo die da alle saßen, ja, macht ihr das öfters und wisst ja eigentlich, dass wir hier Kartell dabei haben. Ich hab ihn nur gefragt, was willst du mir damit jetzt sagen? Da hab ich mich zusammenreißen müssen, weil da hätt ich fast was gesagt. Da hab ich mich zusammenreißen müssen. Bruder, ey, ihr wisst, ich bin immer hinter euch, ich bin der Letzte, der eine richtig freche Geiseln auch mehrmals ermahrenden Kopfschuss gibt, Alter. Bin ich der Letzte, der noch rummeckert. Sein Spruch war einfach sinnfrei. Der hat schon am Anfang so gemacht. Wiss, was ich mir gedacht hab, ich hab mir eh schon gedacht. Ah, ihr seid vom Kartell, Mann, es tut mir leid. Dann kann bitte auch noch kurz zu mir kommen, noch einen Kopfschuss geben. Oder hätt ich gesagt, das passiert mit dem Kartell. Ihr hofft das Wort, der hat jetzt Ruhe. Ganz ehrlich, wir haben doch nicht mal meine Vereinbarung mit denen, oder? Noch nix. Oder die denken einfach, die sind sonst was, Alter. Weißt du, was noch gut ist bei der Mafia? Der Typ, ne? Also ich, Vince, Remedy und Liam standen ja da oben und dann hier der Theo. Der meint ja so, ja, ja, die haben mich ja noch freigelassen. Warum wohl, Alter? Weißt du, das kannst du noch, kannst du den Five-Fight-Mower ausweiten. Und sagen, ja, warum wurde der da oben freigelassen? Vom Ding mussten wir freilassen, weil die Cops waren. Stimmt, Bruder, das können wir so ausdingen, dass da einer freigelassen wurde. Wie sieht dieser Theo aus? Rote Haare, Bruder. Sieht aus wie Druten. Hä, wie meinst du das? Hey, warte, was meinst du jetzt damit? Der sieht aus wie Druten, nicht gesund und rote Haare. Dann erzählt der aber Bullshit, weil den hatte ich als Geisel mitgenommen. Bruder, das erzählt wurde, dass einer von der Mafia freigelassen wurde. Macht auch Sinn, verstehst du? Ah, okay. Und so können wir sagen, wenn die Mafia den reinlässt. Warum wurde der wohl freigelassen? Ja, warum wurde der wohl freigelassen? Ist wahrscheinlich der Mafia gewesen. Ja, dann fahren wir zur Mafia. Na, natürlich. Auf geht's. Sag ran. Hat jemand von euch Kennzeichen 107 024? Nö, Mann. Das ist voll. Das ist voll. Ich fahr bei dir mit, okay? Aber grad war halt bei der Mafia halt auch keiner, ne? Ja, das ist ein Auto davor, aber ich glaub da war keine Ahnung. Der Mafia-Wagen ist halt Richtung Kartell aufgefahren. Der letzte, den ich gesehen habe. Und sonst fahren wir auch Richtung Kartell. Können wir auch machen. Ja, aber ne, wir vermuten der Mafia das ja alle. Ja, aber beide da sind Mafia und wenn die es abstreiten, können wir ja zum Kartell oder so fahren. Ja, dann fahren wir Zeit zu Bizerioi, oder? Ja. Weil wir da einen höheren Verdacht haben quasi. Ja, aber da müssen wir uns doch was ausdenken für Kartell. Was? Ja, nee, Blaulicht in der Karre. Natürlich, Marc. Ich mag einfach nicht. Wir sind Zivilkopf, oder schon immer, wo der 1 zu 7 ist, ist so ne Deckung. Also wir müssen alle schon auf der Axte stehen. Der Präsident fährt mit Blaulicht. Imagine, Marc, stell dir das mal vor, wie wir uns sagen, das war schon immer Zivilkopf. Ihr wollt euch nur locken, um euch wegzubuchten, da alle Mitarbeiter. Das wärs. Alles ne zivile Ausführung. Alles nur Organisation, aber nur um illegale Leute wegzubuchten. Wir haben drei Jahre gebraucht, das haben wir euch endlich. Einfach intern aufgeräumt. Ja. Lustig, das wär krass. Aber ich stell dir mal vor, jemand macht ne kriminelle Organisation auf, ist aber Korb, weißt du, undercover. Und dann am Ende des Tages alle Leute fest. Das ist halt schon lustig. Oder denken die so immer, einer von der Gruppierung, weißt du, Fettsdienst so weit, die denken ja nicht, dass der Boss dann so, weißt du. Dass einer an Spitzel ist immer, und immer Leute geblatet auf den Herd und so. Oh mein Gott. Imagine. Und damit was anhaben. Alles sind Leute davor. Geil. Geil. Park einfach zweite Reihe, mach die ganze Straße zu. Scheiße, ja. Denk, selbst kriege. Ah, wie viele da kommen. Was geht da, Babys? Was gehts? Na ja, Mitarbeiter? Äh, ne. Ne, bist du irgendein Mitarbeiter? Mitarbeiter? Ja. Von der Pizzeria? Hm. Momentan nicht, ne. Na, wo sind sie denn? Da steht doch ein weißer Maibach, die fahren die doch. Achso, ja. Ja, du kannst gerne zu mir kommen. Bist du Mitarbeiter? Ja, ja, wir sind äh, Familie. Ja, gute Kummerin. Ja, habt ihr auch in Hosen, einer der Chefs bei euch hier. Ja, hier ich. Was bist du? Ich sag nicht für ja, Leiter, Bruder. Ja, das ist das erste Mal hier richtig voll, cool. Ähm, äh, Romanov, kommst du bitte zum Pizzeria? Ich bin richtig sauer, Alter. Wir sind richtig angepisst. Mahlzeit. Wo ist er? Hallo, Jupp. Hey, jetzt sehen alle hungrig aus. Nee. Hey. Hey, guck mal, da ist dein Bruder. Ein verloren gegangener Bruder ist hinten. Ich glaub's auch. Mhm. Mhm. Das könnte dein Vater sein, Alter. Das könnte wirklich dein Vater sein. Das ist der, der immer alle Frauen aufreißt, Bruder. Das hab ich dir schon mal erzählt. Ja. Das war einmal. Gut, stimmt das. Da passt das nicht. Das ist dann das Gegenteil von dir. Ich hab keine zehn Geschwister. Bleibe nie ein fremdes Kind, du weißt nicht welches dir gehört. Oder? So. Kommt es auch wieder zu? Ist noch wer oder können wir? Es kommt noch wer. Oh, warte. Wo bist du? Jo. Kommst du Pizzeria? Hallo? Hallo? Ja, hörst du mich oder was? Ist der doof oder was? Ihr habt mich aber gehört, oder? Ja. Ja, ja, ja. Natürlich. Bist du taub auf den Ohren oder was? Ja? Was ist los, Abhub? Ah, der, ja. Hallo? Da war ja noch jemand. Du musst deine Kopfhörer absetzen, deine In-Ears, damit du mit mir telefonieren kannst. Der hat bestimmt AirPods drinne, Bruder, auch volle Musiklautsch. Da kommt natürlich auch Metal-Life, wenn der telefonieren will. Danke, Arna. Ja, ich schreibe mir. Ja, übrigens. Ey, kurze Frage, wollt ihr das unter acht Augen klein, oder wollt ihr das jetzt hier klein? Das machen wir hier, Bruder, weil wir alle sauer sind. Ja, ja. Haben wir hier. Okay. Und eigentlich sonst gegen euch nicht, wir sind sonst immer jetzt cool eigentlich schon lange Zeit. Sonst haben wir den großen Verdacht, von uns wurden einige Leute als Geisel genommen. Ah, ich dachte wir sind da wegen den Artischocken auf der Pizza. Na gut, dann. Das ist ein anderes Thema. Nein. Na gut. Ich hab nämlich einmal eine Pizza durchbestellt. Und dann haben wir noch Ekerf da Artischocken drauf. Von uns wurden einige als Geisel genommen, Bruder. Nie mehr wieder. Wüsste ich erstmal. Von uns wurden einige als Geisel genommen. Und mehrere Geisel meinten, das ist Pizzeria Mafia. Und dann hat noch eine Geisel erzählt, dass einer sogar freigelassen wurde von der Mafia. Das ist ganz schön naheliegend. Ah, ja. Und weshalb? Also wir haben heute nichts geplant. Wir sind als Geisel genommen worden. Frage ich euch ja. Wurde gerade eingeladen. Das ist noch einer von den verübrigten Geiseln. Also wir, unser Verdacht ist halt sehr nah, dass eure Jungs grad uns als Geisel genommen haben. Und noch viele andere anscheinend. Wir drehen uns bis gerade um. Ne, das sehe ich nicht so, aber der nette Herr hat ganz schön coole Klamotten an. Die sehen nicht aus wie jemand. Ja, ja. Er war ne Geisel, er kommt grad vom... Ich bin grad... Ich bin grad... Ich bin grad aus dem Knast gekommen. Ja, wie gesagt, bei den Kollegen da hinten auch. Ja, weil es alles ne Geisel. Zeig mal bitte alle auf, wer von uns hier Geisel war heute. Alle mal aufzeigen bitte. Mhm. So, wir haben heute gar nichts geplant. Ne. Ich bin vorher aufgestanden und dann hab ich zu Ohren bekommen, dass jemand rot gekleidet meine Jungs entführt hat. Ja. Wunderbar. Und wir haben... Ich wurde rot eingekleidet. Wir wurden genauso rot eingekleidet. Also willst du mir jetzt erzählen, dass von Mafia und Pizzeria hochgenommen wurde oder was? Ja, nicht nur. Das ist anscheinend der Kartell auch, oder? Der Kartell stand auch mit oben. Ich stand ja mit vier von uns, die noch übrig geblieben sind, auch oben an der Bank. Das ist ein Scheiß, Alter. Das ist ein Scheiß, Alter. Ja, das hab ich die auch gefragt. Aber die sind einfach nur wie kleine... Schwörst du drauf, Bruder? Wir verstehen uns immer gut. Schwörst du da drauf? Natürlich. Ihr kennt ja die Regeln. Wir nehmen keine von euch, ihr nehmt keine von uns? Eigentlich ja. Und daran halten wir uns auch immer. Wir haben gehörten das auch in erster Reihe. Ich find's halt ein Fadenbeigeschmack, wenn einer sagt, der wurde freigelassen von der Pizzeria. Wer hat das gesagt? Ja, wie gesagt, wir haben den befreit halt, ne? Das ist der Meinung. Ja, ja. Wir haben den befreit. Wir haben das Fahrzeug eingemaut und haben den halt quasi rausgeholt. Ja, ist ja verständlich, Bruder. Aber das waren halt so viele mit Masken und so. Wir haben da nicht mehr durchgeschaut, Bruder. Wir drehen den Spiegel so hoch, Alter. Ist jetzt ein bisschen tricky. Das ist echt verrückt, Alter. Ich bin richtig sauer. Ja, das macht halt keinen Sinn, verstehst du? Als ob sich einer traut, sich mit allen drei Größten anzulegen, Alter. Ja, das ist ja das, was ich und Nick gerade am Hauptplatz... Wir standen ja vorhin, ich glaub, kurz bevor es da oben losging, standen wir am Hauptplatz unten. Und dann meinte ich halt auch zu ihm so, ja, also... Wenn ihr es nicht seid, weil ich glaub, du standest mit Acker unten, ne? Oder Acker kam gerade an, am Parkplatz. Ja. Ich will das. Ja. Aber ich glaub, Acker kam da grad an. Ja, genau. Ich hab so'n Hals, weil ich will die Leute, die in Rot gekleidet sind, ich will denen in die Fresse schießen, sag ich dir wie es ist. Da waren 30 Leute in Rot gekleidet. Ich wollte grad sagen, hat irgendjemand von euch mal irgendjemanden von den Ravens gesehen oder von den Bikes gesehen? Nein. Das ist halt, das ist halt unsere Verbotung, aber als ob die solche Eier haben. So, also... Das sind die einzigen beiden, die übrig bleiben. Und von denen, wo... Ja. Da hab ich ja gefühlt in der Stadt nur Gott krank gesehen. Ich hab von denen auch nicht eine Person gesehen. Und von denen stand auch keiner oben. Also ich sag's euch, wie es ist. Ihr kennt die Regeln, wir kennen die Regeln. Wir packen keine von euch ein, wir packen keine von Kartell ein, ihr packt keine von uns ein. Wenn wir wissen, wie es dann ausgeht. Kartell ist mir scheißegal. Ja, das ist ja eure Sache, was ihr mit Kartell habt. Naja, aber weiß ich ja. Deswegen wundert's mich halt so. Und ich dachte halt, ihr habt das jetzt gebrochen. Verstehst du? Weil du musst dann alles verstehen. Uns wurde auch nur gesagt dann, dass anscheinend einer von euch freigelassen wurde. So, das ist halt ganz schön weird. Weißt du, wie ich mein? Deswegen dachte ich, habt ihr vielleicht so viele Leute keinen Überblick mehr gehabt habt, habt selber von euch einen eingepackt. Nee, also meine Jungs haben mir gesagt, die haben einen befreit. Na, okay. Igor? Ja, Theo. Wurde ja weg. Dein Auto steht nicht nach der Straße. Da ist jemand weggerannt. Sind's das? Na gut, dann. Wenn ihr sagt, Kartell war auch involviert. Oh, nochmal, guck. Kartell hat zu mir gesagt, dass auch zwei Leute eingepackt worden sind, die sich nicht mehr melden. Das heißt, jemand ist gerade ganz, ganz mutig unterwegs. Warte, 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 warte. Zwei Leute melden sich nicht mehr. Der kopflose Kopf ist eben dann, alle Autos waren geditscht. Wie meinst du, zwei Leute melden sich nicht mehr? Was hast du gerade gesagt? Zwei Leute vom Kartell melden sich nicht mehr? Zwei Leute vom Kartell? Zwei Leute vom Kartell wurden eingepackt. Achso, ich hab verstanden, melden sich nicht mehr. Sonst sind aber gerade welche ganz schön mutig unterwegs. Lustigerweise, ich hab heute noch keinen herzlichen Biker gesehen. Biker hab ich heute auch noch nicht gesehen. Ich reiß den Arsch auf. Will's persönlich, Bruder. Jetzt ist halt die Frage, was wir machen. Also, ihr, warte, 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 warte. Was hast du das? Weil sie halt heute bei uns waren. Ich geh mich mal umziehen. Ich mein, davon, von denen standen auch zwei, drei oben an der Bank. Ja, die standen neben mir. Jeff stand neben mir. Ja. Ich stand auch neben dir. Ja. Mit vier Leuten von uns. Einer, der Liam ist nach Penn gegangen um, ich glaub, halb zehn. Den hat Vince eben weggebracht. Ich war noch gelegen. Scheiße. Ja, wir standen alle auch zu viert da oben. Versteh ich halt nicht. Aber das Ding hat nichts da oben rumzustehen. So, wenn, wie gesagt, du guckst halt eine halbe Stunde zu, dann fährt das Auto weg. Ja, aber diese Möchtegern Gang von Ravens, die ist ja auch. Das sind auch keine gefühlten 100 Mann, Alter. Nee, die sind, ich glaub, sechs, sieben oder so. Als ob die das... Das Ding ist halt, wir sehen's halt auch nicht. Es waren halt so viele Leute da drinne. Alle, die gleich denken, wir wissen am Ende auch nicht, wer alles da drinne war. Wie viele das jetzt letztendlich war. Das müssen wir immer dabei. Jetzt fahren wir mal runter und fragen die mal, wenn die da sind. Die müssen ja jetzt da sein, oder? Ne, meinst du? Ja, fahren wir mal runter. Da, wo die wohnen. Die Ravens, die Ravens waren da. Ravens, wo sind sonst hin? Ja, können wir machen. Und fahren wir mal hin und fragen die mal, die wüssten. Es bleiben nur mehr für uns jetzt Ravens, Beikauf und Kartell. Ja, komm. Scheiße. Ja, alles da. Danke dir, Bruder. Ja, gerne doch. Ciao. Haltet die Ohren steif. Jo, ihr auch. Passt auf euch auch, wir sehen uns. Tschö. 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 Ja, wir müssen einfach mal zu deren Haus, ne? Jo. Jo. Wo sollen wir noch? Meins ist das mit dem Blaulicht. Und wo braucht's ne Abholung vom Kleiderland? Da vorne, glaub ich. Da vorne, glaub ich. Ja, ne. Wo ist meiner? Wo ist dein Auto? Wo ne? Also wir fahren jetzt erstmal zu dir und raus, ne? Jo. Bruder. Kommt das so gut? Haben die sowas von geschluckt, Alter. Ja, das ist einfach schon mal gut. Ich hab für noch ehrlich Katalismus versichert. Scheiß egal. Mit dem reden wir auch nicht auf dir. Oh ne. Kopfschmerzen. Oh ne. Genau jetzt Kopfschmerzen, Alter. Genau jetzt. 0xca. Geil. Aber ist mal geil wieder mit Ding rumzufahren. Ich starte mal wieder neu. Ja, moin. Einfach Kopfschmerzen bekommen. Ah, es kam ein Update von 5M. Ja, deshalb 100 Pro. Jetzt zerschallert's mir sicher grad mein Game. Maximilian mit 15 und fies, Alter. 1 zu 7 für immer, Alter. Haut mal raus. Lasst mal ein bisschen hier ihre Herzen in den Chat, Leute. Und haut mal auf den Like-Button. Kurz vor 8000 Likes, Leute. Alter, haut mal auf hier. Vielen, vielen Dank, Leute, für euren frischen Support heute. Oh ne. Da kommt einfach ein Error mit E, Alter. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich starte jetzt grad 5M und der return mir Error mit nem E einfach. Einfach E krieg ich als Return. Ihr wollt mich doch verarschen 5M, oder? E. Ich krieg einfach E. Mehr nicht E. Einfach E. Nicht mal Error oder so. Es steht einfach E. Jetzt will ich schnell auf Modus umstellen. Wait a second. Muss in die Config rein. Dann stell ich den Modus um auf False und dann sollte er die normale Version runterladen. Update Channel. Release sollte sein, ne? Ist richtig. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Ja. Jetzt lädt er sich nochmal die Release-File runter und dann sollte es gehen. Hat er mich grad einfach rausgeschmaßt, der Pisser. So, ja. Aber es startet wieder. Oder startest du? Ja, es startet er wieder durch. Immerhin. Einfach rip. Einfach in den Chat. Ne, aber klappt wieder. Ich weiß ja Gott sei Dank, wie man sowas fixen kann. Und rein in den Server. Schau, wo du dich fast vom 5M gerade verarscht. Aber nur fast. So, ähm. Kannst fahren. Das haben wir vorgelesen. Genau. Also sieben Hundebande auf dem geilen Stream. Liebe deines Streams und Videos. Vielen Dank nochmal dafür. Das haben wir aber auch schon vorgelesen, ne? Ähm. Lukas, bin krank und schein dein Livestream. Auf jeden Fall gute, gute Besserungen. Quinch die Gordeliswip geworden. Ich glaub da wurden WPs vorhin verschenkt. Hey, die 50 ist Überfalli. Ja, Überfalli. Alter, Christian nochmal. Hinterberger. Vielen Dank für das qualitativ hochwertige LP. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, heute ist es actionreich auch, finde ich. So. Alter, auch nochmal ein Fufi rausgeschmast hier. Vielen, vielen herzlichen Reiz da. Lion High hat wieder gefragt, wenn die Bewerbungsphase offen ist. Ich glaub da kann ich einen Furz lassen. Boah, der ging aber schnell durch. Hey, warte. Alter. Ich hab einen Stream Deck Update gemacht. Seitdem gehen die Tasten übelst schnell. Jetzt kann ich das sogar spammen. Geil. Das war davor nicht möglich. Jetzt kann ich das spammen. Geil. Einfach ein Stream Deck Update gezogen, was jetzt besser funktioniert als davor. Nice. Marc, kannst du mich bitte grüßen? Heißt du, Marc, liebe deine Videos. Mach weiter so. Oh, das ist ein sehr schönen Namen hast du. Brauchst du noch einen Rumpenachnamen? Einen rumpeligen Nachnamen brauchst du noch. Boah, Alter, was hast du denn hier? Entschuldigung, auf mich wartet. Hallo, ich hatte richtig passive Kopfschmerzen. Ja, steige. Äh. Ach, warte. So. Ah, ah. So, jetzt aber. Hab ich gemerkt, Bruder. Weißt du, was passiert? Wir fahren Straße, Bruder. Ja. Wir müssen natürlich gegen dieses gelbe Schild bei der Insel da fahren, auf der weiter grüne Insel. Oh, nee. Jetzt ist das Ding kaputt. Warte. Wir können los. Moment, ich muss mal ganz kurz tanken. Lass mich ganz schnell einparken. Die ganze Zeit nichts. Die ganze Zeit genug Straße. Und dann fährst du genau dann und dann fahren wir auf diese, gegen das gelbe Schild. Ja, irgendwo muss ich ja hinfahren mit der Kiste. Oder? Irgendwo muss der ja hin. So, wo ist er denn jetzt? Äh. So, geil. Einmal nochmal auf. Rein da. Offen? Offen, ja. Warte, es fehlt die Leitbar. Die fahren los, Bruder. Wir sind auf dem Parkplatz nachher. Ja. Und Funk muss ich auch anmachen. Wo fahren die hin? Ich weiß nicht, sind die hier gefahren? Zum Haus. Okay. Also machen wir schon Funk an. Mark, komm doch in den Funk. Wir wissen nicht, wohin. So, richtig drin. Rockford Plaza sind die. Mechaniker hoch. Mechaniker hoch. Das ist wichtig, ja. Das ist richtig unwichtig. Ist er mit da, oder? Da vorne, oder? Ja. Ja. Werde, seid ihr dran? Ich auch. Kommst du auch? Nee. Das ist die President's Suite, ist das, mit der wir fahren. Achte. Oh, ich hab, ich hab meine Zigarette dort fallen lassen, ups. Ich hab halt, ich hab, ich hab halt wirklich das erste Mal im Leben eine geraucht und hab die Zigarette dort hingelegt. Eieieiei. Ja, nee, wenn mir langweilig ist, der Rauch ist. Mach mal die Pizze halt nochmal ein bisschen schneller, gar nicht gut. Pizzerier war es langweilig und dann hab ich da eine Zigarette pro Kant auf den Boden geschmissen, weißt du. Und wir rein, ich bin sauer. Wie sieht's alle aus, als ob ihr Hunger habt? Nein. Bitte, 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 bitte. Guck mal einer, ob das Haus zu rechts offen ist. Ich glaub, jetzt kommen die echten Kops. Ich glaub, jetzt kommen die echten Kops. Jetzt war eins von den beiden, ja. Das ist gegenüber, dass wir es noch von Kopf haben. Denk gleich Krieg, Bruder. Ja. Ja. Wem? Schrei zurück. Da war zwei Häuser direkt runter von, von dem Zug. Da kommen nämlich die echten. Grüße doch. Was wollen wir denn? Schau wie der, schau wie der hier abbiegt. Er wollte durchfahren. Wir sind da um die Ecke und da ist ein zweiter. Also, ich glaub, da ist jemand drüber schlagen, oder so. Ich glaub, die retten da jemanden einfach raus. Ja, wie wär's, wenn du wartest? Ja, ich dachte, du bleibst stehen. Kann ich für dich wissen, dass du wieder vorfährst? Ja, weiß nicht, zur Bahn noch hochfahren, so mäßig, oder? Wir können auch in die Grove fahren. Wieso Grove? Wieso Grove? Sind das nicht die Ravens oder so? Wir waren grad eh bei den Ravens. Ach, das waren die, okay. Ja, das ist da, wo wir jetzt mal... Wir lassen aber zur Deckung zur Bar fahren und dann... ...geben wir's auf. Wobei, wir könnten auch, wir könnten auch zum Kartell ganz provokant fahren, so ein bisschen provozieren dort. Wär auch lustig. Oberhalb der Hilfs ist aber so ne Schleife mit diesem teuren Wind. Also, ich weiß, dass dort da anscheinend ein Haus den Ravens gehört. Ich hab da letztens ein Lila Maibach gesehen mit Ravens. Nee, aber lassen wir alle zum Kartell fahren. Und stellen wir uns da mal so ganz provokant hin. Dann müssen wir aber da vorne tanken, bitte, Uwe. Ja. Ja, machen wir an der Tankstelle Oceans, oder? Ja, tanke überm Gelände, oder? Oder die überm Gelände, stimmt noch besser. Aber Kartell ist doch im Busch, oder? Ja, die sind da, die sind da. Die warten nicht wo hinten. Ich seh, wurscht. Der Rützel, man. Die Bäume, da fallen sie raus. Oder die stehen wieder im Uwe Park oder Casino. Willst du das faule Äpfel vom Baum unterfallen, oder? Die fahren jetzt parallel neben unserem Baum hinterher aus. Die stellen sich schon tot, bevor wir überhaupt da sind. Der Kopflose kam aus dem Nichts. Ich hab dich weggerammt bei mir nicht, sorry. Wer ist denn das nochmal mit dieser Wolfsmaske, oder so hieß der doch mal. Fox, oder? Fox, ja. Ja. Der muss erstmal die Maske auf, bevor wir kommen. Sonst reden die nicht mit uns. So eine Ampelman, Alter. Das ist halt wirklich so. Laura Teil. Warum war meine Autogrammkarte angekommen? Danke. Hä, ist die so spät jetzt angekommen? Weißt du, was ich die weggesendet hab? Laura. Die hab ich vor einem Monat schon weggesendet. Ist die jetzt erst angekommen? Was hatten die bitte für eine Reise hinter sich? Ich hab den Legend erst vor einem Monat weggesendet, das letzte Mal. Vor einem Monat war das doch. Ungefähr. Fühl ich's mit den Maibachs. Oder? Hm, müssen wir öfters fahren. Warten wir hier ein bisschen. Bruder, du hast doch zufällig, hast du ne Flasche irgendwo hier? Du musst da reinpissen. Der hat da keine Bremsen am Bagen. Du musst pinkeln. Seid der Bank, Bruder. Dann pinkel doch, pinkel doch den Mund. Oder so, genau. Okay, Mund auf. Kommen wir nicht andersrum, das war's? Liegt wieder an dir noch an mir, glaub ich. Ich steh mir die Flasche, das reicht. In die Flasche. Schön mit Tempo Mat 100, Leute. Ich kann nicht mit Tempo Mat 100, komm ich mir dumm vor. So, ich kann auch Gas geben, wenn du willst. Ja, komm wir geben Gas. Ist egal, ich komm hinterher. Ja, dann heult wieder jemand, der liegt im Straßengraben. Na ja, als der Tode ist, hatte ich so. Freddy pinkelt gerade rein und ich fahr wie ein Vollidiot. Was? Macht Freddy jetzt Show? Ich weiß es nicht. Bruder. Was ist los? Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich das erste Mal schlecht. Und du weißt, wie knallhart ich eigentlich bin, ne? Aber wirst du nicht schlecht? Weil ich mein Alt gebrochen hab, Bruder. Wirst du nicht alt? Dann stelle ich mich dafür wieder in der Sache. Wir wurden von Ton bis Sinten verarscht, weißt du das nicht? Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich meine, die Wies eigentlich immer, weißt du, wie ich mein? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, ehrlich sagen. Aber die müssen sich ja erstmal selber in die eigene Nase fassen. Oh, was ein Wunder, sie sind nicht da. Das hat mich jetzt, das hat mich ja wirklich... Das ist genau so, wie wir im Krieg. Ja, ja. Na gut, aber guck mal, sie haben ja schon ganz große Plantagen, da können sie sich drin verstecken. Sonst seien sie entweder Mirror Park oder Casino. Ja, fangen wir mal dort hin und fragen. Weil es ist, es ist wichtig, dass wir die auch befragen, weißt du? Sonst kommt's nicht legit. Ich würde nicht meinen, dass die obdachlos sind. Aber gut, jetzt mal for real, vergleich das mal mit uns. Wie oft sind wir wirklich am Gelände? Jetzt mal ernsthaft, das ist halt... Man ist ja trotzdem viel unterwegs, so. Aber definitiv öfter als die. Man kann's sagen, also ich hab da noch nie jemanden gesehen. Ja, es ist halt alles größer als Null und von daher... Am Gelände sind auch keine Büsche. Ja. War die überhaupt Plantagen drumherum, Bruder. Aber das ist doch zu schmal. Wobei, ein paar von denen sind schon echt Lauchkipfel. Lauchkipfel, Alter. Was sind denn Lauchkipfel? Was? Du musst dich dann melden, wann Verhandlung ist. Rechtszeit oder fragen mich vorher wegen dem Termin. Ob ich dann kann? Ja, ja, natürlich. Am besten ich schreib dir eine E-Mail oder so. Ja, genau. Sobald ich einen Termin bekomme vom Gericht... Aber du musst, Bruder, du musst dabei Gericht angeben, dass du ein Zeugen hast oder so. Weil sonst darf ich nicht... Du zählt meine Aussage nicht. Ja, ja, das geb ich doch an. Am besten, wenn du deinen Termin sozusagen hast, musst du sagen... Du, ich hab ein Zeug, weil du weißt, was das heißt. Und man muss sich aufgeführt als Beweismittel, bla bla bla. Ja, ja. Der Fahrradfahrer. Marc? Ja? Aber overall war geil, oder? War richtig geil, also hab ich gefühlt. Macht echt Bock. Aber verstehst du, was ich meine? Der Nervenkipfel... Der was? Der Nervenkipfel! Weil du vorhin das Kipfel gehört hast. Ja! Der Nervenkipfel ist halt eigentlich am Ende das Geisel-Suchen oder so, ne? Find ich. Das ist das Geilste daran. Das ist das Geilste, ja. Hast du recht. Und je mehr Geisel, desto lustiger wirst. Richtig. Deswegen hab ich gesagt, das Wichtigste ist nicht der Raub- und rausrennen und so. Außer dem Typ mit der Beute können die halt nichts, ne? Das Wichtigste daran den Spaß bei dem Geisel-Suchen zu haben und auf Risiko. Er hat mich fast gepittet, Alter. Aber mich hat er gepittet. Ich bin auf der Gegenfahrball, Lott. Ich will mal darüber noch zu klagieren, wie lange das jetzt schon wieder her ist. Der letzte. Das war ungefähr vom... Sehr lange, ja. 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 So lange geh ich dir schon auf den Sack, Alter. Und du mir, das passt, ey. Ich wusste gar nicht, dass das ein Wettrennen geworden ist. Ja, ne. Wir haben ja blauliche Eskorte, Bruder. Wir haben Sonderrechte, Bruder. Sonderrechte. Sonderrechte. Wie heißt das? Sonderrechte. 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 Sag ich ja. Sonderrechte. 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 Die fressen sich im Casino. Wenn sie da ein bisschen was gewinnen, denken sie es am Glück am Tag und zeigen sich. Boah. Wir hatten sehr viel Pech gehabt da mit dem Krieg. Sieht aber nicht so aus. Keine Sauenhörer. Ich weiß nicht. Scheiß auf die. Ja, wäre halt cool gewesen, da wird die auch immer so ein bisschen gefragt, was los ist. Und es kann eigentlich was für einen Rautplatz sein. Ja, Biker ist egal. Ja, aber gut. Wir verdächtigen sie halt, ne? Das waren vielleicht die Nummer von Bill. Ja. Ich kann probieren eine ganze Liste davon. Ist die noch eine Fälle, die Liste? Ein paar davon safe. Ach übrigens, Herr Bub, ich habe dich gehört, aber du mich glaube ich nicht. Oder du hast mich nicht gehört. Wir waren am Handy, Alter. Ich habe dich nicht gehört. Ich habe dich gehört, Bruder. Aber die Leute, die neben mir standen, haben mich auch telefonieren gehört. Also, ganz komisch. Ich habe ja auch ins Handy geschrieben. Vielleicht nächstes Mal probiere ich Video-Chat. Auf jeden, Bruder. Oh. Aber wart ihr Gott sei Dank nicht weit weg. Genau so ist das, Bruder. Jetzt haben wir mal vorbei und tun es, als würden wir die suchen, weißt du? Ist doch geil. Da ist der Rauchen schon, oder? Hier drinne. Was? Ist hier drinne eine Rauchen? Äh, jetzt? Ja. Ich rede doch noch mit dir. Gut, dann fahren wir zu den Balkern. Dann kannst du eine Rauchen. Dann müssen wir umdrehen. Fragen. Ja, ja. Kannst du machen. Aber wenn du in der Eos langer Weile rauchst, dann kann ich auch. So. Würde ich sagen, wir fahren nochmal zu den Balkern und dann drehen wir ab. Oh. Ich hör schon ner Renzo. Ich hör schon ner Renzo, Jungs. Alter, chill, Mann. Wollt ihr mal meinen, kann ich mal Porgani Probe fahren? Soll ich mal mit dem Porgani da hochfahren? Bisschen Kopfschmerzen, der hinter mir irgendwann ist. Vince, wolltest du mir den Porgani, wann gibts mir den Mittwoch, ne? Alter, wir fahren fast 300 mit der Kiste. Was? Was? Ich bin fast, ich bin über 286 war ich gerade. Weil ich richtig Gas mitgenommen hab vom Hauptplatz. Das ist besser, wenn ihr jetzt im Porgani nicht vollst, weil der Rudi schon ziemlich aufgekommen ist. 2, 1, 2, 4. Schau mal, wir fahren schon drauf. Ja, doch Renzo, das schafft er noch. Wir sind hier hoch. Also wenn ich durchdrücke auf den Gisterwahl hoch. 3, 20 ungefähr. Durch die Gumps halt. Und ihn durchziehen, Alter. Das lustige ist wahrscheinlich mit unserem Korb erstmal, ob wir das wirklich anhalten, weil wir halt Blaulicht drinnen haben. Weißt du, wie ich mein? Ah ja, gut. Ich muss jetzt mal nachfragen, ob einer zieht mich. Ja, wer das Kennzeichen sieht, hält uns 100 Poren. Ja, Fake sein, oder? Das stimmt. Aber schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, ja, es ist sehr schön. Sehr schön, sehr angenehm. 10 von 10 Sternen. Ja, 5 Sterne, dann kriegst du auch gut. Ja, das ist einfach zu schlecht. Das war gar nicht. Und sitzt links rein, ne? Kennst du die Leute, die Polizeistation auf gute Beratungen bewerten? Ja, ich bin allein geschlafen. Ja, kenn ich. Die schreiben dann rein, dass die Zelle ist. Die schreiben dann rein, dass die Zelle ist. Das ist ja auch unfreundlich. Wir stehen auf komische, weirdes Spiel. Komm, ich bin in der Kleidungsladen. Na klar, da drinnen siehst du. Ist ja auch keine drauf. Ne, ne. Hier ist ja auch keiner. Ja. Ich hatte mich schon geworfen. Wunder, eben. Ich bin im Club. Also zahlen wir mal was ein. 1 zu 7 Dollar. Komm, die. Ja, lass mal jeder 1 zu 7 Dollar einzahlen. Gehen wir dir da eine Spende? Und die Bader tanken. Schlauen, Alter. Ja, mal nah rein, dann, dann, ne. So. Was geht da ab? Leute, Leute, ich bin im Keller von die Balker. Was? Was? Ja, ich bin beim Kleiderschrank von innen. Was machst du da? Wie? Ich bin unten im Keller eingesperrt. Wie bist du da hingekommen? Ja, frag mir den. Ich bin auf jeden Fall ganz unten. Komm hoch, Bruder. Ja, da ist eine Tür. Oh, kann ich das nicht abspielen? Ja. Ich ruf mal hoch, Bruder. Danke. Danke. Mein Gott, ist das laut. Jetzt abspielen gleich. Abgerufen, Bruder. Danke. Wo stehst du denn? Wo stehst du denn? Oh, beim Strip-Club hier, die Höhe? Wo ist denn das alles nicht, was ich hier abspielen möchte? Ja, sorry. Irgendwie würde ich aber nicht abspielen. Oder ich habe ein Auto. Also. Ihr habt 1 zu 7 eingezogt und habt gebraucht durch den Keller aufgekommen. Das war noch nicht grad geklaut. Was machst du hier? Der war den. Ja, geht irgendwie nicht. Der war bei der Bikerbade. Oh mein Gott. Wie fall ich ein? Äh, hörst du was? Also, er macht das an. Die Bikes. Ach so. Also, ich höre das ja nicht. Uppala. Also, geht das noch lauter? Ja, die sind kaputt, haben sie mir schon mal erzählt. Ich höre das nicht, weil ich den Streamer-Mode drin habe. Ja, zuerst doch. Ich habe einen Streamer-Mode drin. Ich denke, warum geht denn der Scheiß nicht? Ich habe Streamer-Mode drin. Mein Gott, ey. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Gute Nacht, Baby. Ciao. Wie kann man so lost sein, einfach? Lauf gut, aber an deinen Reimen üben wir noch mal. Ich glaube, die kommen nicht. Wo kommen die? Weiß ich nicht, Bruder. Woran üben wir? Vielleicht, wenn ich ein bisschen in ein Vollauto schieße. Ich wollte nicht reimen. Oh, siehst du mal aus, du siehst laut. Es geht einfach raus, warum er das war. Bruder, meinst du, wenn wir hier durchprinken, ob das Deutsch drauf ist? Äh, das war ich. Warum? Spaß gehabt, die denn. Komm, kommst in eure Richtung. Genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund. Aber mit voller Sirene, ey. Ich habe Spargen gegessen, Bruder. Ich habe Spargen gegessen, Bruder. Erstmal die Schlange ausbringen, Alter. So kannst du auf den Tisch gucken. Boah. Ja. Ja. Hau rein. Tschau. So. Hallo. Der Schlüsseldienst ist da. Der Schlüsseldienst ist da. Er hat sich für selbst eigen gesperrt hier unten. Genau. Ja, großartig. Er will wissen nicht, wie das passieren konnte. Der ist jetzt da drin. Wie auch immer. Er ist da und die Türen sind zugeschlossen. Also da unten. Wie kommt man da unten hin? Ja, das war's ja nicht. Die will ja raus. Du musst sagen. Ich muss ja raus. Ey, er ist in den Backrooms, ist er. Er ist in den Backrooms, der Bruder. Dann geht's gar nicht gut. Ihr seid doch noch bei Bikerbauer, oder? Ich bin VIP. Positiv. Nichts Backstage, Backrooms. Ey, was ist bei dir passiert gerade? Ich hab meinen Errungenschaft. Ja. Ich hab ein Auto geklaut. Ich muss euch meine Errungenschaft zeigen. Ja, sicher ein Polizeiauto, ne? Ne, kein Polizeiauto. Besser. Kommen wir raus für heute. Schönen Abend noch. Tschau. Gute Nacht. Wär schön gewesen, ein Homemade-Auto mitzunehmen, aber... Ich bin gefangen im Bikerkeller. Wolfi, was machst du denn? Nein, genau. Es bleibt doch da, bis die Biker machen. Die sind schöner gemacht. Ja, wenn man schon mal... Obwohl man das Auto kaputt machen darf, ne? Hat jemand Feuerwerk für Mark? Wenn er rauskommt, würde ich nicht fragen, was da los ist. Kommt nicht mal hier durch. Könnt ihr mal aufhören, da draußen rummassen. Das war dann der Hass, Alter. Alles gut, da war eine Schnecke. Die hat ein bisschen laute Töne gemacht. Die ist aufgeplatzt, die Schnecke. Also zwei Schnecken, die sind aufgeplatzt. War etwas laut. Boah, Alter, guck dir das mal an. Ah, ich glaube, hier ist ein Biker auch vor der Bikerbauer. Ne, ich glaube, Bruder. Der Bub hat geklaut. Hey, wo hörst du das? Das hab ich. Das hab ich am Kleidungslagen geklaut, Alter. Am Kleidungslagen? Lass mich mal Probe fahren. Lass mich mal Probe fahren. Ich wollt grad tanken. Ja, lass mich mal Probe fahren. Hey, Alter, ich wollt grad tanken, Mann. Aber ist doch schön, wenn jetzt die Kops kommen. Schön. Ich hab das Gefühl. Tank leer. Im Klauten-Auto. Geht's da eigentlich? Fahr nur ruhig weiter. Äh. Ah. Was ist passiert? Alles gut? Handy, Handy, Handy. Handy, Handy, Handy. Alles gut. Ich wurde fast umgebracht. Er liegt ganz schön viel Glut am Boden. Ich wurde nicht getroffen. Alles gut. Echt schönes Auto. Aber es ist... Irgendwie... Also Schwimmen hat nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Was? Äh, was? Ich hab probiert, ob es schwimmen kann. Es sah aus wie so'n Boot. Ich dachte, man kann damit schwimmen gehen. So Affibien-Fahrzeug. Hast du das jetzt da hinten reingeschickt? Ja, aber ich dachte, das ist ein Affibien-Fahrzeug. Ich muss schon sagen, dass es keins ist. Ey, was? Ja, das ist da hinten. Also da, weil du runter guckst. Ich wollt's nur Probe fahren. Ich schwöre. Guck mal hier. Da drin liegt's. Kannst du wieder ausparken. Ey, willst du mich grad verarschen oder was? Ne, ich wollt's nicht Probe fahren. Aber es sah... Du musst mir schon sagen, dass es kein Amphibien-Fahrzeug ist. Sonst probiere ich das ja aus. Es sah nämlich so komisch aus. Es sah halt aus wie ein... echtes Amphibien-Fahrzeug. Also du musst mir das jetzt schon erzählen, wie das geht, ne? Dass das nicht so möglich ist. Ich glaube, das ist da ganz... Also ich hab's ganz reingeschoben. Es ist ziemlich weit drin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Äh, verarscht. Oh, jetzt sind es ja gleich medzern, wer das Auto draußen zerschossen hat. Ha ha ha, schau. Wer hat mein Auto zerschossen? Wer findet das lustig? Der Obländer hat wirklich Platten. Jetzt kommt er zu euch. Hallo? Wird's ein Problem? Meine Reifen sind platt. Sie sollten vielleicht mal in Werkzeugkasten oder sowas besorgen. Sieht nicht gut aus. Was ist denn passiert? Wir haben eine großartige Werkstatt. Sind sie verunfallt oder was? Nee, eigentlich bin ich hier heiler angekommen. Achso. Hatten sie ein Feuergefecht irgendwie? Hat hier jemand was von Feuer gesagt? Nee, 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 nee. Ja, was denn? Ja, aber fahren sie mal in eine Werkstatt oder so. Das ist nicht schön, was sie da machen. Ja. Eigentlich müssen sie das jetzt abschleppen lassen. So ist das nicht mehr Fahrtau, wenn sie ein Vorbild sein holen. Doch, was. Frohes neues. Ja, frohes neues. Danke. 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 Tapschel weg. Wir könnten Straßenrennen zusammen fahren. Am besten mit meiner Fahrt noch. Freddy, was sagst du zu meinem Kahn? Boah. Hahaha. Oh nein. Oh, Entschuldigung. Mein Autorgang klemmt. Also ich finde den Wagen von der Bub schon geil. Wie findest du den? Ey Bruder, was ist denn los? Was hast du gegen das Auto, Alter? Also ich find den Wagen 1A Spitzenklasse. Ich hab das Auto noch nie gesehen. Ja, ich find den 1A. Wär schon cool, ne? Also ich sag, ich park hier jetzt. Aber ich weiß nicht, ob ich hier parken soll. Ich bin etwas unsicher. Ich glaub wir wollten in der Bikehabar schlafen gehen, Alter. Ne, ich wollte ja nicht parken, weißt du. Weil ich glaub das ist ein guter Park jetzt hier. Scheiße hier. Hä, was denn? Was ist denn los? Mann jetzt. Hä, was ist denn? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn da hinten so? Blauer BMW Z4, glaub ich. Oder ein M8 muss das sein. Hat Glowlicht da drinne. Komm in die Nieren. Ich glaub er da nicht rauskommt. Nein, das war kein Kopp, glaub ich. Ich kann nicht mehr. Ja, stopp jetzt. Mann, lass die noch raus. Ja, was ist denn? Wieso ich den rauslassen? Guck dir den Struggle an. Guck dir den Struggle an. Was hab ich dir getan, Alter. Guck mal wie er verzweifelt kommt. Ah, das ist die Momente, die ich liebe. Wer verzweifelt denn? Versteh's nicht. Boah. Gott, ich schieb dich aus hier. Ah, perfekt, danke. Der Stoß von den Rädern ist ein bisschen schwierig. Du, ich glaub das Auto ist kaputt. Guck mal, es raucht. Die ganze Mühle raucht, Alter. Du hast ein bisschen viel Stoß jetzt. Ich hab leider keinen Werkzeugkasten dabei. Was glaubst du dir auf so eine Mühle, Bruder? Ja, warum klaust du sowas? Das war meine Trophäe, Mann. Warte, ich schau, ob ich jetzt den Werkzeugkoffer hast. Haben wir einen Werkzeugkasten für Bub? Ich möchte jetzt erst aufhören, ein kleines Auto, ein Werkzeugkoffer. Nee, das stehen die Scheiße. Nee, du hast ja Spaß dran gehabt, komm. Fahr jetzt hier mit. Ey, da sind Goldbarren drin, die können jetzt mir. Geil. Da sind 50 Goldbarren drin. Hast du gar nicht nachgeguckt im Kofferraum? Nee. Und Bub, brauchst du die, oder brauchst du die nicht? Ich würd sie schon nehmen, ja. Nee, zum Spaß, da war nix. Wir sind da der Bikerbar ins Gemüse gefahren, wir sind rechts über den Berg gerade. Sorry, ich fand das grad so lustig, wie du da festgesteckt bist mit dem Reifen, und du einfach so hart gestruggelt hast, wenn du nicht rausgekommen bist. Es war zu schön. Wenigstens war das nicht mein Auto. Ah, ja wenigstens, ne? Ja, jetzt kann er nicht auch mehr am Strand. Äh, im Beach. Wieso haben wir es nicht vor die Bikerbar gestellt? Ja, haben wir doch. Ja, ist ja gleich nebenan. Und ich werd mir jetzt dann schlafen. Oh, das andere. Uiuiui. Legst du jetzt schon schlafen? Ich glaub, ich leg mich heute auch schon früher schlafen. Ich bin auch, ich bin auch ultramüde, ne? Ja, du, wir sind, glaub ich, alle schon richtig rastet heute. Richtig hart rastet. Oder so eine Scheiße. Ich muss nur Gericht, Alter, wegen meinem Auto. Ja, aber das könnt ihr die safe, da wirst du safe freigesprochen, oder? Ach so, wegen den Waffen. Kann ich sagen. Ja, ich bin dort so und hab gesagt, mein Auto, steht das noch hier? Ja, ja, steht da drüben. Sind sie rüber, auf einmal macht der Kofferraum auf. So, auf einmal sehe ich schon die Handschellen, Alter. Genau so. Ja, wobei, er darf dich der Situation kontrollieren. Das darf er. Ja, dumm, das geht's mir nicht. Aber das Pecht einfach. Aber vor Gericht hast du's dann schwer, weil du bist verantwortlich vom Fahrzeug tatsächlich. Ja, aber trotzdem war's dann auch so, wir waren ja eine Stunde vorher geiselt. Ja klar, da hättest du voll aufpassen, was im Kofferraum liegt. Und das Geile ist, wir hatten alle Glock 17 in der Hand, weil er sagt, naja, warum sollten die die reinpacken? Und das hat ja gepasst, weil alle Glock 17 haben. Passt nicht. Ah, ja, stimmt. Dass die keine Lagenwaffen hatten, also man kann sich vielleicht gut rausstellen. Ich hab auch, ich hab auch dort mein, auch die Waffen, die mir, ich hab die dort abgelehnt. Ich hab nämlich gesagt, da gehört mir keine einzige davon, dort bei der Polizei. Ich hab gesagt, ich will nicht mal die legalen zurückhaben. Ich dachte, irgendeine. Dann hab ich gesagt, ich will gar keine. Ich hab mein Essen wurde da raus. Mann, ich hab den Rekord von 300 nicht geklagt. Ich würde jetzt echt Penzo gehen, ne? Ja, ich geh jetzt. Definitiv. Oh, nur so 10.000 in Flucht bezahlt. Oh, bezahlt. Geil. Jetzt mein ganzes Geld weg. Ey, sagt mal. Habt die die Biker wo gesehen, ne? Ne, heute gar nicht. Aber hast du uns vorher schon gefragt? Ne, weil wir jetzt nochmal rumgefahren sind und die sind nicht da. Ne, heute noch nicht. Wir sind grad alles abgefahren, was es ging. Ja, moin. Keine Ahnung, wo die sind. Ja, runtergetaucht sicher. Danke. Jo. Jo. Ich hau mich dann jetzt auch hin. Ich hau mich jetzt auf so, Alter. Ja, Alter, es ist schon, es ist schon, es ist schon spät. Es ist schon sehr spät. Es sind doch alle was zu tun. Ein bisschen im Haus chillen, Alter. Warte, ich hau, ich steig hier gleich aus. Ja, steigst du hier aus? Wollen wir mal auf Platz pennen, oder? Auf Platz. Ey, wollen wir dann zur Shisha Bar gehen? Ja, lass Shisha. Lass Shisha Bar. Also, ich hau mich jetzt hin. Ich bin echt fix und fertig. Ich bin ebenfalls schon fix und fertig heute. Ihr müsst euch vorstellen, ich hab das erstmal wieder einen normalen Schlafrhythmus, Leute. Ich bin echt müde. Koppelappel. Koppelappel. Koppelminze. Ey, kann ich... Ich bin Bock auf was mit Vanille, Alter. Ich will Wassermelone. Von den frisch gedüngten Weiden. Melone ist auch fresh. Auch fresh, ja. Oh, gibt's Kinder Schokofresh? Aber weißt du was schon immer, da gibt's aus Deutschland, gibt's so Import, gibt's so Hamburg von so... Von Hamburger so. Ne, da gibt's so eine Rap-Gruppe. Eine Rap-Gruppe? Machen die Raps, oder was? Ja. Und... Ja, welche denn? Chicken-Rap, Chicken-Rap-Geschmack, oder wie? Gangster-Rap machen die. Gangster-Rap? Hä, was ist ein Gangster-Rap? Sind da... Auf jeden Fall... Kommt in eine Goldkette so ein Rap rein, oder wie? Die heißt Hamburg, und der ist richtig geil. Ja, Hamburger finde ich aber auch geil in einem Rap. Man könnte so einen Hamburger-Rap machen, jetzt hab ich voll Hunger, Alter. Ja, Freddy, kennst du den in Hamburg, der ist richtig geil. Hamburg. Mal ziehen hier, Jungs. Komm mal, ist Wolf eigentlich weggekommen. Ach, warte, hier wird so wenig Platz, warte, wir sind hier oben. Ja, ja. Entschuldigung. Sehr uncool von mir. Geil. Ey, das war heute ein richtig geiler Tag mit euch. Wirklich, hat Spaß gemacht, seit langem. Oh, was ist das denn? Oh, sag mal... Das hat sich so scheiße angeschissen. Das ist, weil er abgehoben ist, siehste? Das ist unglaublich. Kann sich nicht mal richtig hinsetzen. Ey, das hat sich so scheiße angeschissen. Freddy, jetzt keine Show hier machen. Alleine angeschissen zu sein. Weißt du, er muss immer extra Show machen, das ist unglaublich. Schau, er kriegt das einfach nicht gebacken. So für'n Arsch, Alter. Was für'n Arsch. Von 30 Leuten war ich der Einzige, der unten in der Zelle war und angeschissen wurde. Ach stimmt, da war ja was. Aber dafür kann er keine Ahnung. Aber du kommst... Ich komm mir in dem Moment einfach... Trotzdem war es geil. Auch wenn es erst chaotisch gest... Und ich dachte zum Anfang schon, das wird halt gar nicht so ganz komischer Start heute irgendwie. Hab ich auch gedacht. Ich dachte, es wird nix was. Es ist was geworden heute. Ich bin sehr stolz auf uns. Und es gibt nichts besseres. Ich sag's euch, bei den Geiseln zu stehen. Sich als Geisel, naja. Und... Also draußen, ne, bei der... Wo alle dann standen. Unmaskiert und so. Und man sieht nur auf dem Handy die Mitteilung. Wurde Geld in die Firmenkasse eingezahlt. Ich hab nur das Geisel richtig Show gemacht, Alter. Hey, wir beide, Bruder. Ey, jetzt auch wirklich, wir müssen... Wir müssen jetzt bald mal ne Firmenauszahlung tätigen, ne. Hab ich gesagt, dass die Leute auch wieder glücklich sind. Aber man kann auch ohne Geld glücklich sein. Ich wollt grad sagen, wenn sie nur deswegen glücklich werden, weiß ich nicht. Naja, aber man soll's schon mal machen. Jetzt haben wir lange keinem mehr gemacht. Von dem her. Ja, aber wir können halt gar nicht davon ziehen gerade so, wer da ist. Sonst haben wir halt allen wieder aus und dann... Ich würd, weißt du was ich sagen würde? So, so vielleicht auch nach, nach Rangen beliebig. Dass wir sagen, schau mal, der Boss, der kriegt so und so viel. So Pyramidensystem, weißt du. Die unten kriegen weniger. Ach, gute Nacht. Haben sie halt noch im Herzen sich hochzuarbeiten. Da können wir nochmal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Das ist schon ne freche, dass die zwei Phasen vorhin abgeschleppt haben. Oh, geil. Also hier fährt grad ne Kackbräune. Oh ihr Leute, da seid grad Freddy und Marc. Jonas hat ja was angesprochen, von wegen Strikes. Wenn man nicht reagiert. Bei wichtigen Sachen. Strikes? Ich weiß nicht. Muss halt aufpassen. Wenn man erstmal halt nicht zu... Keine Ahnung, wir sind ja nicht SPD oder so. Ja, das ist schon klar. Aber es kann auch nicht sein, dass... Das stimmt, das fühl ich. ... fast über 30 Leuten nicht mehr die Hälfte reagiert. Aber wir müssen fast 40 sein, Alter. Nicht nur über 30. Wir sind fast 40 Leute, glaub ich. Das versteh ich auch nicht. Können wir's auch mal überlegen. Ja. Naja. Gut, dann werd ich mir mal hinlegen, Jungs und Mädels. Das war mir eine Ehre. Hau rein, Bruder. Hau rein und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich... Bis in einem Jahr, Bruder. In einem Jahr wieder. Ne, ich... Probier's. Ich muss immer mein Gerichtsspringen ausmachen. Ich rede jetzt von uns beiden, Bruder, hä? Ich rede von uns beiden. Nein, 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 nein. Das war jetzt auf mich bezogen, weil wir uns immer verpassen. Ich weiß, ja. Aber wir sollten vielleicht öfters mal einen Termin ausmachen. Wie meinst du? Dass wir reden, oder was? Ja, ja. Alter, ich bin heute schon so früh müde, Alter. Ich bin auch echt schon ultra müde, das ist so krass. Ich bin auch echt schon ultra müde, das ist so krass. Aber ey, aber bist du heute aufgestanden? Ich? Ja. Also aufgestanden zu Hause bin ich um 8, halb 9, Alter. Ich kann das gar nicht. Das ist gar nicht meine Wohlzeit. Alter, ich bin... Du musst dir vorstellen, ich bin um 4 Uhr schlafen gegangen. Bin um 8 Uhr aufgestanden. Dafür hab ich schon so schlafen gehabt. Ich bin um 7 Uhr auf. Ja, geil. Gut, Jungs. Gut, Jungs. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns dann morgen, oder so. Hallo, Couscous. Übermorgen. Couscous. Ich liebe Couscous. Oh, hallo, sind sie Biker? Ja. Ich hab einen Biker gefunden! Ich hier ist... Ich hab von Ihnen schon gesprochen. Biker ist hier. Wenn du sprach? Ja, einer von mir auch so. Ja, der hat überall... Ich hab's gemerkt. Der hat die ganze Zeit eingezahlt. Ich konnte leider nicht kommen. Ah, alles klar. Wieviel hast du schon? 608 noch. Wieviel hast du... Was?! So, hört mal alle zu. Ein Biker hat... 1.000... Wieviel? 470. 1.470 Sozialstunden. Wo denn dein Haus will ich jetzt nicht stecken? Wirklich nicht. Was hast du getan? Rechnungen nicht bezahlt? Jaja. Gerichtskosche. Kein Mitleid. Das hat jetzt auch 600. Gerichtskosten, wieso? Wie spaßt du... Alter, du oder du armer. Ja, mach mal. Nur ein paar Stunden. Einen paar Stunde. Der hat 1400 Sozialstunden, das heißt, der Typ kann 1400 mal in der Wiese irgendwas gut machen, Leute. Der wird jetzt den ganzen Abend hier durchmachen. Boah, Alter. Der arme Bruder, ey. Der arme Bruder, ey. Also in seiner Haut will ich jetzt nicht stecken, wirklich nicht. In seiner Haut, mich hat schon wieder ausgetragen, danke. In seiner Haut will ich halt jetzt wirklich nicht stecken. Der kann es 1400 mal. Und ich reg mich schon bei 60 auf. Ich reg mich bei 60 schon auf. Und der Bruder macht hier 1400 mal dasselbe. Der arme Brie. So, ich geh nochmal alles durch. 1400 mal die E-Taste drücken, ist das. Live, Leon, TV, danke nochmal für 5 Euro mit Sandmann, lieber Sandmann. Und dann Fuchsis Fox hat versippt werden und für 2 Euro Hexel und bin depressiv. Du versuchst mir den Dorker, das freut mich, dass ich dich auffeinern konnte in irgendeiner Form. Sprayer Gameplay hat versippt werden. Laura the Evil. Das haben wir auch vorgelesen vorhin, genau. Lulu, Saar, da hat versippt werden. Leinheimer, vorgelesen. Mark haben wir vorgelesen. Das haben wir auch vorgelesen. Hab's geschaut, das ist nicht vorgelesen. Doch hab ich, so zwischig doch das nicht, dass du hier dieses, das mit der Note 2 hättest. Das war, wo wir, da waren wir unten beim Dings, da waren wir da beim, hier am Strand waren wir da unten. Hab ich das vorgelesen, glaub ich. Da sind wir hier die Straße hochgefahren, irgendwo hier. Kann mich sogar noch genau dran erinnern, Junge. Yes. Leinheim auf 3.0 gefixt ist immer so. Und ich kenn dich noch, ja. Dankeschön nochmal, Leinheim. Leinheim, Erdbeer, Frittaten, Milchshake. Was ist das denn ekelhaftes? Kohlkopf, Elias. Sehr ehrlich, dass wir das streamen auch nach der Arbeit. Grüße gehen raus. Dankeschön. Kohlkopf, Elias. Vielen, vielen Namen. So, ähm. Das haben wir auch vorgelesen. Das haben wir auch. Das hab ich alles vorgelesen, ne? Und Oliver Barthau noch mal raus. Puh, das ist ein Spiel, das Spiel im Fußraum. Ja, ich hab jetzt das letzte Mal ein Fußraumspieler auch ohne 8000 Livestream gemacht, aber ich glaube, ich könnte eine machen für euch, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt. Was ist ne Fliegerbank da drin? Was ist denn da ne Flieger? What? Ist noch nie aufgefallen, dass hier ne kleine Fliegerbank drin ist. Ja, dann suchen wir uns mal ein Opfer. Aber ich mach heute nicht zu lange, ich bin, ich bin so müde. Tut mir so leid, aber mein Schlafrhythmus ist, äh, jetzt korrekt. Und darum, ich muss mich halt drauf ein bisschen anpassen, wirst du? Bisschen. Unpassing. Nicht Names, ähm. Lipsbaum, ne? Ah, ich bin so müde, also erwartet euch jetzt nichts Gutes. Eigentlich, oh, hier, oh, da kocht jemand, ja, auf jeden Fall bin ich dabei. Was macht der Brie? Oh, hier geht Pipi. Ich hab ne Idee, Leute, ich hab ne richtig lustige Idee. Das heißt, wenn der Brie jetzt aufwacht, ist er am Dach. Ist das fies oder ist das fies? Guck mal, er wartet, er weiß es nicht. Er wartet, er chillt. Er weiß es gar nicht, dass er jetzt hier drüben ist. Na, aber er kommt, er kommt ja hier wieder runter, ne? Ohne sich zu verletzen. Darum geht's mir gerade. Äh. Oh, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Wait a second. Wir sind hier hoch. Hier kommt er runter, ohne sich weh zu tun. Ja. Geil. Ich weiß halt nicht, weil der wieder zurückkommt vom, äh, Dings. Ja, komm. Lassen wir uns das einsetzen. Nee, du chillst. Gut, das ist der erste Prank, den wir gemacht haben. Danke, Robert. Dann ist da vorne jemand. Sieh mal mit. Aha. Das denn? Was macht das denn? Der chillt einfach nur. Ich würde gerne irgendwie den Anbaut oder so kriegen, aber die machen gerade nichts. Hm. Nee. Ach, da. Doch, da ist wer. Oh, den kann ich ja mal richtig gut pranken. Das ist eine richtig gute Idee. Warte mal. Okay. Pass auf, das scheppert jetzt gleich richtig. Ja, da kann man reingehen. Ah. Ich sollte hier, glaube ich, weg. Ich sollte hier, glaube ich, weg. Was macht der denn alleine da oben, hä? Was macht der, Bré? Hä? Was macht der denn hier alleine? Oh, man sieht's aber nicht. Der hat sich, glaube ich, sicher eingestuhlt. Oh, ich mach das mal. Oh, mein Hauptplatz wäre ein bisschen heavy, oder? Impedie? Impedie wäre aber richtig heavy. Impedie ist gerade richtig was los. Wartet. Sagen wir mal, die Klimaanlage explodiert hier oben, ne? Äh. Das sieht dann. Hier diese. Diese Gerät hier. Das hier, was hier rauskommt. Das explodiert einfach. P.S. mir. Pass mal auf. Der unfehlende P.S. werden durch. Oh, mein Gott. Da ist was explodiert. Weißt du, was so schlimm ist, ey, oder? Was? Wenn ich dich nicht so gut kennen würde, ja, dann würde ich glauben. Ich geh mal kurz gucken, ne? Ja. Äh, da oben ist so ein Ding hochgegangen. Das ist ein Teil hier. Ah, ich hab schon mal Spaß. Oh, Speedlounge ist da. Oh, da muss ich mal gucken. Also, da muss ich mal mithören. Oh, der ist mal weg. Dann war ich noch. Tschüssi. Tschüssi. Äh, ja. Ich bin grad in die Führungsmappe reingegangen. Oh. Der hat gedacht, er wär's gewesen. Ich werd das... Das müssen wir veröffentlichen. Also, die Führungsmappe nicht veröffentlichen, aber... Mh, mh. Damit... Schnauze da hinten auf den billigen Plätzen. Ah, nee, das gehört, dass ich das kenne. Dass die Rookies da Zusicht haben, damit die sehen, wer er ausbildet, wer was ausbilden kann. Damit die wissen, wer der erste Ansprechpartner für was ist. Beispielsweise Karl Schmidt, der Beste für High Speed und Erborn. Olli Jardache, der Beste für die Leitstelle. So, verstehst du, was ich mein? Mh. Mh. Desto mehr Ausbilder wir haben, desto mehr kann sich die Führung... Weil nach dem richtigen Konzept bildet die Führung ja nicht aus. Man macht ja nur Prüfungen und den ganzen anderen Stuff. Mh. Und desto mehr Leute wir... Mh. Drinnen haben, desto eher können wir unseren richtigen Aufgaben nachgehen. Mh, mh. Hey, ich bin mir grad echt unsicher, ob du das bist, Benz, der grad mh, mh und mh sagt, oder? Mh. Ist das geil. Ja, der Benz, hörst du mich noch? Mh, mh. Benz? Mh. Benz? Mh. Sag Hallo. Hallo, wieder da. Wieder da. Ey, die Stimme in meinem Kopf, werden immer lauter, so viel Stress. Das war der perfekte Zeitpunkt gerade. Oh, nee, da haben wir... Oh, hier ist Besprechung. Oh. Okay. Du brauchst nicht stöhnen, Street. Hä? Du brauchst nicht stöhnen. Doch. Ich will eigentlich ins Bett. Also, beziehungsweise, Tinsa... Mh, mh. Dann hab ich den stöhnen, verstanden. Mh. Mh, mh. Oh, doch nicht. Mh, mh, mh. Dann ist er wieder weg. Habt ihr den jetzt eingestellt? Ja? Ja. Wen? Oh, oh, oh. Ah, Hunter. Mh, mh. Ich hab... Wie gesagt, die Voraussetzung war, er macht ein Gutachten, das Gutachten liegt vor. Mh, mh. Rufus hat gesagt, ja, dann ist es so. Mh, mh. Er will sich jetzt aber selber wohl irgendwie ein paar Tage rausnehmen. Mh, mh. Ja, hat er ja schon geschrieben. Ich war... Oh, Mann, das rückt sich bei denen nicht. Mh, mh. Also, dieses Mh, und macht schon Spaß bei meinem Kopf, weil ich denk halt ernsthaft, die reden mit dem. Oh, warte, hier. Mh? War das nicht der Evo? Mh? I don't know. Egal. Mh, mh. Mh? Wer redet hier? Weiß nicht. Ich glaub, das bist du. So. Mh. Okay. Ich fühl mich fach. Ja, lass mich hier alleine stehen, ist okay. Finde ich vollkommen in Ordnung von dir. Mh. Mh. Ich find den. Der hier mitrede den. Halt. Vielleicht haben wir uns von da oben verarscht. What the fuck, alter, huch. Ich bin dir sicher, das war er. Oh, nee, das ist doch nicht gut. Ich bin direkt im PD. Warte mal. Ich bin eine Zapfsäule, steck meine Zapfhahn in dein Auto und werde glücklich. Ja. Ja. Ah, Königseck, du kannst gut schlucken. Kloch 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 klo Die kommen runter hier. Ich höre den Hubschrauber, ich sehe nicht. Sich erschreckt den irgendwie. Heilige Mutter Gottes! Schrecken sie mich! Ja, sie haben mich erschreckt. Aber erfragen, was ich hier oben drin mache. Das ist voll egal gewesen. Der geht einfach weiter, das wäre ich hier gar nie gewesen. Soll ich einen Fortnite-Tanz hier oben machen? Weiß nicht, warte. Soll ich mal eine Fortnite-Tanz tun, sonst wäre ich gar nicht da? Können wir schnell machen? Das habe ich aber auch vor Monaten oder Wochen schon gesagt, dass wir auf ihm ein Auge halten sollten. Das tut mir so leid, liebe SPD. Ich finde sowas einfach so dumm. Dann wird er auch gleich schwarz rum, wenn ich mit ihm fertig bin. Mhm. Hauptsache er hat ein paar Punkte bei dir gesammelt. Ah, mein Jacob, das war jetzt meine Güte. Wo ist der Alte überhaupt? Der ist schlafen. Der pennt. Der ist eigentlich hier gerade wie der letzte Hund, ja, weil ich hier mit Jogginghose rumstehe. Mhm. Wir wissen, wo ist deine Freundin? Auch schlafen. Auch schlafen. Ja. Ja. Danke. Boah. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Jetzt komm schon. So dumm. Mann ey. Oh, hier ist was los. Ja. Warte, hier kann ich mhm machen. Ich bin zwar Motorrad, aber ich bin kein Biker. Achso. Wird da sein können. Mhm. Nee. Ich bin kein Biker. Mann. Ich muss irgendeine Konversation machen, die mich mhm und mhm machen kann. Brauchen sie dann die große Sportfasche aufrücken, wenn sie nur Motorrad fahren. Mhm. Ja, da sind meine ganzen compensieren drin. Essen, trinken, was man unterwegs hat, so braucht. Dann, dann fahren sie die falsche Maschine. Pfff. Ist auch ne Turingmaschine besser. Ich hab drei Maschinen. Ich hab ne alte, ich hab ne Softdale und ich hab halt die. Ja. Arschmaschine. Ja. Ja. Ein Verhör. Ja. Eine spannende Unterhaltung, die Dame. Ja, ist ja in Ordnung, um Gottes Willen. Könnt gerne mitmachen. Ja. Ja. Da hinten, sie fahren natürlich kein Motorrad. Dann brauche ich mit dem Popo am Arsch und der Maschine an. Vor allem mit Popack. Was ist das mit dem Rock zu tun? Den Helm zie ich nur auf, weil ich's brauch. Das geht. Da tust du halt eine Hand zwischen die Beine, dass das Rock nicht hoch geht und fertig. Ah, jetzt hält ihr das nicht. Du musst dich einfach nur auf den Rock setzen. Auf den Rock. Äh, Bro. Mein Name ist Wind Diesel. Komm, schnapp den Corona und rauch mit mir. Da sind alle AFG. Mein Gott, warum seid ihr AFG? Ja. Ja. Die Dame. Dieser Funk ist wieder Premium heute. Man kann unter den Rock gucken. Ja. 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 Ich glaub, die sind alle grad AFG. Irgendwann nehme ich mir die halt mit. Ähm. 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 Du kannst bei mir unter dem Rock gucken. Bitte nicht, bitte nicht. Jetzt ist sie da auf einmal. Ich hab grad unter den Rock geguckt. Ähm. Okay. Ähm. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ich bin mir nicht sicher. Glaube ich. Ja, ich bin der Typ mit dem blauen Haaren und der komischen Kette. Ich hab grad unter den Rock geguckt. Ich hab grad unter den Rock geguckt. Ähm. Wie gesagt, ihr habt vorhin auch Bomben explodieren hören, ja? Ich. 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 Nein, 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 Digger, nein, 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 nein. Ui, mein Finger geht über die G-Taste. Ich weiß nicht, ob ich hier drücken soll. Ich weiß nicht, ich muss hier weg. Ah, wie das ausgesehen hat. Hat er ehrlich gesagt, er kann weg? Ja, sicher. Sorry, Matze, ich musste das mal machen. Ich wollte, ich wollte das schon immer mal machen. Kann ich nur bei dir, aber du machst gerade admin on duty, dann darf ich das. Oh, ne. So, Leute, jetzt geh ich aber wirklich langsam weg. Wann kommt eigentlich meine Autogrammkarte? Ich habe alle weggesendet, alle Autogrammkarten. Außer du hast jetzt vor ein paar Wochen erst dich eingetragen, dann habe ich noch keine versendet. Aber ich habe vor ein paar Wochen erst alle weggesendet. So, Oliver Barth, bist der beste Hund, ich mach weiter so. Vielen Dank, Tunado, danke fürs Tippwerden und Domber Oliver Barth. Vielen, vielen Dank, so jetzt aber wirklich. Vielen Dank, weil alle Leute am Start waren. Das gibt Rache. Ja, Matze, das ist die ganzen E's oben. Vielleicht bin Matze, wie diese E's oben einfach in Caps Lock sind, Bruder. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen oder übermorgen. Mal schauen. Ne, wobei, morgen. Morgen kommt ein Video, Leute. Morgen kommt ein richtig lustiges Video, das müsst ihr angucken. Morgen kommt ein Video, so sieht es aus. Also, wir sehen uns dann morgen. Und, äh, ja. Das ist der Sound. Oliver Barth raus. Danke, dass du, äh, mir in meiner schweren Zeit so hilfst, dein Livestreams. Ich erinnere mich immer auf. Oh, das geht, das ist schön, Oliver. Das freut mich. Aber dafür sind wir da. Unterhaltung und Ablenkung, das passt doch. Also, äh, Gruß geht raus von Oliver. Kommt wieder bessere Zeit, mein Lieber. Es gibt immer, äh, eine Up-and-Down-Fahrt im Leben, das weißt du. Gut, jetzt überlegt, Leute. Ich wünsch dir eine gute Nacht. Heute ganz gechillt beim Admin, äh, Admin muss im VIP-Modus angeschmissen, weil heute einfach zu viel im Chat los war. Hat mir auch schon lange nicht mehr den ganzen Stream gefühlten VIP-Modus irgendwie an. Aber das war schon angenehm jetzt. Also, da würde ich sagen, haut mal rein. Ich verabschiede mich, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Und, macht's gut. Morgen kommt ein geiles Video. Aber, GTRP. In GTRP. Das ist richtig lustig. Also, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.